Herzlich Willkommen zurück zu Perlworld! Aufgrund vielfachem Wunsch aus der Community geht es jetzt weiter. Ich habe das Game ja schon 5 Stunden lang angezockt. Und jetzt zwischendurch privat ein bisschen weitergespielt. Oder was heißt das ein bisschen? Ich bin jetzt auf Level 30 und habe schon einige Sachen freigeschaltet. Was ich aber nicht gemacht habe, weil ich das zusammen mit euch heute tun möchte, ist mehr von der Map aufdecken. Ihr seht, ich bin nur hier am Rumgurken gewesen. Das hat auch einen Grund und darauf komme ich gleich zu sprechen. Oder am besten erkläre ich es euch sofort. Ab einem bestimmten Level braucht man nämlich vor allem Metall, Eisen. Für diverse Dinge. Eigentlich für fast alles sogar. Aber Eisenerz ist selten. Es sei denn, man findet ein großes Aufkommen. Und gerade im Anfangsbereich gibt es da tatsächlich eidige. Ähm... Ich glaube hier irgendwo in dem Roten Wald circa. Und eben auch hier, wo ich mir mein zweites Lager gebaut habe. Das geht ab Perltafelstufe 10. Ich glaube, man kann jetzt nicht mehr zeigen, was man dafür gemacht hat. Nee. Aber es war nicht so wild. Ein paar Sachen bauen. Wir waren ja glaube ich auf 7, als wir den letzten Stream beendet haben. Also habe ich drei Level noch hochgepusht. Und ab 10 kannst du eben zwei Lager bauen, wie du hier unten sehen kannst. Und ich wusste von dieser Erzfarm sozusagen. Deshalb habe ich mich dahin aufgemacht. Und dort ein zweites Lager gebaut. Da sind... Oh, weiß ich nicht. Circa 10 von diesen... Eisenfelsen hier. Die jetzt natürlich schon alle abgebaut wurden. Oder nahezu alle abgebaut wurden. Und das vor allem dank zweier Perls. Einmal Bowser. Beziehungsweise Bowsers Onkel. Und dieses Vieh hier. Dumat. Und die gibt es beide... Hier in dieser weißen Wüste, wo auch ein Lucario-Boss auf Level 47 rumläuft. Ja, das ist nicht gerade um die Ecke. Zu Fuß würde ich es keinem empfehlen. Aber man bekommt ja auch relativ schnell die Möglichkeit, einen Sattel für... Das Rentier hier zum Beispiel zu machen. Oder, was ich gemacht habe, Asok-Sattel. Das Viech habe ich ja aus einem Feuerei. Noch viel besser ist allerdings, wenn man sich einfach ein Flugperl fängt. Wie... Nightwing. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Level man seinen Sattel bekommt. Das war doch hier auch irgendwo. Bin gerade blind, leider. Ah, da, hier. Auf Stufe 15. Ja. Und dann kannst du da relativ gechillt einfach hinfliegen, wenn man den Sattel hergestellt hat. Und einfach, ja, von beiden Sorten zwei fangen. Dann können die hier nämlich ordentlich arbeiten. Ja, man sieht's. Äh, Dick Toast, also der Bowser hat... Erzabbau-Level-Stufe 3. Das ist super strong und schnell. Und der Brie hat zumindest noch zwei. Kann aber auch gleichzeitig transportieren und gießen. Weil so eine Arbeit hier, die kostet natürlich... Äh, viel Hunger. Oder beziehungsweise, dann brauchst du viel zum Essen. Deswegen haben wir hier auch noch, äh, zwei Pflanzenperls am Start. Zusammen mit einem weiteren Wasserperl. Um... Oh ja, moin. Ein Überfall. Na geil. Um die Bärenfarm hier am Laufen zu halten. Damit die, äh, Malocher auch immer was zum Essen haben. So, Freunde. Jetzt müssen wir mal kurz kämpfen, weil das Lager überfallen wird. Sowas kann man tatsächlich auch in den Einstellungen ausstellen. Wenn einem das zu sehr auf den Sack geht. Generell hat man in den Einstellungen super viele Möglichkeiten, auch das Grinding und Farmen enorm runterzudrehen. Das war mir gar nicht so bewusst. Da weist das Spiel einen auch irgendwie leider nicht so drauf hin. Aber das ist eine Information, mit der vielleicht viele von euch noch was anfangen können. Das geht im Titlescreen, wenn man einfach... Jo, was ist denn das für ein Vieh? Ach, Hundemon. Das geht im Titlescreen, wenn man dann nochmal, äh, auf die separaten Benutzereinstellungen geht. Und dann kannst du unter anderem auch, äh, die Experience raufknallen. Oder solche Überfälle ausmachen. Und ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber, äh, ich glaube, es backt rum. Soll mir recht sein. Vielleicht haben wir Glück und können die Pals hier auch gleich mal einfangen. Weil die habe ich beide noch nicht. Oh, by the way. Okay, es gibt natürlich auch weitere Pals-Fern, die man ebenfalls freischalten kann. Die gelbe ist sozusagen der Superball. Äh, nein, Quatsch. Grün ist der Superball. Und, äh, gelb ist Hyperball. Ich gebe dann noch einen roten. Alter, was ist hier denn los? Der Rote ist dann sozusagen der Meisterball. Oh, shit. Jetzt sind diese, diese, die sind alle tot, oder? Fuck. Mein Perl ist zu stark gewesen. Hat leider alle gekillt damit. Ja, ich weiß nicht. Diese Überfälle, die sind schon immer, also von Anfang an so krank verbuggt. Jetzt flüchtet der auch noch, oder was? Ist das sein Ernst? Ich hoffe, mein Lager oben ist, ist okay. Ja, doch, da passt alles. Ich glaube, er sucht sich gerade einen anderen Weg, oder so. Genau, das war Zoroark und Hundemon fusioniert. Richtig. Wir haben ja auch mal so einen kleinen, lustigen Stream gemacht, wo man, ähm, ein Ratespiel machen konnte. Ah, der ist zu schnell. Ich glaube, wir scheißen auf den einfach. Okay. Immerhin konnten wir den Angriff abwehren. Das ist ja schon mal nicht unwichtig. Aber ich war noch nicht ganz fertig mit dem Erklären. Leider wurden wir gestört. Ich musste da aber auch eingreifen, weil ansonsten wird die ganze Farm zerstört. Und das kann ich natürlich nicht billigen. Also, die knechten da alle und bauen ihr Erz ab. Und alles, was man dann noch machen muss, ist eigentlich nur noch, ähm, neben dem Essen bereitstellen, eine Kiste, am besten eine Metallkiste hinstellen, die man auch auf einem etwas höheren Level freischalten kann. Da passt sehr viel rein. Vor allem, äh, bis zu 6000 Items. Und, äh, dann muss man nur noch das Eisenerz in seine Hauptbasis bringen, um es dann wiederum an einem Ofen in Metall umzuwandeln. Und mit diesem Metall kann man wirklich fast alles machen. Waffen, stärkere, äh, Kisten, Gebäude, Waffen, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber ich meine sowohl für die Pals als auch für den Spieler. Also, richtig wild. Hier ist meine Kiste. Ich transportiere das immer regelmäßig hin und her. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Deswegen, wenn man ein Level-Up hat, dann würde ich das am ehesten tatsächlich in Gewicht investieren, neben LP. Also, ich finde, das sind die beiden wichtigsten Werte. Ich habe da ordentlich was hochgepusht. Ich habe das Gefühl, dass die Eisenerze auch immer respawnen. Also, ja, doch tatsächlich, weil vorhin war hier viel weniger. Das heißt, diese Farm wird auch nie nutzlos, ja. Einmal aufgebaut, kann man hier immer schön sich auf die Arbeit der Pals verlassen. Außer, sie haben Burnout. Deswegen natürlich immer genügend Betten bereitstellen und auch eine heiße Quelle. Die ist ebenfalls ganz wichtig, damit die sich ein bisschen vergnügen können. Ansonsten werden die depressiv. So, das hier ist der Hyperball, wie gesagt. Da werden wir jetzt noch ein bisschen was herstellen, weil wir wollen ja... Ja gut, mehr geht nicht. Weil wir wollen ja die Welt heute ein bisschen erkunden und viele, viele neue Pals fangen, die sich überall versteckt haben, weil die Map ist ja doch relativ groß. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet hier. Ihr seht, wie viele Bälle ich habe. Die gelben wollen wir natürlich nur bei den ganz, ganz krassen benutzen. Und vielleicht machen wir auch den nächsten Turm noch. Das wäre, glaube ich, auch noch ein schönes Highlight zum Abschluss. Aber lasst uns doch erstmal hier das Ei ausbrüten. Eine Sache verstehe ich hier übrigens nicht. Da steht immer, dass es kalt ist, aber ich habe es neben das Feuer getan. Also, wie kann dem Ding eigentlich kalt sein? Verstehe ich nicht ganz. Oh, ist da gerade ein Doomer draus gekommen? Okay, cool. Ich glaube, ich habe auch noch ein normales Ei irgendwo. Das können wir da ebenfalls noch reinknallen. Aber habt ihr einen Tipp für mich, wie man das beschleunigen kann? Muss man... Ach, ich habe noch ein Pflanzenei. Muss man so eine Standfackel daneben bauen, dass das schneller ausbrütet? Hier, so ein Ding? Oder wie macht man das? Weil es direkt ans Feuer hinzustellen, scheint ja nichts zu bringen. Irgendwie. Oder ist das ein Bug? Ach so, lag das an dem Ei? Weil jetzt steht nämlich sehr angenehm da. Aber Digga, das dauert trotzdem 30 Minuten. Was ist das bitte für ein Banger, Pal? Wo ist dein Haus? Hier. Also hier hat sich eigentlich nichts verändert. Außer, dass ich die Werkbank in eine hochwertige Werkbank umgeändert habe. Und halt die normalen Kisten in eine Metallkiste. Ja gut, und diese zwei Stationen halt. Da kannst du Medizin herstellen, wenn die Pels krank sind. Und hier, das ist explizit dazu da, um Pels fernherzustellen. Ansonsten, okay gut, da haben wir noch einen Kühlschrank für ein Nahrungsmittel, damit die länger halten. Auch nicht verkehrt. Ähm, das war's im Großen und Ganzen hier, aber tatsächlich. Du brauchst eine Feuerheizung. Okay, also ich hab extra noch nicht so viele Sachen freigeschaltet. Das wollte ich dann zusammen mit euch ein bisschen rauspicken. Weiß jemand, auf welchem Level man die bekommt? Aber es ist schon ein bisschen Quatsch, oder? Wenn du das neben das Feuer stellst, dann müsste das doch eigentlich genauso wirken. Ein bisschen probiert. Hier, es gibt auch eine Armbrust übrigens. Besser als der Bogen, aber braucht natürlich viel länger zum Nachladen. Ich glaube, ich stelle mir einfach mal so eine Feuerarmbrust her. Außer ich kann schon was Krasseres machen, das weiß ich gar nicht. Oh, eine kälteresistente Fellrüstung. Wir werden heute bestimmt auch noch in eisiges Gebiet vordringen. Ich glaube, da kann das nicht schaden. Das Armband für ihn hier. Auch ganz cool, wenn man den im Team hat. Und man stößt auf so ein Erzvorkommen, dann kann er das wirklich innerhalb kürzester Zeit komplett abbauen. Zement wird später noch wichtig. Ich weiß aber leider nicht, wo man Knochen herbekommt. Ich schalte es jetzt trotzdem mal frei, aber ich kann das leider nicht herstellen, weil ich keine Knochen habe. Yo, ich könnte mir einfach so eine Muskete freischalten schon. Ich glaube, dass die mit einem Update weitere Waffen noch reingebracht haben, oder? Weil am Anfang hat doch eigentlich jeder rumgeheult, dass man die erste Pistole erst auf 29 bekommt. Ich habe das Gefühl, es wurde im Nachhinein noch reingepatcht. Oder hier die alte Pistole auch. War das von Anfang an da? Ich glaube nicht. Auf Level 17 bekommt man das, okay. Kochtopf, Feuerheizung. Ah ja. Heizt dein Lager und schützt vor Kälte. Ja, dann kann ich doch das Lagerfeuer im Prinzip abbauen, oder? Ist doch dann ein unnötiger Quatsch. Ich meine, ja gut, du kannst da auch Essen herstellen, aber es gibt den Kochtopf und der wird wahrscheinlich besser sein. Ich glaube, ich hau das weg. Braucht dann keine Saum mehr. C. Weg damit. Geht das nicht? Doch. Das geht. Okay, dann gönnen wir uns doch mal. Das Ding. Obwohl das deutlich hässlicher ist, als so ein schönes Lagerfeuer. Aber naja, kannst du nichts machen. Oh, warte. Nee, nee, nee. Ich bin ein Idiot. Ich habe das nicht schön hingesetzt. Das soll natürlich auch optisch alles schön ansprechend sein. Also packen wir es hier hin. Back Raid, danke dir für den Raid. Du hast ja den Raid schon im Namen. Bild. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Waffen waren von Anfang an da. Echt? Also haben wir das alle kollektiv übersehen? Also nicht nur bei uns im Stream. Ich habe es auch bei Kollegen gesehen, dass die sich alle aufgeregt haben, dass man die erste Pistole erst auf Level 29 bekommt. Kannst du die Cam unten rechts hin machen, dann sieht man das besser. Hä? Was ist denn da unten links? Also gerade ist da eigentlich gar nichts. Was überdecke ich denn? Achso, okay. Die Anzeige hier, wenn man einen Ball wirft mit dem Pelz und so. Ja gut, aber rechts unten tauchen halt auch Sachen auf, ne? Weil die Frage, was ist jetzt wichtiger, kann ich dir so nicht sagen. Äh, aber meinetwegen, dann tauschen wir halt. Testen das mal. Drehen müssen wir es natürlich noch. So, und dann schauen wir mal, ob das vielleicht sogar so dann besser ist. Okay. Damit steht das Teil. Aber jetzt steht er halt auf Ernst, dass es kühl. Achso, das bedeutet... Moment. Wirkt das noch gar nicht? Wo ist mein Feuerperl zur Hölle? Aber das Ding ist, du kannst ja auch welche aus deinem Team holen, dass sie dann kurzzeitig mitarbeiten. So. Ah ja. Jetzt funktioniert's. Sag mir aber bitte nicht, dass da permanent einer am, 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 am Brennen sein muss. Eine Sache, die ich auch noch nicht gezeigt habe und jetzt, äh, wird's richtig wild. Es gibt ein Fleischerbeil, kriegt man schon relativ früh. Auf, äh, komm, lass uns nachschauen. Level... Hier war's, glaube ich, irgendwo. Genau. Level 12. Und was ihr damit machen könnt, ist... Naja. Am besten schaut ihr es euch einfach an. Hier steht jetzt nicht mehr... Achso, warte, warte. Ich muss es natürlich ausrüsten. Jetzt steht dann nicht mehr Streicheln da. Sondern was anderes. Aber immerhin kriegst du was Leckeres zum Essen. Das Pell ist damit natürlich auch für immer weg, ne? Ist ja klar. Ach geil. Ich könnte... Oh, ich könnte mir sogar die kälteresistente Fellrüstung herstellen. Weil ich... Weil ich genug Eisdrüsen habe. Ich glaube, die habe ich bekommen durchs Killen von... Oder Fangen... Von den... Den Pinguin-Pels. Ja, dann... Machen wir das mal. Und ich gucke auch mal kurz in den Tree. Weil wir doch bestimmt die Vorjahr-Version auch schon bekommen können, oder? Arme Viech. Ja. Bei Pokémon sagst du einfach freilassen. Hier ist es ein bisschen anders. Ah, Metallrüstung. Die ist wahrscheinlich dann gut für den nächsten Boss. Aber uns geht es hier um... Hitzeresistente Metallrüstung. Da brauche ich... Ein bisschen Stoff noch. Aber sonst... Ist alles okay. Ja, was Besseres haben wir hier nicht. Alright. Das ist ein Bett hier. Als ob man jetzt erst ein Bett bekommt. Was besser ist als das andere. Naja, egal. Äh, brauche ich nicht so wirklich. Aber... Ey, Gigaschild. 15 antike Bauteile. Habe ich halt nicht. Keine Ahnung, wo man das herbekommt, um ehrlich zu sein. Metallrüstung schalte ich frei. Und... Hitzeresistente Rüstung schalte ich auch frei. Ich glaube, Pinku ist Wasser... Nicht... Wasserdrüse, nicht Eis. Mh... Doch, glaub schon. Weil... Ein anderer kommt eigentlich nicht in Frage. Ich bin, wie gesagt, gar nicht so groß rumgereist, um... Zu farmen und zu leveln. Ich bin trotzdem hier im Anfangsgebiet geblieben. Auch interesting. Denke schon, dass es der war. Ah, Megaschild habe ich freigeschaltet. Das ist dann vielleicht auch erstmal besser als das Iger-Ding. Wenn ich mir das nicht leisten kann. Okay. Aber... Die beiden Rüstungen, die stellen wir jetzt mal her. Und dann, glaube ich, machen wir eine erste kleine Tour. Weil durch das Auffinden der neuen Pelz bekommen wir natürlich auch viele neue Items. Und vielleicht können wir dann die anderen Sachen auch noch herstellen. Das kann ja gut sein. So. Also, Kälte ist auf jeden Fall kein Problem mehr jetzt. Für die Feuerrüstung brauche ich, wie gesagt, noch ein bisschen Stoff. Äh, jetzt weiß ich nicht genau. Habe ich genügend Stoff noch da? Gar keine Wolle. Okay. Dann müssen wir kurz Wolle besorgen. Das geht glücklicherweise inzwischen ganz schnell. Und zwar mit Azox. Da können wir nämlich gechillt drauf reiten. Weil ich ja hier, äh, seinen, seinen, seinen Sattel hergestellt habe. Dann kannst du die Dinger, ehrlich gesagt, einfach nur überrennen. Und die sind sofort tot. Die Wollis. Wir müssen sie nur finden. Du kannst jede Stunde die alten Bosse farmen. Dann bekommst du Antiktechnologien. Ah. Okay. Also, das bekommt man auch wirklich dann nur von den Bossen, ja? Alles klar. Aber ich würde heute dann tatsächlich lieber einen neuen Boss herausfordern. Achso. Ah, kurze Frage. Halt. Meinst du die, äh, diese Bosse hier oder die Turmbosse? Oder beide? Während man reitet, hat man natürlich auch die Möglichkeit, einige Attacken abzufeuern. Den Low-Hap-Pfeil zum Beispiel. Als ob die das überlebt haben. Komm her. Kram dich sonst zu Tode. Ah, scheiße. Oh nein. Warum hast du das gemacht? Ich hab den noch gar nicht. Den hätte ich jetzt erstmals fangen können. Na gut, der droppt auch Wolle. Sogar mehr als Wolli. Ich glaube, das reicht sogar schon. Feuerhauch haben wir auch. Das ist die Geisterattacke, finde ich. Ach nee, das ist die gar nicht. Moment mal. Oder wurde das geupgradet? Weil davor war das eher so eine kleine Explosion. Er meinte beide. Ah, okay. Also man kann alle Bosse nach einer Stunde fahren. Alles klar. Dann glaube ich, wäre die klügste Lösung, die wir angehen werden, erstmal die, dass wir die Map-Bosse herausfordern. Jetzt auf Level 30 sollten wir ja auch den einen oder anderen besiegen können. Ansonsten liegt es an uns. Dann ist es ein Skill-Issue. Aber wir werden erstmal unsere Rüstung verbessern. Weil die ist ja immer noch Low-Level. Don't forget. Moment, ich bin beim falschen Tisch. Hier müssen wir hin. Brauch Wolle. Doch nur vier? Ja, come on. Der Wolli war tot. Ja, hab's gesehen. T-Low, vielen Dank für die, äh, für die, Ding, Mitgliedschaft. Und Trissl-Stern, dir auch. Danke für den Support. Turmbosse geben fünf und die anderen jeweils eins. Au, okay. Dann ist das natürlich schon ein ordentliches Ungleichgewicht. Sprich, die Turmbosse lohnen sich deutlich mehr. Weiß jemand, wo der zweite Turm ist? Also, ich weiß, das ist ein Open World, aber vom Level her, welchen Turm sollte man als nächstes machen und hat dann gute Chancen? Weiß das jemand? Wir könnten ja ihn... Äh, wobei, nee, der ist auf Level 38. Warum ist so ein starker Boss hier am Anfang? Aber Pankin, Pankin könnten wir auf jeden Fall rausfordern. Der ist auf Level 15, den sollten wir an sich easy besiegen können. Äh, ich hab nur ein Elektroperl. Das ist hier eigentlich auch eher zum Arbeiten gedacht, aber... Ja gut, wir können wahrscheinlich auch Pflanze benutzen. Ist grad nicht... Hab ich ein starkes Pflanzenperl? Manchmal läuft dieses Megane-Viech hier rum. Ich hab's ab und zu mal gesehen, aber... Gerade scheint's nicht da zu sein damit, weil das wär cool, den damit herauszufordern. Wie viele Stunden hast du schon gespielt? Ja, es dürften zwölf sein ungefähr. Weiß nicht genau. Beim minimalen Erkunden sind mir auch ein paar Livmuck-Statuen in die Hände gefallen. Die sind ganz geil, um seinen Fanggeschick zu erhöhen, ja. Da das ja in diesem Stream noch ganz wichtig sein wird, viele verschiedene Perls zu fangen, werde ich das mal machen. Denk mal, damit steigt einfach grundsätzlich die... Prozentanzeige, wenn wir versuchen, Perls zu fangen. Lohnt sich also. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir genug Wolle haben. Ich glaub sogar nicht. Ich hätte noch mehr holen müssen, oder? Ja, Tatsache. Dann lass uns erstmal die Metallrüstung herstellen, weil das ist ja die grundsätzliche Verteidigungsrüstung, die bessere, als die, die wir jetzt tragen. Die brauchen wir sowieso. Und während die gefertigt wird, farm ich halt einfach noch ein bisschen was. Ich werde aber dieses eine Perl mal ablegen, was die ganze Zeit hinter mir herrennt, weil, also an sich ist es zwar geil, dass der mich supportet, er hier, der Daydream, aber der greift halt auch ab und zu mal an, wenn das nicht so soll. Und das geht mir dann doch auf den Sack. Man kann mit einem Glitch die Turmbosse fangen. Echt? Ja, also warte, ich weiß, gibt's auch einen EP-Glitch. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, aber da musst du irgendwie so ein, so ein Steinhaus bauen, oder so drei so Wände. Da eine Treppe oben dran hängen und dich drunter stellen und wieder versuchen, so eine Wand dran zu hängen. Das geht nur, ähm, an einem ganz, ganz kleinen Punkt. Also man muss das so ein bisschen rausfriemeln, aber dann kann man da unendlich bauen und kriegt dafür Erfahrung. Das habe ich mal gesehen, dass das geht. Aber es ist eigentlich auch nicht nötig, weil, wie gesagt, wenn ihr schnell leveln wollt und ihr habt halt keine unendliche Zeit, dann stellt halt einfach im Menü die Experience hoch. Und Shinies bekommt man auch antike Fragmente. Genau, wir haben auch noch kein Shiny gefunden. Das wäre natürlich auch ein absoluter Banger, wenn das heute gelingen sollte. Ich weiß nicht, wie niedrig ist denn die Rate? Kennt man die? Weiß man das? Das ist so geil. Komm, wir killen den mal schnell, dann können wir herausfinden, ob man die Drüsen von ihm bekommt. Bin mir aber sicher. Weil, wer sonst? Pelssaft und Eisdrüse, ja. Bam. Die beste Möglichkeit, EP zu bekommen, ist halt immer noch Pels fangen. Vor allem mit diesem Bonus. Ich glaube, ich brauche sogar noch ein paar von denen. Ein oder zwei. Meine grundsätzliche Fangwahrscheinlichkeit mit dem Goldenen ist einfach schon relativ hoch. Probier's mal mit dem Superball. Nee, hat nicht funktioniert. Schade. Oh nein, nicht angreifen. Oh Mann. Egal, da ist noch einer. Jetzt müssen wir mal auffassen, dass wir das Mammut nicht wütend machen. Als ob der trotzdem noch so eine Wahrscheinlichkeit hat. Also eine Sache, die mich ein bisschen triggered bei Perleworld ist, du musst die Fische halt schon... Jetzt hat das Mammut auch noch den gekillt. Du musst die halt schon wirklich immer auf Low-HP bringen. Sonst kannst du sie nicht fangen. Außer du wirfst einen Goldenen jedes Mal. Aber das ist natürlich lost. Okay, dann kriegen wir den halt nicht. Auch egal. Wir werden noch genug Möglichkeiten haben. Schnappen wir uns erstmal unsere Rüstung, stellen die andere her und dann fliege ich mal ein bisschen mit Nightwing rum, würde ich sagen. Apropos Night, bei Nacht. Gibt es auch noch einige Pels, die wir nicht gefangen haben. Dann sollten wir auch noch nachholen. Ich will heute sehr viel sehen von der Map und von der Perlvielfalt. Aber brauchen wir natürlich auch die entsprechende Rüstung früher, ist ja klar. Ich habe schon 5 Shinies und spiele erst 10 Stunden. What? Okay. Weiß ich nicht. Bei Pokémon habe ich auch immer Pech, was Shinies angeht. Scheinbar geht es hier in Perlboid genauso weiter. Da ist die Metallrüstung. Die sollte uns jetzt nochmal um einiges mehr Defense geben. Wiegt halt auch ein bisschen mehr. Sieht aber cool aus. Joa. Sieht sehr cool aus. Stoff herstellen. Ich glaube, es reicht immer noch nicht, ne? Ey, du brauchst so viel Wolle für Stoff. Wild. Mit einer Farm war das kein Problem, aber die ist ja leider kaputt gegangen. Ich habe auch keinen Bock, eine neue zu bauen, ehrlich gesagt. weil dann müsste ich ja Schafe und Chicken noch in mein Lager stecken, aber ehrlich gesagt, ich brauche die ganzen Slots für die anderen Arbeiten hier. So, wohin wollen wir gehen? Wollen wir... Ach komm, lass uns doch den ersten Boss gleich mal machen. Hier, dieses Penguin. Das sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen. Wirst du nicht... Wieso nicht? Wer ist auf Level 15? Wir sind auf 30. Die Pals sind nicht gerade schwach. Wir haben genug grüne und gelbe Bälle. Wird schon passen. Hier gibt es auch so einen schönen roten Wald. Den können wir uns dann auch nochmal genauer angucken. Irgendwo da vorne müsste er sein. Äh, wir kämpfen mit... Ja gut, ein passendes Perl habe ich jetzt nicht unbedingt, aber nehmen wir halt Nightwing. Du kannst auch was für den Kopf herstellen. Echt, ja? Okay, muss ich gleich nochmal gucken in dem Technologiebaum. Habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Wo ist der Pinguin? Ist der wirklich hier? Der muss doch mehr am Strand sein, oder? Nein? Ist der da oben irgendwo? Alter Sack, lade es mir auch gerade runter. Ey, das Spiel ist so ein Erfolg, ne? Was sie für Sales haben, ist wirklich unfassbar. Wo ist der Boss? Fang den, Boss. Werde ich probieren. Ich habe es ja auch schon mit ihm hier gemacht, mit... Chillit. Und der ist so süß. Ich liebe den. Ich habe den... Also die Ente noch nicht gesehen. Aber ich glaube, die ist auch cool. Achso. Der spawnt dann hier. Sphäre des Eisvogels. Was zum Teufel? Der ist in einem Dungeon? Okay, das wusste ich nicht. Warte mal, habe ich genug Essen? Ja. Ja, gut. Dann gehen wir halt in den Dungeon. Puh! Ey, der sieht ja ganz anders aus, als der, den wir im ersten Stream gemacht haben. Oh! Da ist auch schon sofort der Kampf. Ja gut, der sieht halt aus wie der Anführer von denen, ne? Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in Perlworld keine Weiterentwicklungen. Die sind alle eigenständig. Somit auch eher. Aber kann ich den dann überhaupt fangen? Ohne den Glitch? Ich kenne den eh nicht. Ich weiß nicht, wie der geht. Doch. Also die Fangenwahrscheinlichkeit wird angezeigt. Aber der hat echt ein cooles Design. Fühle ich. Ich glaube, ich hole aber Nightwing zurück, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel Damage der macht. Wobei, diese kleineren Drecksfischer, die müssen sterben. Geh mal dich um die bitte, weil ich werde hier bombardiert. Weiß aber nicht, ob die respawnen vielleicht. Oh, das ist ja wirklich gar nicht so einfach, obwohl wir auf Level 30 sind. Wo ist mein Nightwing? Oder ist es besiegt? Es ist besiegt. Scheiße. Scheiße. Ey, das ist sau schwer. Das geht ab. Killen. Ich wechsle auf jeden Fall zum goldenen Ball. 36 Prozent. Also, wenn wir ihn auf Low-HP haben, dann sollten wir es schon schaffen. Ich hoffe, dass jetzt die kleinen Pinguine nicht mehr nachjoinen. Richtig, Alter. Oh, ich bin one hit KO. Fuck. Also, dass es jetzt so schwer wird, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und reingeschissen. Wow. Ja, das ist halt das Ding. Also, ihn zu besiegen wäre super easy gewesen, aber weil ich halt aufpassen muss, dass er nicht aus Versehen stirbt. Ding ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, da ist es tatsächlich auch das Problem, dass meine Pals tatsächlich viel zu hoch gelettet sind. Weil, wenn die mehr so angeglichen wären, dann müsste man diese Angst gar nicht wirklich haben. Ich glaube, ich wechsle dann doch mal das Team aus und gehe damit was an. Ich habe gedacht, dass das wie bei Chillit ist, dass der einfach oben auf dem Berg steht und das halt ein ganz normaler Kampf wird. Aber nee, das ist ganz anders. Der hier ist auf Level 11. Nehmen wir den mal mit. Chillit brauchen wir nicht. Level 10. Ah, warte. Der war auf 24 und ist auch nicht so stark. Ja, ich glaube, so wird es besser laufen. Nightwing muss eh jetzt in die Box. Ich finde aber, dass die Bosse echt nicht wirklich gut gebalanced sind. Das war beim ersten auch schon so. Genau, die Sachen sind außerhalb des Dungeons. Weiß ich, ich bin ja auch schon mal beim ersten Boss gestoppt. Alter, wieso kann ich hier... Wieso muss man hier springen? Motz. Ich probiere es mal mit KTV auf Level 24. Ich glaube, das ist besser so. Also schon den Hauptboss besiegt. Von dem Turm, ja, am Ende des ersten Streams. Dass das jetzt noch mal sowas wird, wie der Turm, war mir nicht klar. Weil bei Chillit war das nicht so. Habe ich die richtige Rüstung an? Nein. Aber warum hat mich eigentlich mein Schild so schnell verlassen? Das war auch sehr enttäuschend. Bogen brauchen wir. Sperr brauchen wir. Den Rest nicht. Weg damit. So. Und dann denke ich, dass es jetzt besser laufen wird. Die kleinen Drecksviecher, die müssen halt so schnell es geht sterben. So. Das ist das Wichtigste. Da. Attacke. Hau die weg. Wenn die weg sind, dann ist es easy. Also zumindest, wenn sie nicht respawnen. Okay. Also mit dem Bogen macht man dem tatsächlich auch überhaupt keinen Schaden, gefühlt. Weiß nicht, ob man da dann vielleicht sogar, ähm, ja, die Armbrust bräuchte. Aber ich kann es mir gut vorstellen. So. Die kleinen scheinen weg zu sein. Dann bringen wir jetzt mal Asox rein. Ich weiß, es ist ein Wasserperl. Aber das höchst gelevelte. Geht ja jetzt nur darum, ihn in den niedrigen Bereich zu bringen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Goldene Sphäre auswählen. Warten. Jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Eine Attacke noch. Und zurückkommen. Ich glaube, jetzt können wir ihn fangen. Ja, noch nicht ganz. Bisschen Schaden braucht er noch. Vielleicht auch von einem schwächeren Perl noch. Machen wir mal ihn rein hier. Er wird ihn schon nicht killen. Und zurück. So. Jetzt. 68. 85. Und wir haben ihn. Penkin. Gefangen. Ja. Also merken wir uns, die Bosse sind wohl immer recht unterschiedlich. Eigentlich ganz cool. Weil das Mammut, das Mammut läuft ja auch auf der Map rum. Warum der jetzt eine Sonderbehandlung bekommen hat, keine Ahnung. Ja, die Armbrust ist viel besser. Ich dachte, ich dachte, dass der Bogen bei Level 15 noch regelt, aber, äh, nö. Zumindest nicht, wenn es nicht um den Boss handelt. Wir werden jetzt also als nächstes eine Armbrust herstellen. Sonst haben wir gegen die anderen ja mal gar keine Chance. Aber, ich glaube, wir bleiben noch, ach ne, ich hab Nightwing nicht. Ah. Sonst wäre ich hier gerne ein bisschen rumgeflogen. Aber na gut, dann müssen wir, dann müssen wir weg. gehen wir mal ein bisschen Eisenerz holen und schauen wir uns das Perl an. Was kann der? Muss ich jetzt eben ein Team wieder neu aufbauen hier? Achso, der ist schon im Team. Ah, natürlich. Ne, du bleibst mal weg hier. Äh, der, oh, der kann bauen, Level 2, gießen, Level 2, kühlen, Level 2 und transportieren, Level 2. Das ist halt schon saugeil, ne? Das ist Real Talk geil. Klar, der macht sich gut im Team, aber der macht sich auch noch viel besser hier im Arbeitslager. Denk an die Kopfbedeckung. Ja, kann ich mir auch gleich anschauen. 47 Eisenerz. Sehr gut. Weiter knechten. Mach doch direkt ne Pistole. Soll ich direkt übertreiben? Ich wollte es eigentlich langsam angehen. Wir haben doch Zeit in diesem Stream. Klar, ich könnte es machen, aber weiß ich nicht. Wir wollen noch die Spannung hochhalten. Ich brauche das eigentlich alles, ne? Zwei antike Bauteile. Die klatschen wir da rein. Dann haben wir nämlich vier schon mal. Sehr gut. Und dann in den Technologie-Decks gucken. Ab wann bekommt man denn die Kopfbedeckungen? Ich habe die wirklich noch kein einziges Mal gesehen. Die Metallrüstung ist besser als die, oder? Ach, Ambrus habe ich schon freigeschaltet. Muss ich nur noch bauen. Dann brauchen wir die Metallbahn. Kein Problem. Schlusswaffen erst, wenn du Schwefel hast. Wie bekommt man den denn? Ich glaube, ich habe das ab und zu mal von menschlichen Gegnern bekommen, aber sonst nicht. Okay. Okay. Schießpulver sollte man auf jeden Fall mal freischalten, glaube ich. Aber wo ist Schwefel? Bekommt man das von Pals? Ich finde keine Kopfbedeckungen. Wenn du in der Truhe R drückst, kannst du Quickstacken. Wirklich? Ich habe danach schon so lange gesucht. Warum will einem das hier nicht... Na doch. Sehr gut. Ach so. Du brauchst um die Armbrü... Ah ne, da ist sie. Wir brauchen dringend mehr Metallbarren, Freunde. Los. Schwefel ist ein Erz. Schwefel von gelben Steinbrocken. In der Feuerregion. Wo ist denn die? Würde ich gerne mal hingehen jetzt. Schwefel ist beim Vulkan. Welche Richtung? Können wir da mal hinfliegen. Mit der Armbrust aber. Kopfbedeckungen gibt es nur als Bauplan. Level 10 Kopfbedeckung. Äh? So ein Ding hier. Okay. Aber ich habe doch bestimmt schon auch bessere Optionen als das. Oder nicht? Oder bekommt man die erst, wenn man... Wenn man das hier gemacht hat? Ja gut. Wird jetzt auch nicht so wild sein. Metallhelm ist neben Metallrüstung. Ah, bin ich blind oder was? Ja, scheinbar. Aber ja, das Ding sieht auch nicht aus wie ein Helm. To be honest. Da sind die Perlbruchstücke. Kann man das hier herstellen? Ja. Wir müssen nur auf die... Metallbahn warten. Aber er hat... Er hat... Schmelzen Level 2. Dauert nicht so lang. Okay. Okay. Dann ist das schon mal in Auftrag gegeben. Oh! Da ist er wieder. Meganie. Level 16. Pflanzendrache ist der. Den muss ich dringend fangen. Ich versuche es dann mal mit einer grünen. Oh, der flüchtet? Was? Oh! Bro! Danke für den... Nein! Was macht ihr? Die haben ihn einfach alle kollektiv ermordet. Ja, da hat es schiefgegangen. Schade. Der Flammenwurf war noch geil. Aber dann... Dann haben sie komplett übertrieben. Kann man den Perls Namen geben? Ja, das geht. Ich glaube, du musst... Du musst das hier machen. Das geht auf jeden Fall. Und was kommt hier raus? Komm, das hat 30 Minuten gedauert. Das muss was Krasses sein. Ja gut, okay. Dann so, ne? Dann so. Das soll mir recht sein. Wo ist der Bruder? Achso, ist schon direkt im Team gespawnt. Gut. Muss natürlich jetzt hochtrainiert werden. Nur auf Level 1. Aber... Nice. Ach, warte. Was mich interessieren würde, ist... Was hat der für Skills? Was hat der für Skills? Aussaat Level 2. Holzfällen Level 2. Naja. Naja. Geht, ne? AG, vielen, vielen Dank für 60 Monate. Krank. Kannst du ein Perlexikon sehen, wo man sie findet? Stimmt, man kann das Habitat anzeigen lassen. True. Aber ich wollte jetzt erstmal wissen, wo der... Wohl der Vulkan ist. Da werden wir ja automatisch auch neue Perls finden. Mach mal schneller hier. Muss ich hier noch irgendwas machen? Ich überlege gerade. Achso, ja. Die Armbrust, ne? Aber da brauchen wir noch mehr Metall. Ich glaube, ich muss neues Erz holen ganz kurz. Aus meiner Farm. Dauert ja nicht so lang. Und das Gute ist, es ist eine AFK-Farm. Man muss eigentlich aktiv nichts mehr tun, wenn man sie einmal aufgebaut hat. Die knechten ja alle automatisch. Sie... Sie heilen sich automatisch. Sie schlafen. Sie transportieren den Kack von allein in die Truhe. Ich helfe denen jetzt aber trotzdem mal. Es ist göttlich. Ah, die haben sogar gar nichts gerade transportiert. Aber egal, das reicht schon. Denke ich. Vulkangebiet ist viel zu stark. Such lieber in den Höhlen nach Schwefel. Ernst? Auch wenn ich Level 30 bin? Mach dir bitte Metall-Sperr. Stimmt, auch noch ein guter Punkt. Weil der Normale, der macht halt auch gar kein Damage mehr. Hat eigentlich von Anfang an schon nicht gemacht. So, Moment. Erstmal den Helm. Ach, ist schon ausgerüstet. Okay, gut. Sieht man aber nicht. Ach doch, hier. Als Stirnband. Was ist das für ein Helm, Alter? Naja. Auf welchem Level bekomme ich Metall-Spiel? Hier. 13. Ist da Bowser? Ne. Vielleicht. Aber ich habe ja schon erklärt. Bowser und Mudpick oder wie er heißt, sind beide hier bei dieser Wüste. Da muss man hinfliegen. Am besten. Kannst auch hinreiten. Vulkan ist Level 35 bis 40. Ja. Hm. Können natürlich auch erstmal woanders hingehen. Braucht die Knarren ja erst am Ende. Aber ich hätte jetzt gerne endlich meine Armbrust. Braucht gar nicht so viel Metall eigentlich. Muss ja nicht alles angreifen. Das stimmt. Gibt es denn da viel Erz oder muss man da schon eher nachsuchen? War Easy-Content für den Stream. Was denn? Endlich. Armbrust. Der Elektro-Dude. Der ist immer sehr, sehr schnell dabei, wenn es ums Fertigen geht. Halt nur Level 1, aber er macht seine Sache gut. Übrigens, ich habe noch ein Normal-Ei irgendwo. Da wird bestimmt nichts Geiles rauskommen. Aber wir können es ja trotzdem mal ausbrüten. Hier, diese Munition habe ich von Gegnern. Also bei Überfällen und so. Haben die das fallen gelassen. Ach, ich habe sogar noch ein heißes Ei. Was? Aber auch das wird wahrscheinlich Trash sein. Das ist alles aus dem Anfangsgebiet. Da wird nichts Krasses rauskommen. Glaube ich nicht. Ja, es sind sogar nur sieben Minuten. Ist Müll. Muss da das Erz abbauen. Da gibt es auch krasse Eier. Ja, okay. Dann nochmal die Frage, in welcher scheiß Himmelsrichtung. Dann fliegen wir halt mal hin. Ich werde es überleben, hoffentlich. Muss aber warten, bis die Armbrust ready ist. Da sind so gelbe Steine. Okay. Über Kingpaka Boss, da kannst du dich direkt hin porten. Super zum Farmen mit Dick Toes. Kingpaka. Habe ich den schon auf der Map? Nee. Nee, keine Ahnung. Ich habe halt nicht viel aufgedeckt, weil ich das im Stream machen wollte. Das ist so geil, wenn der Bowser hier am chillen ist in der heißen Quelle. Sag mal, warum transportieren die jetzt eigentlich gerade so wenig? Oder habe ich das aus Versehen rausgenommen? Nee, doch. Du kannst nur transportieren, oder nicht? Oder eher. Einer von beiden. Ja, weil so eine Farm, die macht es so viel einfacher. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Braucht man. Nummero Fox. Danke für den Vorstand. Südwestlich ist der Vulkan. Danke für die Info Content Crater. Content Cater wäre immer. Kuss. Südwestlich. Da gehen wir gleich hin. Armbrust ist da. Dann mache ich nur noch hier die neuen Aufträge. Damit die auch was zu tun haben, während ich weg bin. Ja. Ja, da wird noch gemacht. Alright. Dann los, oder? Habe ich Nightwing im Team? Ich glaube, das habe ich vergessen. Kann das sein? Wusste ich ja was vergessen. Vorhin, als ich hier war. Komm her. Und fliegen ist wirklich das Geilste. Let's go. Kostet aber natürlich auch krass viel Ausdauer. King Paka ist schon auf der Map zu sehen. Hä? Ich habe die doch gerade erst aufgerufen. Nichts gesehen. Wo ist er denn? Ach, dieser D... Level 23. Ja, gut. Den, äh... Wollen wir den zuerst machen? Ist sogar einigermaßen in der Richtung, ne? Dein Metallspear. Ah, shit. Aber auf den warte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Obwohl ich so viel Metall hergestellt habe, ist es immer noch dauerhaft aus. Ja, mach den Boss zuerst. Okay. Aber... Wir haben ja gerade schon gesehen, wie wild das ist. Auch wenn man denkt, man ist OP. Okay. Es geht ab. Ich hoffe, dass die Armbrust hier, äh... stark helfen wird. Was ist denn der überhaupt für ein Typ? Ist das ein Pflanzen- oder ein Normal-Dude? Ich kann es nicht erkennen. Ein Packer. Keine Ahnung. Das könnte ja vom Typ sein. Ich würde sogar sagen, normal. Komm, schnell herstellen. Lass das mal sein hier. Wird's nicht so wichtig. Komm hier rüber, Digga. Ehre. Hey, die da. Keine Ahnung für die Mitgliedschaft. Wie viel tragen. Aber, ja gut. Bisschen Trash habe ich schon bei mir. Den wir jetzt nicht brauchen. Ja, Essen ablegen ist immer so eine Sache. Das hier ist auch Müll, ne? Ich glaube, das haue ich direkt weg. Braucht kein Mensch. Das haben wir nicht mehr nötig, sowas. Okay, ready. Dann, go. Ja, der ist Typ normal. Okay. Hat normal in diesem Spiel überhaupt eine Schwäche? Ich meine mich zu erinnern. Unlicht, aber ich bin nicht sicher. Oh, der ist ganz schön weit weg eigentlich. Das Fliegen frisst schon krass viel Ausdauer. Kann man das nicht noch irgendwie reduzieren, dass es so heftig ist? Außer per Level-Upgrade. Absteigen. Also man könnte auch hinreiten eigentlich. Vielleicht besser. Schatten? Ausgerechnet jetzt habe ich den nicht dabei, weil der mich vorhin so aufgeregt hat. Oder hat Nightwick noch Schatten als Zweityp? Ne, ne? Ach komm, jetzt können wir endlich mal die Alpaka fangen. Das ist mir noch nie gelungen. Stehenbleiben! Boah, die fliegt richtig schön. Die... Nein! Der Pfeil von der Armenbrust. Braucht aber noch mehr Schaden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie so aggressiv sind. Der andere kann gerne sterben, ehrlich gesagt. Oh. Ja, du musst diese Speere halt auch alle nochmal mühsam upgraden. Komm. Ah, sollte reichen, oder? Schöne Sache. Möpaka gefangen. Das nimmt man mal nebenbei so mit. Und jetzt auf den Boss. Da vorne. Versteht den Hype über Pearl World nicht? Sieht aus wie Fortnite, lol. Ja, aber... Also ich verstehe das Argument jetzt nicht. Sieht aus wie Fortnite. Selbst wenn. Und? Es hat halt einen Hype, weil es... ein Pokémon-Hype hat. Sich aber sehr viel erfrischender spielt als Pokémon. Und besser aussieht. Also eigentlich ist das relativ einfach zu verstehen. Und das war mir auch an Tag 1 schon klar. Also, dass es so heftig erfolgreich ist, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Aber dass es auf jeden Fall ein... äh... ein Win wird für dieses Jahr, das war eigentlich völlig klar. Oh. Was seid ihr denn? Boah, der ist fast gestorben durch den Angriff. Aber perfekt, weil dann können wir ihn easy fangen. Ach, verdammt. Bin so dumm. Blammwurf! Wieso hält der jetzt länger durch? Ach, wahrscheinlich, weil er höher gelevelt war, oder? Wünscht er, Arceus würde so aussehen. Ja, eben. Also, Pokémon Arceus war ja auch erfolgreich, aber war sehr, sehr minimalistisch und scheiße hässlich. Ich glaube, vor allem... Pokémon Arceus-Fans... fühlen Perlworld. Ist der Boss jetzt da drin? Ne. Das ist nur ein... Ah, scheiße. Ein Random Dungeon. Hey, den... Ich glaube, den kenne ich auch noch nicht. Fixie. Das ist ein perfekter Name. Hm. Der ist wieder auf Level 5. Das wird nicht so einfach. Ich vergesse immer, dass wenn ich von dem Ding absteige, dass ich es noch zurückrufen muss, weil er ansonsten angreift. Ja, hoffen wir mal, dass es da noch einen von denen gibt. Legenden Arceus war auch gut gemacht. Ja, die Ansätze waren gut. Die Ausführung war nicht so gut. Aber ich wünschte mir zum Beispiel auch, dass Legenden Arceus... Also, wenn ein neuer Teil erscheint, sie das dann aber besser machen. Weil mir hat es eigentlich auch gefallen. Wixi ist sehr stark. Was? Und broken in der Viehfarm. Hat jetzt gar nicht so gewirkt. Da ist der Rote Wald. Können wir auch noch ein bisschen rumstreifen dann gleich? Und ich glaube, hier auf der Ebene spawnt der König, Dude. Schau mal auf Golden wechseln. Ah, da ist er. Boah, ist der fett. Ach, jetzt verstehe ich's. Das ist der Anführer von den Alpaka. Deswegen auch Kingpaka. Okay, okay. Da gehen wir rein. Ich glaube sogar, ich kämpfe mit Arsox und reite währenddessen auf ihm. Warum denn eigentlich nicht? Aber auch hier gilt wieder, erst mal die kleineren Drecksviecher weghauen. Level 7 ist ja jetzt auch nicht so stark. Drei Pfeile mit der Armbrust, dann ist der tot. Na komm, dann gönnen wir uns den noch schnell. Und jetzt Attacke. Ja, was bist denn du für ein König, wenn du flüchtest? Opfer. Macht der überhaupt irgendwas? Oh nein. Hä, der ist übelst am Rumbuggen. What? Meine Armbrust bringt aber nix. Was ist das für ein Kampf? Was tut er? Du bist ein unfassbarer Loser, weißt du das? Ja gut, jetzt wird er langsam aggro. Und ich sollte vielleicht meine Taktik ändern. Ja, aber ich sag dir ehrlich, also die Armbrust bringt ja wirklich nichts. Da sollten wir schon eher unsere Pelz kämpfen lassen. Und dafür läuft es eigentlich auch ganz gut. Okay. Das war sehr, sehr stark. Aber wir haben ja noch mehr Pelz. Alles gut. Erst 6% Fangwahrscheinlichkeit. Warum das denn? Wo kommt die Wolferock her? Scheiße. Hilfe. Sogar die Attacke von denen erinnert übelst an Wolferock. Torofelsen. Digga, was ist das für ein Chaos? Ich hole mal Arsox zurück, weil ich weiß gerade nicht, wie es um den Boss steht. Ich will den natürlich auch fangen. Das ist der eigentliche Turmboss von Gebiet 1. Nee. Oder willst du mir sagen, ich habe im ersten Stream den Turm 2 Boss besiegt? Also dieses Electric... Warum hat der wieder alle Leben? Junge, das ist ja mal so was von verbuggt hier. Was? Der hat ja eigentlich nur noch 25% oder so. Ja, und jetzt? Jetzt schläft er einfach. Komm, wir kämpfen weiter. Ich glaube, jetzt ist zumindest die Rate der Perls, die sich einmischen, relativ gering, weil die ja bei Nacht grundsätzlich fast alle schlafen. Aber ich fühle mich jetzt schon verarscht. Und selber kann ich nichts machen. Boah, also von dem zerstampft werden? Aua. War es zu weit weg? Eigentlich nicht. Bei Chillit hatten wir ja auch eine ähnliche Situation. Da ist das auch nicht passiert. Komm zurück. Der nächste. Moment mal, hast du eine Unlichtattacke drauf? Oder war das Drache? Ah, nee, das war wahrscheinlich Drache. Ja. Boah, wie die mir mit dem Hunger auf den Sack gehen. Schnell. Gib's ihm. Von mir aus soll der rumbacken. Ja, die Bosskämpfe, die müssen die auf jeden Fall noch ordentlich patchen. Komm zurück. 13%? Was? Ich glaube, wir können den nicht fangen. Da braucht man wohl schon eine Terror-Sphäre für. Oder ein höheres Fang-Level. 16%. 16%. Komm. Ja, okay. Wir haben Ultra-Glück. Wir haben Ultra-Glück. Aber von allen drei Bosskämpfen, die wir gemacht haben, war der am meisten verbuggt. Und auch somit am schlechtesten. Fuak? Ich glaube, Fuak kenne ich noch nicht. Nee, kenne ich noch nicht. Was bist du denn? Sieht eigentlich auch ganz süß aus. Guck mal her. Hä? Ich habe mich doch getroffen. No way. No way. Sag mal, ist das dein scheiß Ernst? Wir haben gerade einen Boss mit Rate 15 gefangen und du willst mich jetzt hier zweimal trollen, oder was? Lächerlich. Schlechtester Boss, aber der hübscheste. Also ich mag die Wasserente eigentlich noch mehr. Oh, ich glaube, da ist Zickzacks. Zickzacks. Ja. Ja, dass der jetzt nur zwei, drei Hits aushält, habe ich nicht erwartet. Scheiß. Gibt es hier irgendwo einen Teleporter? Ja, da. Lass den mal suchen. Wieso muss man Pals schlagen? Tja. Kannst du ja auch schlachten. Habe ich auch schon gezeigt. Am Anfang des Streams. Ah, euch kenne ich schon. Oh, ich glaube, da ist so eine Livmonk-Statue, die man braucht für Upgrades. Also, sehr wichtig. Pals müssen wissen, wer der Boss ist. True. Ja, das war Zickzacks. Zickzacks gibt Knochen? Warte, habe ich welche erhalten? Tatsächlich. Oh, dann war es gar nicht so schlecht, dass ich den gekillt habe. Wobei du die Sachen meist ja auch bekommst und die entfängst. Kann man die auch irgendwo farmen? Kleines Dorf? Gibt es hier was Wichtiges? Ach so, da sind wieder Gegner. Oder sind die lieb? Ah, ne, die sind lieb. Aber ich glaube, diese ganzen NPCs, die sind nicht so interessant. Die sagen nie was Wichtiges. Aber kann mir jemand sagen, was das für einen Nutzen hat? Also kann man hier mit Leuten handeln oder sowas? Ja, scheinbar, ne? Ach so, dafür sind wahrscheinlich diese Goldmünzen da. Man kann Pals kaufen? 1700 Geld? Sind das jetzt die, sind das die Goldmünzen oder? Ja, doch. Ja, Gold. Okay. Habe ich aber leider noch nicht genug. Trotzdem cool, dass das geht. Menschen kannst du auch fangen. Aber ist das, ist das nicht auch ein Bug? Wir haben das mal gegen diese Rookies probiert und das hat nicht funktioniert. Hier sind die Baupläne. Wow, dann braucht man aber wirklich viel Geld sogar in dem Spiel. Weil so unwichtig ist das Zeug nicht. Oha, okay. Aber hey, wenn der Vulkan südwestlich ist, müsste er dann nicht hier sein? Passt doch eigentlich gar nicht. Zickzacks, was denkst du dir eigentlich? Kleine Drecksau. Warum hat das nicht gezählt? Aber ich glaube, die blauen Palsfern, die sind langsam auch wirklich für den Arsch. Außer du hast den auf 1, 2 Kp. Ja, also dafür sind die noch gut, aber sonst für den Arsch. Fang doch einen Menschen. Ich habe das, wie gesagt, schon probiert. Das hat nicht funktioniert. Oder geht es jetzt doch? Nö. Oder geht es nur bei bestimmten? Welche denn? Es wird halt nichts angezeigt. Ja gut, es gibt einen Unterschied zwischen Dungeon und Höhle anscheinend. Obwohl beides, glaube ich, Dungeon heißt. Unten links auf der Karte sind Koordinaten bei minus 352 und minus 492 fängt der Vulkan an. Ach, es geht hier noch weiter. Ach so. Minus 350 und 400 noch was, hast du gesagt. Ja, keine Ahnung. Ungefähr hier scheinbar. Da... werde ich aber weit fliegen müssen und das kann ich eigentlich nicht. Aber klar, wir können es riskieren. Schlagen und dann werfen. Dann fange ich aber die Frau, weil der ist auf Level 30. Sie ist nur auf Level 2. Weil was bringt mir das dann eigentlich? What the fuck? What the fuck? Wo willst du hin? Hä? Das ist super, super unwahrscheinlich übrigens. Lohnt sich nicht mal. Wie sie trotzdem noch lacht. Ne, also da würde ich mal die ganzen goldenen Bälle verschwenden. Ihr habt ja gesehen, das hat Chance. 19%. Aber es scheint wohl zu gehen. Geht nur bei Wilderen. Ja, also wenn wir noch mal welche treffen, dann kann ich es bei denen noch mal probieren. Boah, das ist ja mal anders weird. Ich würde mir gerne noch ein Megaschild machen, bevor ich in die Vulkanregion gehe. Aber ey, selbst wenn es funktioniert, was kann man dann mit den Menschen machen, bitte schön? Ich habe schon 10 Menschen. Oh, noch so ein Vieh. Okay. Eigentlich gut, weil... Dann kann ich den hier entlassen. Komm, wir schlachten den. Oder ne, hat er nicht verdient, das Level 30. Oder 26. Ähm, und... Bring das neue ASOX rein, was halt ein Upgrade wäre. Da. Yeah. Kannst du auf dem Schwarzmarkt verkaufen, Menschen... Nein! Menschenhandel und Versklavung? Bro, was? Arbeiten im Handwerk. Versklavend. Dieses Spiel. Was ist mit diesem Spiel? Fuck. Für alle, die es nicht mitbekommen haben... Und weil das gerade zum Thema passt... Das geht auch. In diesem tollen Spiel. Das ist so gottlos. Oh... Haben wir jetzt schon die... Feuerrüstung eigentlich? Habe ich die noch gar nicht gemacht? Och, nö. Schon wieder so ein scheiß Überfall. Dann sollten wir die Feuerrüstung natürlich noch herstellen, bevor wir zum Vulkan gehen, weil sonst wäre das ziemlich dämlich. Was kommen da für Spackbos? Menschen? Ah, nein. Die Viecher. Die explodieren, ne? Wie soll man die eigentlich dann fangen? Na gut, solange sie einen nicht sehen... explodieren sie auch nicht. Aber ist natürlich schon gefährlich. Ach, leck mich am Arsch. Und den anderen schnell umbringen. Komm. Bevor die noch irgendwas zerstören. Kill den. Da sind ja noch deutlich mehr. Oder was ist hier gerade hochgegangen? Irgendwas ist hier gerade explodiert. Sieht aber eigentlich alles okay aus. Ey, ich bin so verwirrt, was das angeht. Diese Überfälle sind so krass weird. Gefolgt von den Bosskämpfen. Apropos, was bringt denn der König eigentlich? Kann der irgendwas Besonderes? Das ist ja mal übelst der Schwanz. Der kann einfach nur aussehen, Level 1. Und das war's. Aber ich glaube, der hat viele K.P., ne? Ja, aber... Bruder. Was ein Opfer. Menschen, die explodieren einfach während der Arbeit. Also bei denen würde ich wirklich aufpassen. Ich weiß gar nicht, bringen die was fürs Arbeitslager? Wenn die ein Lager angreifen, muss man immer sehr vorsichtig sein. Wo ist das scheiß Drecksvieh? Da. Kann auch nur aussehen, Level 1. Also die sind, die sind kompletter Müll einfach. Kompletter Müll. Wo ist mein Chilid? Da. Feuerrüstung. Let's go. Ich hoffe, wir haben genug Eisen. Ne, das ist sie. Wir haben nicht genug Eisen. Und auch nicht genug Stoff. Scheiße. Ja, wobei, das mit dem Stoff ist kein Problem. Ich kann sogar Zement herstellen mittlerweile. Ah, wegen dem Knochen. Geilo. Sehr erfreulich. Ja, lass ein bisschen Erz holen. Ich denke, drüben ist genug. Im Arbeitslager. Können auch Magengeschwüre bekommen. Ja, das ist so lustig. Ich glaube, mittlerweile ist der geheilt. Aber warte. Ich guck mal nach. Ja. Ich hatte hier einen, der hatte Knochenbruch von der Arbeit. Seine ganzen Knochen sind gebrochen. Dann ist er jetzt noch erkältet. Die können auch depressiv sein und Burnout haben. Alles halt, wenn sie zu wenig zu essen haben. Wenn sie nicht schlafen können. Wenn sie nicht in dem Teich baden können, um sich zu erholen. Ich weiß nicht aber, ob die auf der Arbeit auch sterben können. Das ist mir nicht bewusst. Kann aber durchaus sein. Ah, doch, hier ist er. Da steht es. Oben rechts. Knochenbruch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das heile. Weiß es jemand? Weil der kann seitdem nicht mehr arbeiten. Ne, aus irgendeinem Grund transportieren die nicht mehr richtig. Woran liegt das denn? Hä? Das ist echt komisch. Ich verstehe es nicht ganz. Du kannst alle Pengulet entsaften. Nehmen an, dann steigt auch die Zufriedenheit. Mit Medizin. Mit der Spritze. Aber ich... Moment. Ich glaube, braucht man nicht ein spezielles Pell, das Medizin herstellen kann? Weil ich kann die ganzen Sachen da nicht herstellen. Außer ich mache es selber. Muss das ein Pell machen? Wenn ja, wer? Kann das vielleicht Daydream? Oder der Typ? Ah hier, Arzneimittelherstellung. Es ist tatsächlich ein Skill. Aber er kann es auch nicht. Ich glaube, keins meiner Pells kann das. Shit. Ne. Verdammt. Ne. Offensichtlich habe ich keinen Kleriker im Team. Leider. Müssen wir noch suchen gehen. So lange bleiben seine Knochen gebrochen. Geh doch zur Naturzone. Da gibt es Baupläne für Waffen, Rüstung, Kisten und seltene Pells. Ich weiß leider nicht, wo die ist. Livmonk kann das. Aber der ist doch sogar hier im Team. Und ich habe das hier schon vor dem Stream beauftragt. Warum macht er das dann nicht? Tatsächlich? Wieso macht er das denn nicht? Wie kann ich ihm das sagen? Was soll die Scheiße, Mann? Irgendwie kann man das denen doch sagen. Oder braucht man dafür erstmal dieses... Es gibt da auch so ein Ding, was man bauen kann. Aber ich glaube, es geht auch ohne, oder nicht? Und zwar... Das war hier unten irgendwo. Aufheben und hinwerfen. Ne, das habe ich schon ein paar Mal probiert. Auch bei anderen Pells. Das hat nie funktioniert. Es gibt da ein... Verdammt, wo ist der Scheiß? Aufsichtskanzlei. Von hier aus kannst du Pelz im Lager Aufgaben zuweisen. Überarbeite sie nicht so sehr. Doch. Probier's mal damit. Werfen hat aber nie funktioniert. Vielleicht ist es jetzt Vorführeffekt und dann macht es trotzdem. Das war ja klar. Digga, ich habe das wirklich schon so oft gemacht. Bei anderen Sachen. Das hat nie funktioniert. Well... Ich glaube, ich baue diese Kanzlei jetzt aber trotzdem da hoch. Kommt die da überhaupt hoch, um das zu bauen? Ich glaube, das muss ich jetzt selber machen. Ach, dauert gar nicht so lang. Ins Team und dann werfen. Ja, okay, stimmt. Das hat... Das funktioniert immer. Ja, 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 ja. Darauf hätte ich kommen können. True. Man kann Kingpacker reiten. Ja, pff. Aber irgendwie begeistert mich der nicht. Arbeiten, Schuften. Brutale Arbeit. Was? Ach so, ich kann hier festlegen, wie heftig sich die überarbeiten sollen, oder wie? Ja, hier. Arbeitstempo maximal. Bewegungstempo maximal. Geilwertreduzierung. Das ist, glaube ich, die Zufriedenheit. Und Sattheitsverlust maximal. Ach, Scheiße. Ja, komm. Wir lassen es mal in der Mitte, oder? Aber die werden so depressiv werden dadurch. Eigentlich brauche ich das Ding drüben im Arbeitslager und dann alles auf maximal. Ach, du Scheiße. Das Spiel ist so ehrenlos. Aber lass mal wieder was Sinnvolles tun. Achso, warte. Ich habe immer noch nicht die Feuerrüstung gecraftet, ne? Nicht zu lange machen, sonst haben alle Depressionen. Ja, ja, ja. Ich kann es mir vorstellen. Immer noch nicht genug Metallbahn. Was ist da los? Verdammt. Ich muss das wirklich drüben noch bauen. Ganz wichtig. Das Ding ist so kacke. Das Lagerfeuer hat mir besser gefallen. Nicht nur optisch, sondern weil da anscheinend wirklich ständig jemand dran blasen muss. Ich dachte, ich hätte noch ein normales All. Wo ist denn das? Naturzone 1 ist bei 90, minus 780 auf der Karte im Wasser. Kann ich nicht versprechen, dass wir die heute noch finden werden. Jetzt soll ich ja erstmal zum Vulkan fliegen und das versuche ich jetzt auch. Mit der Feuerrüstung aber. Oh, und lassen wir uns noch das Schild machen. Das ist eigentlich recht easy. Habe ich nicht sogar Palliumbruchstücke in Auftrag gegeben? Yes. Sehr gut. Mach besseres Essen, dann gibt es weniger Kranke. Eigentlich biete ich denen schon immer ganz geiles Essen. Na gut, aktuell ist gar kein Kochtopf da, weil das Lagerfeuer weg ist. Dann schalte ich den mal frei. Also aktuell, glaube ich, leben die nur von Bären. Ist zwar gesund, aber sättigt halt jetzt auch nicht, wenn man so eine heftige Arbeit machen muss. Da ist er, der Kochtopf. Damit lässt sich eine größere Vielfalt an Zutaten verarbeiten und das Kochen ist kinderleicht. Ja, chillig. Kostet aber auch wieder Metallbarren. Nein! Ich brauche mehr Metall, verstanden? Shit. Wir müssen ein bisschen hin und her travelen gleich. So. Hol mal ein neues Erz. Und ich werde die drüben jetzt so heftig ausbeuten. Die werden so depressiv. Ach nein. Muss mich erst wieder um diesen Scheiß kümmern. Weißt was? Ich glaube, ich stelle das aus das nächste Mal. Weil das ist so ein Abwag. Wenn es wenigstens Menschen wären, dann könnte man nice Sachen von denen bekommen. Aber wenn es Pals sind, dann ist es eigentlich immer lame. Oh, es sind Menschen diesmal. Oder ihr habt sowas und keine Chance. Ja, greif doch an! Warum machst du nichts? Du sollst kämpfen! Alles gut. Hab nichts gesagt. Passt schon. Alles gut, Digga. Ich wusste, du wolltest es nur spannend machen. Ja, moin. Hat sich jetzt aber schon durchaus gelohnt hier. Geil. Alles klar, dann wird jetzt ausgebeutet. Wo packen wir das hin? Hier, oder? So, jetzt ist euer Leben vorbei. Brutale Arbeit. Lillis Speer hat nur 450 Angriff. Meine Pistole 532. Die Entscheidung ist gefallen. Wenn ich beim Vulkan war, stelle ich die erste Pistole her. Weil wir brauchen ja das Schwefelzeug ohnehin. Oh, wie brutal die... Ach nee. Das sah so aus, als wären das Pfeile gewesen. Das sind immer nur so komische... Seile. Okay. Let's go back. Wahrscheinlich, wenn ich wiederkomme, sind alle tot. Der greift erst an, wenn wir die Base erreicht haben. Eigentlich nicht. Die müssen... Also normalerweise müssten die sofort angreifen, wenn ich angreife. Aber du kannst es ja auch hier zuweisen. Im Notfall. Oh. Das ist schön. Ah, jetzt sind hier auch viele neue Gerichte aufgetaucht. Die man vorher noch gar nicht machen konnte. Mach aber die gute, nicht die schlechte Pistole. Lohnt sich nicht. Ich... Ja, ja, ja. Ich mach nicht die kaputte. Mach die normale dann gleich. Wenn man auf Level 29 bekommt. Oder vielleicht sogar als Zwischenschritt die Büske. Ist die okay? Die sieht eigentlich okay aus. Die da. Ah. Muskete. Ähm. Aber die hier... Die hier ist Schmutz. Obwohl man die auf Level 25 bekommt. Die Frage ist, ist die auch Schmutz? Betäubungsknüppel ist geil. Aber ich habe keine Elektrodrüsen. Ah, es gibt auch, äh, elementresistente Metallrüstungen. Das sind wahrscheinlich die besten. Ah, für die Terrasphären brauche ich Zement. Und den kriege ich aus Knochen, ne? Ich brauche so dringend Knochen. Die Machete macht gut Damage. Auf welchem Level ist die denn? Diese... Diese Knarre hat High Damage, aber lange Ladezeit. Pistole ist besser. Okay. Schon einen Scheine gefunden? Ne, leider nicht. Mega Schild haben wir jetzt aber. Den alten kann ich dann eigentlich sogar in den Müll hauen, oder? Ich brauche den dann nicht mehr. Oh, wir haben Medizin bekommen von diesen Angreifer-Dullis. Ich glaube, das bringe ich aber auch rüber ins Arbeitslager. Pff. Die werden das eher nötig haben. Du hast einen Scheine? Nein. Woher denn? Sag mir nicht, ich habe eins gefangen, ohne es gemerkt zu haben. Pff. Noch sehen sie einigermaßen fröhlich aus, ne? Wobei, er nicht. Meine Freundin suchtet das Spiel schon in der Lade 37. Weil es hat wirklich einen heftigen Suchtfaktor. Also halt ähnlich wie Pokémon auch. Am Anfang ist es zwar so ein bisschen Abfuck, weil es etwas zäh ist, aber je höher man gelevelt ist und je mehr Sachen man freigeschaltet hat, desto mehr passiert auch automatisiert und du hast das dann einmal einfacher. Und dann macht es auch Spaß, die ganzen Sachen freizuschalten und so. Wir müssen dann auch diesen Quatsch freischalten. Die Maschinenpistolen für die Perls. Bei ihm habe ich es schon freigeschaltet, muss aber noch gebaut werden. Wir brauchen dringend mehr Paliumbruchstücke. Das reicht nicht, oder? Ne, noch 10. Aber ich frage mich, ob wir es überhaupt zu dem Vulkan hinschaffen werden. Ich habe schon mehrere Shinies gehedged. Ach, aus dem Ei kommen die auch? Ja, es soll ja auch krasse... krasse Eier beim Vulkan geben. Vielleicht habe ich Glück. Es gibt auch drei Legis. Lol. So. Kommst du, Elektro-Heini? Gut. Ich will nämlich langsam los. Oh nein. Livmonk ist depressiv. Aber ihr seid alle austauschbar. Ich habe doch auch sicherlich einen zweiten. Dann haue ich dich einfach raus. Du wirst entlassen. Ja. Hier, komm. Kannst gehen. Du wurdest ausgetauscht. Ja, da liegen gefühlt überall Eier. Hä, aber kurze Frage. Warum schlüpfen die nicht? Ich meine, es ist doch beim Vulkan. Da ist es warm. Okay, passt. Oh, wieso ist der jetzt weggegangen? Krasse Falschaussage. Shinies gibt es nie beim Breeding. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur aus dem Chat gelesen. Victorio Swiper, danke für die Mitgliedschaft und Sven für zwei Menschen. Du musst einfach auf einen Menschen werfen, dann kannst du ihn fangen. Habe ich jetzt vergessen, ne? Beim Überfall. Sorry. Aber Menschenhandel ist mir auch eine Stufe zu assi. Muss jetzt wirklich nicht sein. Boah, wir brauchen dringend so einen Fertiger, Stufe 2. Gibt es eigentlich noch irgendeinen Boss, den wir machen können? Oder sind die alle OP? 38. Ja. Er wird schwer, aber könnte man probieren. Der auch. Ja, ich werde es probieren. Aber wo zum Teufel ist der zweite Turm eigentlich? Den man schaffen kann. Den fahrenden Händler kannst du fangen und dann immer einkaufen. Das klingt nützlich, aber ich habe noch nicht mal den fahrenden Händler getroffen. Leider. Klingt aber auf jeden Fall nützlich. Du hast ein Shiny-Huhn. What the? Dann sag mir aber mal wo. Sieht man das? Für mich sehen die alle gleich aus. Das ist orange. What the fuck? Vor allem woher denn? Steht das nicht irgendwo in dem Bericht? Irgendein Zeichen? Also ich habe gehört, dass die Shinies auch immer größer sind. Ich muss sie nach Alpha Pelz sortieren. Stämmiger Wuchs. Ganz normal. Shiny ist an meinem Sternensymbol. Steht außergewöhnlich unten. Ja, steht bei keinem von meinen. Also, Scam. Workaholic. Selbstzerstörerisch. Selbstzerstörerisch. Das Spiel hat schon echt lustige Aspekte. Ja, die sind immer größer und haben ein Glitzer-Symbol neben dem Typ. Ja, na also. Gut. Rüstung ist ready. Dann sind wir es auch. Aber ob wir es da hinschaffen, weiß ich nicht. Hoffe es. Eigentlich brauche ich nur diese zwei Waffen. Den Rest bringe ich in die Kiste. Wir müssen ja nicht so viel mitschleppen dann. Wobei selbst die jetzt mittlerweile auch schon wieder fast überfüllt ist. Uff. Ja. Ach, man kriegt dann zehn Zement raus? Moment mal. Kann ich mir dann nicht sogar mehrere von den Meisterbällen machen? Wobei, ich weiß nicht, ob es noch bessere Bälle gibt. Aber Stufe 4 ist schon krass. Auf der kleinen Insel neben deiner Markierung ist ein Boss. Was ist denn da eine Insel? Kann mal jemand hier das scheiß... Ey, aufwachen! Ach, man kann die nicht aufwecken? Oh. Ja, gut. Dann halt nicht. Ich versuche es zum Vulkan zu kommen. Aber es wird schief gehen, glaube ich. Wie viel von denen habe ich 15? Von denen 65. Okay, wir bleiben mal bei den grünen. Hier die Richtung war es, ne? Ich glaube, wir versuchen erstmal hier hin zu kommen, weil da war ich auch noch nicht. Ähm, da scheint es aber auch keinen Spawnpunkt zu geben, was ein bisschen seltsam ist. Aber es wäre schon wichtig, dass wir jetzt auf der Erkundungstour so viele Checkpoints wie möglich erreichen. Aber die sind doch auch immer auf der Map gekennzeichnet, sprich es gibt da keine. Was zum Teufel? Vulkan bist du nicht ready für? Naja. Um ein bisschen Schwefel zu holen und ein paar Eier soll es reichen, haben die gemeint im Chat. Wenn nicht, dann werde ich es jetzt erfahren. Oder meinst du, ich komme gar nicht hin? Ah, wait. Ich glaube, wir sind stupid AF. Weißt du, was klug gewesen wäre? Wenn wir noch einen Surfpal hätten. Oh, da ist der Süße. Der ist so cute. Komm zurück, lass ihn in Ruhe. Der ist so cute. Leider habe ich den noch nie gesehen. Nein! Der kann bestimmt nichts, aber der ist so cute, ich will ihn haben. Celery. Oh, der ist so nice. Warte, vielleicht kann der ja doch irgendwas krasses. Typ Wasser, transportieren und Bewässerung. Naja, ist gar nicht so bad. Ah, und von ihm bekommt man Perlsaft. Auch gar nicht so unwichtig. Dein Wasserperl im Team Kanzwerfer. Yes, that's right. Aber, ich habe den Sattel noch nicht hergestellt. Oder? Nee. Ich glaube, ich habe den nicht hergestellt. Ziemlich sicher nicht. Gesperrt? Gesperrt. Ja. Haben wir noch nicht. Fuck. Okay, komm. Aber wir schauen uns hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch einen Spawnpunkt. Dann können wir ja zurückgehen und das nachholen. Und ich glaube, dann sollten wir auf jeden Fall auch den Vulkan erreichen können. Ich meine, warum nicht? Wo ist zum Teufel, ist dieser Wasserelefant eigentlich? Den suche ich auch schon ewig. Kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Das Wichtigste ist eigentlich bei den Vogelpelz, dass sie so Sachen wie Blitzschnell haben. Ja, stimmt. Ich habe halt nur ein einziges Nightwig gefangen. Vielleicht ist der ja besser. Da ist der Elefant! Warte mal, der geht kurz vor. Nein, bleib stehen. Bleib stehen, Cutie. Bleib da. Boah, er ist fast tot. Yeah, wir haben ihn. Kann der irgendwas? Nee, der kann safe gar nichts. Schade, dass man den Bericht nicht immer sofort öffnen kann. Ja, der kann nur Bewässerung. Der ist halt süß, aber er ist nutzlos. So, komm, wir probieren es mal. Vielleicht hast du ja Blitzschnell. Dann wäre das ein besserer Flugvogel. Ganz klar. Wow, schön vom Himmel geholt. Scheiße. Ach, komm. Gön. Steht das da? Nein, oder? Nee, das sehen wir dann wahrscheinlich erst in der Box. Aber du hast recht, ja. Weil dann könnte er natürlich viel, viel schneller fliegen. Der Elefant kann heilen. Oh. Ja gut, das ist... Not bad. Wie bekommt man diese Stahlschlüssel? Gönn. Fuck. Kommt aus dem Ball raus. Wird sofort getötet. Wollte ich doch gar nicht. Ich mach das jetzt nur für EP. Ich hab gerade einen Ort in der Karte gefunden, wo der Boden instabil ist und man unter der Map fällt. Ja, es gibt noch ein paar Clipping-Glitches, aber es wird ja auch aktiv an dem Spiel gearbeitet. Also das wird alles noch gefixt, denke ich mal. Unwahrscheinlich, dass wir noch was finden, das interessant ist, aber wir bleiben dennoch mal hier. Ich verstehe halt nur nicht, dass es hier halt gar keinen Spawnpunkt gibt. Ist das da vorne wirklich der einzige? Das ist ja richtig weird. Also die Verteilung von den Speicher-Statuen ist echt seltsam. Meinst du, du könntest einen Server öffnen mit Community? Das geht schief. Ich glaube, hier ist echt nichts. Warum können die manchmal die Sphären zurückschleudern? Das ist so ein Schwachsinn. Ich meine, der ist auf Level 2 und ist so ein Evoli. Was denkt der denn, wer er ist? Die Schlüssel gibt es bei Lagern von Menschen, glaube ich. Ja, könnte sein. Oh, da vorne wieder Knochen. Wichtig. Gib mir Knochen. Dich auch für EP fangen. Let's go. Du denkst, du kannst flüchten oder was? Wovon träumst du nachts? Ah, scheiße, er ist tot. Den haben wir vorhin schon gefangen. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Und dann suche ich nur noch nach einer Möglichkeit zurückzugehen. Das hier stand der einzige zu sein, leider. Sehr komisch. Komm, wir fliegen, weil es geht schneller. Komm her. 30 Euro kostet das Spiel, ja. Außer... Oh, Lifemang-Statuel. Außer Game Pass, dann halt... Quart nix. Ich spiele auch Game Pass PC-Version. Das Geile ist aber, und das finde ich wirklich strong bei Microsoft, du kannst deinen Spielstand sowohl auf PC als auch auf Xbox verwenden. Also, wenn ich jetzt hier aufhöre und ich sag mir dann später... Ich will jetzt chillig auf der Couch, auf der Xbox weiterspielen, dann geht das. Das ist halt geil. Das ist wirklich geil. Okay, wir kommen immerhin noch in den Wald. Aber ich glaube, da gibt es hauptsächlich... Zickzacks, oder? Und der Elektro-Typ. Es wird Nacht. Die Nacht ist scheiße. Wobei, nee, stimmt nicht. Es kommen ja auch neue, neue Perls. Hm. Die Ente? Die haben wir jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Oh, da ist ein Feuerei. Können wir mal mitnehmen? Packel. Ah, man sollte immer zu Hause sein, wenn es dunkel ist. Automatisch, oder muss man das einstellen? Also, bei mir geht es automatisch. Es müsste bei jedem so sein. Du hast... Also, die Spielstände werden ja automatisch in die Cloud geladen und dann erkennt die Konsole schon, beziehungsweise der PC. Okay, aha, da ist was und dann wirst du schon gefragt, jo, willst du synchronisieren? Und dann geht das ganz entspannt innerhalb von Sekunden. Gibt es das auch physisch? Nee. Ist halt Early Access digital. Da vorne ist noch ein Wassereil. Ah, einmal zu viel. Oh, hier ist es kalt. Ach nee, Quatsch, es liegt an der Nacht, glaube ich. Ja, wir müssen, wir müssen zurück. Bin genau in der Mitte zwischen drei Spawnpunkten und dass es kein Ei, das war eine Perls, wäre. Ich hoffe, wir können den Surfer schon herstellen, weil dann hält uns eigentlich nichts mehr auf. Das Steam Deck fragt gar nicht, ob ich synchronisieren will, das macht einfach. Ja, ist auch ganz nett. Vielleicht kann man das auch einstellen, dass er das sofort macht. Ab welchem Level kann man auf Nightwook reiten? Ich glaube 15. Ja. Okay, schnell zurück. Und dann gucken wir mal. Ja, den Surfer kannst du schon herstellen, zumindest eins von der Perls. Ja, es könnte halt sein, dass Materialien fehlen. Aber wir haben eigentlich sehr viele verschiedene Sachen. Nee, es fehlt tatsächlich was. Sehr gut, Bruchstücke, kein Problem. Ja, in beiden Fällen Bruchstücke. Vielleicht sind die sogar schon fertig. Ich glaube, ich habe welche in Auftrag gegeben. Mhm. Wofür ist eigentlich Holzkohle? Kein einziges Mal gebraucht bisher. Als ob niemand den Zement fertig gemacht hat. Ey, ihr Opfer. Ey, wirklich. Ich schaue dann gleich mal, ob wir den roten Ball herstellen können. Das wäre schon nice. So, ich will mit ihm surfen hier. Wie kann man eine zweite Perlbox bauen? Du brauchst Level 10. Aber... Es war... Depressiv, Knochenbruch und Verstauchung. Ich glaube, ich gönne ihnen wieder ein bisschen mehr Erholung. Du brauchst Pellbox Level 10. Dann kannst du ein zweites Lager aufbauen. Ich habe auch nur bis Level 10 gemacht und dann drüben das Arbeitslager errichtet. Apropos. Während es hier gefertigt oder rumgeheult wird, holen wir noch neues Erz. Aus dem Arbeitslager. Aber wenn die hier schon weinen, wie scheiße geht es denen da drüben denn jetzt bitte? Erkältet. Oh, sonst geht es, oder? Joa, könnte es schlimmer sein. Die halten gut durch. Stabil. Wie ist deine Bilanz bis jetzt zum Game? Ja, ich mag es. Also die haben das schon clever gemacht. Offensichtliche Anspielungen an Pokémon fürs Marketing. Und ansonsten was Neues draus gemacht. Ist einfach eine kluge Sache. Und was ich im ersten Stream nicht wusste, ist, dass du es halt auch runterstellen kannst, wenn es dir zu grindy ist. Also, somit ist das Spiel eigentlich für jeden gut spielbar. Selbst wenn du nur eine Stunde am Tag zweit hast zu zocken, kannst du dann trotzdem gut weit kommen, wenn du es dir entsprechend einstellst. Und mal ehrlich, das rumrennen, Experience farmen, Sachen einsammeln und so, ist ja eh nur Zeitverschwendung. Klar, manchen macht es Spaß, aber vielen auch nicht. Und dann ist es doch cool, wenn man das einfach runterdrehen kann. Das sollte es in allen Spielen geben. Aber ich glaube, das geht sogar in Ark, oder? Was wollte ich eigentlich tun? Hier, Surfer. Wollte ich noch was an... Ach ja, die roten Bälle. Hä? Hab ich die noch nicht freigestaltet? Oder braucht man dafür eine bessere Werkbank? Ernsthaft? Oh, nee, ey. Welche denn? Ach, da, oder? Das da? Damit läuft die Produktion von Palsfern noch schneller. Für die Arbeit benötigt man Pals, die Handwerk beherrschen. Muss es das sein, oder gibt es... Dein Elektroperl ist tot? Digga, was? Ich mochte den, warum? Hat der sich überarbeitet? Ich glaube, ich kann den aber heilen, wenn ich den da reinstelle. Ja. Wow. Ich glaube, der hat sich totgearbeitet. Ja, in Ark geht das auch. Okay, nice. Das sollte es wirklich in allen so Farming, Grinding Games geben. Ja, du brauchst das Fließband. Das wird safe. Krass viele Ressourcen fressen. Palium pro Stück, Metallwaren. 100! What the fuck? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Dann lass erst mal ohne den roten Ball gehen. Guck nicht so. Scheiße, Mann. Zwei von denen sind depressiv. Ich tausche die einfach aus. Und ihr seid entlassen. Wer nicht dankbar ist für die Arbeit hier, der kann gehen. Was soll das denn? Knochenbruch. Ach was? Ihr macht alle zu wenig Sport. Fickse, ey. Was für Opfer. Komm, Eisenhärz holen. Damit treibt seine Pelz in die Depression. Tja. Wenn sie so undankbar sind, kann ich ihnen auch nicht helfen. Naja, das Problem ist, jetzt kommen die mit der Eisenerzproduktion auch nicht richtig hinterher. Shit. Bleibt mir nichts anderes übrig, als ein bisschen zu warten. Genug Futter haben sie aber. Okay. Moral. Ja, einer ist erkältet. Den können wir vielleicht austauschen. Arbeitet mir zu langsam. Und ich will auch nicht, dass er die anderen ansteckt. Ah, wo ist denn der? Da. Achso, der hat... Der hat ja Knochenbruch. Ah... Die Arbeitnehmer von heute, das ist einfach nicht mehr so wie früher. Gestern haben sie mich gefragt, ob ich einen Betriebsrat akzeptiere. Natürlich nicht! Wie kommen die denn bitte auf so einen Schwachsinn? Kann ich jetzt endlich surfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil der Elektro-Dolly tot ist. Ich helf mal mit dir. Das Spiel macht mich gerade, Debrie kommt kaum voran. Ja, aber ich hab ein paar Tipps gegeben. Guck noch mal ganz am Anfang vom Stream. Du musst... Oder stell dir das Experience runter. Level hoch auf was weiß ich, 15 oder so. Dann mach ne Eisenerzfarm und dann steht dir eigentlich schon fast alles offen. Fang den Pelz zum Fliegen. Eins zum Reiten. Das Feuerpel ist auch kurz vorm Burnout. Warum? Vor allem, ich hab die doch jetzt hier sogar wieder runtergestuft. Die haben ein bisschen mehr Freizeit. Das hier ist nur Müll, oder? Wieder so einer. Aber dann können wir den ja auch einfach austauschen. Geil, 0 von 100. Tja. Wenn du so undankbar bist, dann bist du entlassen. Gut. Dann wollen wir mal hier rüber surfen. Erstmal auf die Insel da. Ab wann kann man Entspannungssachen bauen? Es gibt mehr Quellen, oder? Ähm. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Möglichkeiten gibt, denen Entspannung zu bieten, aber die heiße Quelle bekommt man relativ früh. Ich seh's gerade nicht, aber die müsste hier irgendwo gewesen sein. Die bekommt man recht. Ach da. Level 9. Also, mindestens eine ist schon wichtig, damit die sich ein bisschen entspannen können. Das bleibt, bis du ihnen die Tabletten gibst. Ja. Aber solange ich das Personal austauschen kann, verschwende ich mal keine Medizin. Ich glaub, das da oben juckt keinen, oder? Aber solange es noch geht, flieg ich. Da ist ja auch diese Brücke. Oh, und ein Wasserei. Das können wir kurz einstecken. Es gibt noch eine Luxusquelle. Oh. Weißt du das Level? Die würde ich gerne freischalten. Kann ich bestimmt schon. Weißt du das Level gerade? Was ist da eigentlich? Das würde mich echt interessieren. Beste Arbeitgeber. Dankeschön. Oh, warte. Jetzt bitte nicht ersaufen, ne? Na komm, wo bist du? Ich fürchte, es ist bugged. Ernsthaft, jetzt. Ja, das kann ich nicht nur dafür, wenn man Wasserperl einfach nicht spawnt. Jo, noise, Digga. So unnötig, Mann. Wasserperl spawnt nicht im Wasser. Kann man sich auch nicht ausdenken. Seit BOTW gefühlt in jedem Game ein Gleiter. Ja, true. Aber braucht es auch einfach für so eine Open World. Wie holt man die Sachen ohne surfen? Ja, ich surf jetzt einfach von Anfang an. Ich dachte, es wäre cool. Achso, ich habe ja keinen Gleiter. Scheiße. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, zu fliegen und dann auf Wasser zu wechseln. Aber ja, scheint leider rumzubacken. Ein Flugperl bleibt über Wasser. Warte, kann man sich dann auf dem Wasser erholen? Wenn du ins Wasser fällst, hilft ein Flugperl mehr. Als ob. Der Pall ist nicht Wasser und Eis, sondern er ist doch scheißegal, solange er surfen kann. Oder jetzt sag nicht, ich habe den Falschen hergestellt. Konnten doch beide surfen, oder nicht? Kann als Reitier genutzt werden. Scheiße. Aber nur an Land, oder wie? Weil dann habe ich jetzt auf Ernst den Falschen hergestellt. Ja, Tatsache. Ach, Bruder. Okay. Aber wenn alle sagen, fliegen geht genauso, dann halt so. Testen wir es aus. Da ist noch eine Statue übrigens. Wo ist mein Zeug? Hä? Das liegt jetzt auf einmal da oben. Schillett kann auch schwimmen. Ja, dachte ich. Aber anscheinend ja nicht. Oh, die Ausdauer geht viel zu schnell leer. Ich werde es am Ufer gleich nochmal probieren, aber... Ja, wir werden sehen. Wofür sind die Statuen? Zum Upgraden. Also zum Beispiel für... Für... ähm... höhere Wahrscheinlichkeit... beim Fangen. Man kann aber auch seine Pals upgraden. Dass sie stärker sind, oder mehr arbeiten, und so. Okay, probieren wir es hier aus. Ja, dann war es doch ein Bug. Dann bin ich fein raus. Es war doch ein Bug. Die Sachen liegen immer da, wo du zuletzt am Leben warst. Nicht, wo du gestorben bist. Ah, okay. Bleib auf dem Sattel. Wieso? Willst du mir das erzählen, der ertrinkt? Dann muss ich aber ganz weit los. Ach, Mann. Was soll denn der ganze Quatsch? Ich kann jetzt nicht wechseln. Der ertrinkt anscheinend wirklich. Der ertrinkt wirklich. Das kann nicht sein. Und Nightwake spawnt nicht. Das ist aber auch so dumm gemacht. Dazu fällt mir gar nichts ein. Der spawnt einfach unter Wasser. Was ist das denn? Was ist das denn? Also, selbst im Early Access ist das doch wirklich eine Frechheit. Wow. Ich glaube, ich schaffe es aber sogar noch ans Ufer. Da hinten ist ein Boss, Pal. Okay, cool. Schauen wir mal nach. Vielleicht können wir ihn besiegen. Oh, ich glaube, das ist ein Eis-Ei. Hatten wir noch nie. Geil. Was haben wir gelernt? Surfen ist nicht das Wahre. Wir bleiben beim Fliegen. Na gut. Wofür gibt's Surfen dann überhaupt? Niemand weiß es. Arm ist wie Senior. Ja. Kann schwimmen, aber er säuft trotzdem. Und er einfach so... Ach, alles gut. Ich ruhe mich hier kurz aus, dann kann ich weiterfliegen. Das ist ja völlig dämlich. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht, bitte? Es wird aber schwer, da hochzukommen. Weil aufsteigen frisst unglaublich viel Energie. Das ist die erste Naturzone? Das? Okay, aber was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Unmengen an Perl? Und alle friedlich? Oder was? Ich brauche unbedingt einen Mammut. Ja, der wäre geil, aber der ist auf 38. Da muss man schon noch ein bisschen grinden. Oder Experience hochstellen. Oh, Skelette. Cool. Das ist so eine Art Steppe hier. Da ist es zu heiß für dich? Ne, wir haben hitzeresistente Rüstung. Also wenn die jetzt nicht wirkt, dann... ...weiß ich auch nicht weiter. Da ist Melotik! Level? Was? Verbrechen wird begangen? Wie bitte? Von mir, oder was? Imagine, man darf die hier nicht fangen, weil das halt so ein Naturschutzgebiet ist. Scheiße, Mann. Ich glaube wirklich. Ach, jetzt hast du ihn doch noch umgebracht. Wer ist das denn? Ist das so ein Ranger? Ich habe gerade echt das Gefühl, dass das Fangen von Pals hier verboten sein könnte. Und töten natürlich auch. Das ist ein Bug und du hast die falsche Rüstung an. Ja, weil wenn man die Sachen neu einsammelt, dann wird einfach zufällig irgendwas zugewiesen. Lass dich nicht von den Wächtern erwischen. Okay. Ja, wir fliegen da jetzt mal hoch, glaube ich. Ich sehe hier unten nichts mehr. Leider ist das mit Melotik schiefgegangen. Oh ne, jetzt sag nicht, es wird Nacht. Da ist ein neues Melotik. Komm, diesmal muss es klappen. Tatsächlich, erstes Naturschutzgebiet. Elektrik ist auch hier. Komm, diesmal kriegen wir ihn. Einen Angriff, let's go. Zurück. Boah, das wird aber nicht einfach. Oh, shit. Komm schon. Yes. Melotik. Ey, die Bossente ist sogar hier. Also hier kannst du sie fangen, ohne den Bosskampf zu machen. Was kann Melotik? Der ist doch bestimmt krass. Wasser Drache. Oh ne, hat nur Bewässerung Level 3. Das ist aber scheiße mit der Nacht, sag ich dir so, wie es ist. Elektrik haben wir auf jeden Fall auch noch nicht gefangen. Das ging in dem Bosskampf nicht. Griss Bolt ist da ein Rare Spawn. Oh, dann müssen wir ihn erst recht bekommen, wenn er so Rare ist. L19. Kämpfen wir mit ihm hier. Die sind ungefähr gleich auf. Ich brauche mehr Pfeile eigentlich. Let's go. Nein. Warte, wo ist mein Speer? Oder Pfeile von mir aus. Die Schwächeren. Jetzt aber. Was? Was ist mit dem los? Ich kann eigentlich nicht mehr angreifen, oder? Ja, einmal noch auf den Körper. 70 Prozent. Mit goldener Ball. Ja, okay. Puh. Zielst du mal instinktiv auf den Kopf, stell das ab Hitbox 100% overall immer auf breiten Rumpf Änderungen der differenzierten Hitbox erst in späteren Updates geplant. Ach so. Na gut. Aber was ist jetzt mit dem Verbrechen wird begangen? Also ist das, das ist ein Fehler. Das, das gehört nicht dazu, oder wie? Was ist denn das hier? Wir haben den Saphir bekommen. Uh, da gibt's fett Cash dafür. Such die Kisten da ab. Das sind Baupläne. Die leuchten, ne? Also das ist dann sogar ein kleiner Vorteil in der Nacht. Okay, wir schauen uns auf jeden Fall mal um. Aber dann bitte mit... ...Asox. Außerdem macht der Licht. Aber ich kann die Ranger halt jetzt schlechter erkennen. Doch, gehört dazu. Aber es schreiben sehr viel, dass es ein Bug ist. Da ist ne Truhe. Saphir und ein schlaues Technik-Handbuch mal zwei. Was sind hier eigentlich für... ...mystische... ...Raumschiffteile? Du darfst sie nicht fangen, das ist ein Naturschutzgebiet. Du hast ein Verbrechen begangen, jetzt ist auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt. Ja, moin. Wie oft es hier einfach die Ente gibt. Ich glaube, wir müssen aber nach oben. Alles, was man hier so bekommen kann, haben wir. Hübsche Blume, what? Ich glaube auch nicht, dass es hier einen Eingang gibt. Da musst du wirklich hochfliegen oder klettern. Wir versuchen es natürlich mit Fliegen. Let's go. Untere Ebene drei Drohnen, zweite Ebene, wo du bist, zwei Drohnen. Und oben eine. Was ist... Was ist... ...Ike to Dear Terra? Ist das ne Spezialform von ihm? Warte mal, der sieht ja sogar anders aus. Oder ist das ein Shiny? Hey, what the fuck? Was ist das? Neu? Oder ist das ein neues Perl? Ist das eine Erdform? Ach, der hat verschiedene Formen. Aber das gilt dann als neues Perl, oder was? Okay. Oh! Äh! Stopp! Der bringt ihn gefühlt sofort um. Ja, komm. Was hat denn der schon wieder für ne Rate? Ich dachte, du bist Erde und nicht Feuer. Wow. Nein! Ich kann nicht mehr schwächen. Das ist viel zu risky. Oh, das wäre schön gewesen, wenn es ein Shiny wäre. Aber na gut. Bin ich mal gespannt. Wird der dann wirklich als neues Perl registriert? Ja. Aber es gibt offenbar... Ah, ne, Moment. 37 B. Aha. Holzfällen Level 2. Also es ist irgendwie aber auch das gleiche Vieh. Nur halt anderer Typ. Naja, gut. Deswegen der Elektrostab. Moment, kann ich jetzt gerade nicht folgen. Was ist mit dem Elektrostab? Es wird Tag. Besser so. So, und von hier aus fliegen wir da hoch, hoffe ich mal. Ja. Passt. Aber ist hier jetzt wirklich noch ein Boss? Weil, also ich meine, wenn das in der Naturschutzzone ist und man eigentlich gar nichts fangen darf, dann gibt es doch auch keinen Boss, oder? Gibt es einen Guide, wie man die anderen Formen breedet? Frage an den Chat. Ist irgendwas ganz oben? Ich glaube, das ist nur Deko, tatsächlich. Oder hier vielleicht? Nee. Nein, es gibt keinen Boss. Zum Schocken, dann kannst du sie besser einfangen. Höhere Rate. Ach, du meinst diesen Betäubungsstab. Ja, 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 ja. Den muss ich mir dringend mal herstellen. Ich weiß aber nicht, ob ich alle Materialien dafür habe. Aber der wird langsam, der wird langsam wichtig, auf jeden Fall. Nee, hier oben scheint nichts zu sein. Dann springe ich nochmal runter, aber ich glaube, wir haben alles, oder? Also klar, nicht jede Truhe, aber jedes Perl. Ist das eine Truhe hier? Oh ja, tatsächlich. Das muss diese obere Truhe sein. Aka, die wertvollste. Hoffentlich. Aber, das sieht total buggy aus. Saphir, Wassertechnik, Frucht, Aquaschus. Kann man damit dann Attacken beibringen? Geilo. Das ist dann wie Paralyse bei Pokémon. Ja, ich muss diesen... Warte, was kostet der? Was braucht man dafür? Ich weiß nicht, habe ich den schon freigeschaltet? Nee, aber... Ach genau, die Elektro-Drüsen brauche ich. Aber die habe ich nicht. Ich glaube aber, dass du die farmen kannst bei diesem kleinen Elektro-Viech. Wir hätten die einfach mal besiegen sollen. Voll dumm. Naja, wenn die uns nochmal begegnen, dann nehme ich die kurz hops und dann schauen wir mal. Jetzt fliegen wir aber erstmal weiter in... Nee, in die Richtung. Shit. Falsche Richtung. Ja, ist halt echt so. Dammit. Fangen ein paar Elektro-Pels. Ja. Ja, 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 ja. Eigentlich cool, aber ich glaube, weil wir jetzt hier Pels gefangen haben, werden wir von den Rangern verfolgt und häufiger angegriffen. Das in der Truhe war quasi eine TM. Ja, cool. Hier ist noch eine Truhe aufentspannt. What the... W-w-was bist du denn? Drache, Level 20. Aber der ist ganz in der Nähe von Rangern. Kommt zurück. Komm, wir kämpfen hier. Oh, Vorsicht. Nightwick ist ein bisschen OP. Oh, gerade im richtigen Moment zurückgeholt. Oh. Den müssen wir noch mitnehmen. Let's go. Bleib drin. Mhm, mhm. Mhm. Yeah. Ey, die Skelette, die sehen schon wirklich geil aus, muss ich sagen. Dragoran auf Wisch. Sah aber nur ein bisschen danach aus, oder? Was kann der? Oh, wo ist er denn her? Oh, der ist ja geil. An dem müssen wir vorbeigeflogen sein, oder so. Oh, voll viele Schöne, eigentlich. Na gut, der nicht. Wo ist Dragoran? Der ist auch geil. Das ist ja sogar der, ähm, das Maskottchen, ne? Relaxsaurus. Ja, hat eigentlich nicht viel von Dragoran. Aber der ist ja auch übelst süß. Holzfällen Level 2 aber nur. Oh, schade. Gut, herziger Feendrache. Ja, moin. Hol die Blumen, die sind wichtig für später. Ein paar habe ich mitgenommen, ja. Aber ich will jetzt auch nicht die, die Ranger auf mich ziehen. Das wäre ein bisschen dämlich. Nimm die noch mit, aber dann gehe ich. Cooler Ort. Schon mal überlegt zu züchten. Kann man das überhaupt aktiv machen? Bislang habe ich halt nur Eier gefunden und die dann ausgebrütet. Auf zur Insel. Aber gibt es dann da auch keinen Spawnpunkt, oder wird das einfach erst dann angezeigt, wenn man nah genug dran ist? Das ist ja voll scheiße. Es gibt viel zu wenige Schnellreisepunkte. Es gibt drei Naturzonen. Das war die erste. In den anderen zwei gibt es stärkere, plus 40 Level Pulse und seltene. Die Naturzonen sehen alle gleich aus. Nur drei? Okay, sehen dann alle so aus. Alles klar. Ja, es gibt eine Zuchtstation auf Level 19. Mhm. Ich bin seit heute nur noch am Breeden. Das hat mich aber in Pokémon auch schon immer gelangweilt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich es aktiv machen werde. Welche Vorteile hat es denn? Ja gut, außer, dass du halt Silti Nepal's dann entspannt züchten kannst. Aber brauchst du dann trotzdem ein männliches und ein weibliches erstmal? Oder gibt es hier auch eine Art Deto? Wäre natürlich entspannt. Ah, ich glaube... Ist das da vorne nicht... ein Schnellreisepunkt? Auch wenn er noch nicht angezeigt wird? Oh. Statue. Wichtig. Das Upgraden. Er hat Hunger. Oh nein. Man kann die Breed-Site auch einstellen. Oh, okay. Man kann auch verschiedene Pals züchten. Man kann die Stats tauschen miteinander. Okay, klingt eigentlich schon echt interessant. Was ist das? Ruby? Ein Feuerfuchs oder was? Windhauchinseln. Aber das... Ist das nicht Fünks? Aber halt als längerer Fuchs? Hey, bleib da, bleib da, bleib da. Du bist ultra süß. Ich will dich unbedingt haben. Stopp! Halt, stopp! Oh, Vorsicht. Level 3 nur. Level 3 nur. Was machen wir denn da? Ja, okay. Der Dreischussbogen ist mittlerweile nicht mehr so krass. Ja, ist nice. Es gibt wirklich viele sehr hübsche Pals. Also, da sag ich dir ehrlich, bei Pokémon finde ich mehr hässlicher, wenn eine neue Gen rauskommt. Ist halt echt so. Ja gut, die Schleife ist ein bisschen ein unnötiger Quatsch, aber sonst ist es ja eigentlich ganz süß. Feuerzeigung Level 1, naja. Kriegst aber Feuerdrüsen von dem. Riesiges Drachenei bis zu 36 Stunden Brütezeit. Mindestens 30 Min, also riesige Spanne bei den Einstellungen. Ach du Scheiße, also das würde ich wirklich runterstellen. Das ist ja Wahnsinn. Da ist ein Pflanzenei da vorne. Weiß ich nicht, sollen wir das holen? Weil hier sind halt seltsamerweise auch viele Level-Ei, äh, also Anfangspels. Obwohl man doch hier gar nicht so ohne weiteres hinkommt. Gib mal die lila Punkte aus. Ne, ich spare dir noch für was richtig Geiles. Ich muss erst mehr Bosse besiegen. Ich hab doch erst sieben, oder? Ja. Es wäre halt auch wichtig zu wissen, wo der nächste Turm ist, den man gut machen kann. Wenn Pals mehr nach Pokémon aussehen als Pokémon. schon was dran, irgendwie. Wo war jetzt... Hier oben. Hier wird es mir doch auf dem Kompass auch schon angezeigt. Das muss ein Schnellreisepunkt sein. Was machst du gerade? Erkunden und neue Pals fangen. Was zum Teufel? Ist der... Oh, der ist kein Boss. Das ist kein Boss. Den könnten wir theoretisch fangen. Wir sind Level 30, oder? Ja. Also, wäre nicht einfach, aber machbar. Dann haben wir den zumindest schon mal im Dex. Außerdem ist da eine Statue. Aber ja. Lass mal speichern. Da ist tatsächlich eine Statue. Wird erst jetzt angezeigt. Also, man muss da wohl doch sehr nah dran sein. Uff. Eine Kirche. Hä? Warum? Einfach Tieterzelle der Zeit, oder was? Ja, wir gehen aber erstmal runter. Ich will das Mammut fangen. Das wird aber wahrscheinlich trotzdem sauschwer sein. Oh, der Erdbeben. Was hat der bitte für eine Reichweite? Komm zurück. Was? Null Komma? Ja, dann geht's nicht. 2%. Lol. Befürchte, man muss seine eigene Fangwahrscheinlichkeit relativ hoch gelevelt haben, um da eine Chance zu haben, den zu fangen. Das ist ja crazy. Das wird wahrscheinlich nicht mal was, wenn der auf einem KP ist. Guck mal, aber... Das sieht aussichtslos aus. Okay. Ja, dann gönnen wir uns wenigstens die Erfahrungspunkte, komm. Aber fangen ist nicht drin. Ah, scheiße. Kielin. Okay. Was droppt der? Hochwertiges Öl. Mammor-Restfleisch. Ja, sollte länger satt halten. Aber was sagst du denn? Dafür brauchst du die Terrasphären. Ach, die roten Bälle? Hm, ja. Und dass wir underleveled waren, spielt halt auch noch mit rein. Was macht denn die Sau da? Bro, kill die. Reiten ist schon nice. Geh mal hoch zur Kirche jetzt. Wir haben 18%. Die roten... Das ist aber immer noch ultra niedrig, ne? Schon belastend. Windhauch-Inseln-Kirche. Ach, hier ist so eine... Warte, gebt die mir Free-Upgrade? Bitte. Nee. Aber wir können trotzdem einmal... Ich glaube jetzt nicht, dass es damit dann gereicht hätte, das Mammut zu fangen. Aber, ja. Wir haben jetzt immerhin eine höhere Wahrscheinlichkeit generell. Ein paar Pfeile noch. Boah. Statue, Domi. Welche? Also, die? War ich doch gerade? Aber haben wir auch im Lager. Also, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Achso, du meinst die Liv-Monk-Statue. Ja. Zu spät. Kann ich ja mal Off-Camp holen. Bis nächster Upgrade brauche ich eh 8 oder so. Gut. Wo geht es denn jetzt weiter Richtung... Vulkan? Hier. Ist er das? Da ist auch ein Turm. Aber das ist mit Sicherheit nicht der nächste, den wir machen sollen. Und da müsste ein Boss sein. Schauen wir mal nach, welcher. Aber ich habe die Befürchtung, dass auch der OP ist. Ja, in der Nacht sieht man die Statuen eh besser. Das stimmt. Also, die sollte man vielleicht eher bei Nacht suchen gehen. Gibt es einen Online-Modus? Ja, schon. Also, du... Du kannst mit Freunden einen Server eröffnen. Das geht. Es gibt Multiplayer. Da ist ein neues Flugviech. Das ist Staraptor, oder? Nee. Haben wir ja schon. Dann müsste das... Ey, keine Ahnung. Nee, wer ist denn das? Ich glaube, der ist sogar Eigenkreation. Ich erkenne da jetzt keinen Pokémon auf Anhieb. Ach, du Scheiße. Fast gestorben. Bro. Ja, komm her. Wannwürm. Wannwürm. Haben wir. Sehr gut. Hat er eigentlich auch ein cooles Design. So ein bisschen brutaler als unser Nightwing. Der ist einfach Typ Feuer und Licht. Transport Level 3 ist schon nice. Der Typ sowieso. Aber für den kann man auch... ...so einen Flugsattel bekommen, oder? Weil dann würde ich tatsächlich umswitchen. Den kann man auch reiten. Ah, da. Braucht man ein bisschen was für, aber geht. Oha. Krass. Was ist das da? Woollipop. Sah ein bisschen aus wie Ivel Tal. Ah, ja, gut. Okay, stimmt. Stimmt. Ein bisschen. Da ist noch einer. Brenn. Ach, das ist der Pokusan. Äh. Backelhund. Komm her. Komm her. Shit. Ja, der ist viel besser. Solltest du schon machen. Ja, also ich muss ein bisschen farmen. Um die Sachen für seinen Sattel zu bekommen. Aber der ist auf jeden Fall besser als Nightwing. Let's go. Bronze Cherry. Hey, hier geht's ab. Hier sind einige neue am Start. Oh, was ist das? Was ist das? Ah. Du bist das. Megane ist ein Zwillingsbruder. Aber wahrscheinlich auch sauschwer zu fangen, oder? Nee, geht sogar. Euer Relaxo habt ihr da auch? Level 20. Warte mal. Wir lassen kämpfen. Chill. Übertreibt nicht, ne? Gib ihm noch einen. Chill. Trotzdem nur 24? Ey, der hatte am Anfang mit Full HP schon über 10. Was ist da los? Weck da. Okay, komm. Komm her! Damn, nein. Der muss es sein. Einmal gewackelt. So, ja, Hammer. Schön. Bronze Cherry ist da. Zeig später deine neuen Pals. Du siehst sie doch alle. Ich fange sie doch live im Stream. Hier. Aussaat Level 3 hat der. Und was ist mit Relaxo? Der hat doch bestimmt auch so eine Heilfähigkeit, oder? Hol dir den Spawnpunkt. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Und dann sollten wir sowieso mal zurückgehen. Und vielleicht schon... Ja, ich glaube, ich stelle die Pistole dann auch mal her. Ach, sie platt. Lass mich in Ruhe. Relaxo gefangen. Und der wieder wegrollt. Geil. Schnell nach Hause. Oh, hier ist... Achso, das ist der Boss von vorhin. Den sollten wir auf jeden Fall schaffen können. Bushi. Komm, wir holen noch Erz. Das Pinke Pell macht Zuckerwatte zum Essen. Lol. Oh, oh. Warum liegen hier so viele Sachen rum? Depressiv, Erkältet, Depressiv, Knochenbruch, Magengeschwür, Magengeschwür. Scheiße. Ja, das ist ein bisschen zu krass. Was der... Was nun? Ich habe immer noch kein Perl, was Medizin herstellen kann. Das wird jetzt langsam problematisch. Portal Revolution noch weiter zocken. Wenn dann nur auf Twitch. Für YouTube war es ein Lit Show. Du hast sogar einen Bauplan für bessere Pistole. Hä? Moment, was muss ich jetzt damit machen, um das dann freizuschalten? Oder hat man darauf dann Zugriff, ohne das jeweilige Level zu besitzen? Wie funktioniert das? Nee. Tretmine. Lol. Wie komme ich an die bessere Pistole ran? Einfach zur Werkbank, als ob. Oh, ich habe so viele Sachen. Holy shit. Komm, wir machen erst mal Tag, sonst wird hier ja gar nicht gearbeitet. Dann schaue ich mal, Werkbank. Ziehe aber keine bessere Pistole. Oder ist die Werkbank nicht geil genug? Brauchen wir eine Waffenwerkbank? Weil, gibt es glaube ich auch. Hä? Wieso bin ich jetzt zu schwer? Ach, wegen dem bisschen Zement, Digga. Roll nicht rum, ey. Brauchst du die Waffenbank? Moment, da gibt es bestimmt auch eine stärkere Version von. Es gibt ein Scheißhaus. Jetzt doch nur eine normale, äh, Waffenwerkbank. Aber ich finde sonst nichts. Ich sehe gerade nicht mal die normale. Ach, pff. Lost. So eine Suche wäre schon echt nützlich. Ach, Moment. Ich habe die ja schon freigeschaltet. Ich habe sie nur noch nicht gebaut. Brauche noch ein paar Nägel. Okay. Okay. Ach, halt. Ich wollte ja auch noch das Fließband herstellen für die, für die rote Terrasphäre. Oh mein Gott. Wir brauchen so viel Eisen. Hilfe. Ja, nee. Du sollst hier weitermachen, Alter. Mann, Pisser. Äh, wer hatte nochmal Bauen Level 3? Wir haben doch gerade jemanden gefangen. Das wäre jetzt natürlich genau das Richtige. Wer war das? Hast du? Hast du? Du? Nein. Auch nicht. transportieren. Oder war es transportieren? Ich dachte, wir hätten auch jemanden mit Bauen Level 3. Na gut, er hat zumindest Level 2. Hm. Du hast ein Medizin, Pal. Warte, welches? Ach so, stimmt. Aber ja, aber er macht das ja immer nur dann, wenn ich ihn hinschmeiße, ne? Deswegen vergesse ich das auch immer. Warte mal, wir müssen das eh erst mal löschen hier. Weil ich glaube, diese schwache Medizin, die ist dafür ungeeignet. Ich brauche... Ja, ich glaube, das hier ist okay. Das muss ich mir aber auch in Massen herstellen, so schnell wie die drüben alle umkippen. Ich glaube, ich brauche eine neue Metallkiste. Oder haben wir da noch Platz? Ah ja, gut. Ja, hier steht es auch nochmal, man braucht die Waffenwerkbank. Ich glaube, der hat ja sogar Zuckerwatte gedroppt. Du hast keine Quelle, oder? Oder doch? Und ich habe sogar einen Stahlschlüssel mittlerweile. Hier ist meine Quelle. Backfischanwalt, danke für 10 Münzen und Kuss für das Lob. Ist aber easy zum Herstellen eigentlich, die Spritze. Ja, aber die verbraucht auch wieder Metall. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Was kriegen wir hier? Ich glaube, nichts Krasses. Oh, doch! Cinemorph. Dieser schöne, den ich nicht gesehen habe, aber der trotzdem im Paldax schon registriert war. Für Pflanze. Kann aussehen und auch Arznei herstellen. Level 1 zwar, aber ich glaube, der würde den Job dann ein bisschen zuverlässiger machen. Cool. Ja, jetzt müssen wir erst mal wieder ein neues Erz holen, oder? Das reicht niemals für die Fließbandschose. Und ich sollte vielleicht ein bisschen umdisponieren hier. Wir brauchen mehr Feuerpals. Komm, ich schicke mal meinen aus dem Team dann noch rein. Ist der so schlau? Und nein, du sollst... Oh, Bruder. Das sollst du machen, okay? Nein, der... Ja. Zuckerproduktion. Gibt es doch bestimmt auch, oder? Das ist mir zu wenig hier. Aber die sind halt auch alle verletzt. Brauchen dringend Medizin, sonst machen die nichts mehr. Jedenfalls nicht, bis ich neue gefangen habe. Wird halt schon gerne mit den Terrasphären weitermachen. Jetzt kommt hier ein Angriff. Bra. Zuckerwatte kannst du die eigentlich machen lassen. Ist besser zum Essen, weniger Depris. Äh, wie genau mache ich das? Was muss ich dafür tun? Was brauche ich dafür? Achso, oder geht das jetzt an den Kochtopf? Wo sind denn die Gegner? Sind das Menschen? Äh, doch. Laut Karte schon. Versuch mal, einen zu fangen dann. Aber ich muss jetzt erstmal sicherstellen, dass die hier keine Scheiße bauen. Ach, der greift wieder nicht an. Lol. Halt! 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 Nee, das ist sauschwer. Das verschwendet nur meine ganzen Palsphären. Dann scheiße ich drauf. Aber was man von diesen Losern bekommen kann, ist schon irgendwie geil. Da waren sogar zwei Gigasphären dabei. Moment, Moment. Dann kriegt er noch eine Chance. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ach, lass ihn laufen. Die mit dem Trainer sind sehr stark. Ja, aber das sind ja die Turmbosse. Also, um Ressourcen zu bekommen, ist das okay. Aber ansonsten nervt das nur. Das pinke Pell in die Farm da, wo auch die Schafe Wolle machen wollen. Ach so. Ich habe aber gerade keine Farm mehr. Wie die sich mit letzter Kraft weiterziehen. Die sind so tot hier. So tot gearbeitet. Ach du Scheiße, Mann. Tut mir ja schon irgendwie auch leid. Oh mein Gott. RIP. Turmbosse kannst du auch fangen. Ja, ich würde gerne noch einen Turm heute machen, aber ich glaube, wir finden keinen Nachbarn. Wollte nur mal in den einen OP-Turm reinschauen. Generell wollen wir einiges tun. Äh, ich hoffe, es geht jetzt auch. Aber was war das nochmal alles? Also diese... Ah, die Waffenbank. Genau. Geht jetzt mittlerweile. Diesen Band können wir aber vergessen. Das reicht noch nicht. Da ist auch schon das Maschinengewehr zu sehen. So, jetzt wird's crazy. Langsam. Da ist die normale Pistole. Ja, aber Moment. Was kann ich denn jetzt herstellen mit diesem... Ding? Wie benutze ich denn den Scheiß? Schaltet das Rezept für Pistole ungewöhnlich? Achso. Also das, was ich auf 29E bekommen hätte, oder was? Aber trotzdem, wie benutze ich das? Wird mir hier nicht angeboten. Wie ist es besser? Das bringt mir nichts, wenn ich sie nicht in der Liste sehe. Fehlen noch Materialien. Achso, das liegt nur daran. 100? Oh. Die braucht auch 100? Das ist echt übertrieben. Und drei antike Bauteile haben wir doch sowieso nicht. Also wir müssen so oder so erstmal Bosse klatschen. Ach, scheiße. Eine Base komplett zum Erzfarmen ist notwendig. Neues Chilet. Können aber das Tern-Z-Sturmgewehr herstellen. Lass mal machen. Und dann muss ich mal gucken, dass wir irgendwie 100 Metall schnell zusammenkriegen. Aber dann muss ich erstmal jede Menge Medizin herstellen. Und das wurde einfach immer noch nicht gemacht. Egal. Weil ich muss die drüben wieder beleben. Wo ist denn der nochmal? Ach du, oder? Ne. Wolltest du den Bussi besiegen? Ja. Verdammt. Wer war nochmal Lerika von denen hier? Habe ich den schon reingeholt? Nein. Ich finde den gerade nicht. Ach du. Ach komm, wir gehen zum Boss. Wir gehen zum Boss. Der war ja nur auf Level 17 oder so. Das sollte man schon schaffen, wenn wir nicht völlig lost sind. Ich weiß halt nicht, was Wussi für ein Typ ist, aber wird schon passen. Mit den Perls, die wir haben. Aber das Sturmgewehr nimmt immer mit. Und ihn tauschen wir dann auch aus, weil das wäre irgendwie dann doppelt. Wir nehmen mit. Vielleicht. Ach, mein Feuer, Dude. Stimmt. Der soll ja hier nicht weiter knechten. Der soll wieder zurück ins Team. Du kommst mit. Yes. Aber dafür brauche ich dann auch Munition, ne? Gut ist aber, ein Magazin hat acht Schuss und ein Mac gleich eine Munition. Ich habe ein paar in den Kisten noch. Warte, wenn er hier weiter knechte, dann schaue ich mal nach. Ja, ich bin nicht sicher, ob die passt, aber wir nehmen sie mal mit. Lass mich raus. War Wussi nicht Feuer? Aber das wäre super. Dann haben wir eigentlich nicht viel zu befürchten. Hier ist Sturmgewehr Munition, aber nur zwei. Shit. Ich dachte, es wäre mehr. Ja, knapp 30 Metall haben wir, aber wir brauchen noch viel mehr. Noch mehr minderwertige Munition. Vielleicht muss ich erst das normale Rezept beischalten. Können wir auf jeden Fall mal gucken. Ab wann wird man das dann bekommen? Eher hinten, ne? Da ist die minderwertige Munition, aber die ist nicht krass genug. Wir wollen heftigere. Da ist Pistolen-Munition. Aber ich kann offenbar noch keine Maschinengewehr-Munition freischalten. Oder habe ich sie übersehen? Da ist Gewehr-Munition. Hä? Muss es doch geben. Hm. Wie hat's? Hm. Mit denen brauchst du, glaube ich, keine extra Munition. Ja, das wäre natürlich geil, aber... Sicherheitshalber nehmen wir sie mal mit. Ist er im Team eigentlich? Oder habe ich den vorhin in loster Weise wieder raus? Ich glaube, ich bin raus, ne? Ah, ne, der ist da. Okay, gut, 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 gut. Auch wenn der Gegner Typ Feuer ist und somit im Vorteil, wir nutzen ihn trotzdem. Auf geht's. Da. Ach, der war auf 23. Ah, dann wird der nicht lange überleben. Der Tansy. Ein Pell hat Essstörung. Hilf mit Medizin. Ja, der muss jetzt durchhalten. Oh, da sind zwei Mammuts. Holy shit. Schalt den Raketenwerfer frei. Den kriegst du aber doch bestimmt nur mit den besonderen Punkten, oder? Da ist auch noch eine Livmonk-Statue. Das Menü ist so von ARC kopiert. Ja, ja. Schauen. Das ist, glaube ich, wirklich... Also, kann man sagen. Eins zu eins, ne? Wie oft jetzt auf einmal dieser Vogel auftaucht. Davor hat er nie gesehen. Also, let's go. Ach, das bist du? Okay. Ja, moin. Ja, aber du solltest schon treffen, Dickie. Scheiße, ist der dumm. Ja, der muss näher ran. Wenn er näher rangeht, dann trifft er gut. Aber er hält halt nicht lang durch gegen das Feuerperl. Trotzdem geil. Er stammt tapfer bis zum Ende. Respekt. Einmal Like für Tansy. Er hat alles gegeben. Und jetzt werden wir alles dran setzen, um Buschi zu fangen. Meine Waffen machen mal wieder gar keinen Schaden. Lassen wir das Surfend regeln. Er ist eindeutig im Vorteil. Oh, und ich bin schon stark verletzt. Scheiße. Boah, wie der sich da hinter mich teleportieren kann. Das ist krass. Er hat aber auch gar nicht so viel KP. Mann, lass mich doch in Ruhe. Der ist saugefährlich, Mann. Nein, nein. Oh. Du weißt nie genau, wann er kommt. Das macht ihn so gefährlich. Wie viel Prozent hat er denn? 11. Äh, 9. Shit. Surfend, übertreib's nicht. Komm zurück. Nein, zurück. Ah, ah, ah. Bleib drin. Bitte. Komm. Ey, bei den Bossen, was das Fangen angeht, haben wir echt Luck. Das Schöne war, er hatte gar keine Supporter. Der war ganz alleine. Teleport ist unfair. Teleport ist unfair. Ja, das war schwer abzuwehren. Aber das macht ihn cool. Der hat so, ja, Ninja-Fähigkeiten. Apropos Fähigkeiten. Was kann der für's Arbeitslager leisten? Oh. Yo. Der ist ja ultra geil. Feuererzeigung 2, Holzfällen 3 sogar und Transport 2. Knechten beim Craften kann er auch noch und sammeln. Der ist ja einer der Besten. Was geht? Deswegen stand da auch einsamer Samurai. Oh, ja. True. Also, er hat vielleicht keine Freunde, aber das ist ein Macher. Kennen wir den? Ach, die waren doch vorhin beim Überfall dabei, sind aber wegkrepiert, oder? Ja, doch. Ich glaub, das waren die. Boah, sind die gruselig. Schwer zu fangen. Aber bei uns läuft gerade. Loop Moon. Die droppen auch Knochen. Gut. Jetzt aber weg hier. Den schaffen wir nicht. Geil. Der ist so gut fürs Lager, der Ninja. Was kommt da raus? Oh, ja. Ich glaub, ich hab kein Ei mehr, oder? Hm, hm. Müssen wir zum Vulkan neue holen. Ja, aber jetzt muss ich erstmal hier diesen King holen. Und, äh... Ja, einen von denen raus, glaub ich. Oder ihn. Wobei, nee, wir brauchen mittlerweile wirklich allein schon wegen dem Eisenerz zwei Feuerspezialisten. Dann geht der weg. Loop Moon ist stark. Im Kampf. Der Typ... Nur Typ Unlicht? Ja, Typ Unlicht. Hat Handwerk Level 2. Das ist eigentlich ganz cool. Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner mächtigen Fähigkeit Wehrkralle angreifen. Mhm. Du hast in der Kiste noch ein Ei. Welches? Also, ich meine, welche Kiste? Ich hab irgendwie fünf. In der Truhe draußen. Aber selbst da sind drei Truhen. Was ist das hier eigentlich? Aha. Ich sehe es nicht. Das Spiel ist ja erst in der Beta-Version, oder? Ja, Early Access. Aber dafür läuft es eigentlich gut. Ich hab euch schon 300 Mal von diesem gewöhnlichen Ei erzählt. Ich dachte schon, ich hab mir das eingebildet. Aber es ist ja wirklich da. Oh, ich denke, das ist Müll. Hm. Boah, die sind... Die sind alle so am Arsch hier. Warte mal, die arbeiten auch bei Nacht, wenn ich denen sage, ihr sollt euch, äh, totarbeiten? Geil. Aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die alle umkippen. Äh, 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 Moment. Die nehmen die Medizin nicht von alleine? Wie gebe ich denen die denn? Menü öffnen. Ah, so wahrscheinlich. Äh, Moment. Sollten wir dann aber unseren Hauptarbeitern geben. Der ist hungrig. Haben die es zu essen? Doch, warum isst er nicht? Das ist schon auch erlaubt. Lol. Ja, komm. Der ist depressiv. Ich glaube, das hilft dagegen, oder? Nee, das ist für Knochenbruch und... Magengeschwür. Er hat sich überfressen. Was ist denn das für ein Idiot? Wer von euch Opfern hat Knochenbruch oder Magengeschwür? Du hast Knochenbruch. Hier. Hau da das rein, da. Und jetzt wird weitergearbeitet, klar. Wie ist es bei dir? Magengeschwür. Ja, ihr seid aber auch irgendwie anfällig dafür. Kann es sein? Könnt ihr? Eine Story zum Game würde gut tun. Ja, das stimmt. Also mich stört das auch ein bisschen, dass man einfach in die Welt geschmissen wird und dann sollst du halt machen. Eine richtige Story wäre schon cool. Das stört mich auch. Palance Team holen. Wen? Den Kämpfer? Das Ding ist halt, mein Vogel... Was ist mit ihm los? Mein Vogel hat halt auch schon einen Unlicht-Typ. Deswegen würde ich den erstmal sogar nicht ins Team nehmen. Für die Depression brauchst du die starke Medizin. Ja. Haben wir hier einen Bug oder wieso geht das nicht weiter? Komm, dann breche ich das ab. Irgendwas stimmt hier nicht. Das hier ist für... Ach, es war... Oh, shit. Es war doch die Spritze, die depressiv behandelt. Aber warum ging das dann nicht weiter hier? Mal los. Rüstung reparieren. Und, äh, dann würde ich sagen, erkunden wir weiter, oder? Richtung Vulkan. Will da schon hin. Aber ich werde ihn hier wieder raustun. Die Frage ist, wen nehmen wir jetzt? Will ich dann doch den Unlicht-Typen reintun? Oder jemand anderes? Ja, gut. Komm her. Aber unser Team ist eigentlich so richtig stupid. Wir haben zwei Drachen. Ah, nee, doch nicht. Einen Drachen. Aber zwei Feuer. Zwei Unlicht. Schon irgendwie dumm. Dori kommt sicher noch dazu. Ja, hoffen wir es mal. Komm, wir warten jetzt noch, bis das Ei fertig ist. Oh, die braucht ja wirklich ewig. Ich meine, das Vieh ist doch, äh, nee, das hat auch nur Kleriker Level 1, aber trotzdem. Buschi? Ach, Moment, Buschi ist noch gar nicht drin? Bin ich blöd? Hä? Tatsächlich? Ich dachte, ich habe den vorhin schon reingetan. Wieso ist denn der nicht drin? Vor allem, wo ist der? Hä? Wo ist der denn? Ich glaube, ich bin bescheuert. Ich sehe ihn nicht. Du hast nur noch einen HP. What the fuck? Seltenes Organ. Hä? Wo zum Teufel ist Buschi? Ich sehe den einfach nicht. Oh, Xatu kommt da raus. Oder habe ich Buschi in dem anderen Lager reingeschmissen? Ach nee, da ist er jetzt. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den ständig übersehen habe. Dumm. Ich werde mich mit der Zeit heilen. Und jetzt mal in die Richtung weitermachen. Aber ich habe den, ich dachte, ich hätte den ganz am Anfang schon ins Lager geschmissen. Ist ein Dashi gegangen. Die Richtung ist aber richtig, um den Vulkan zu erreichen, oder? Aber man sieht den halt leider immer noch nicht. Oh, fuck. Wir haben eine ganz wichtige Sache vergessen. Unser neuer Vogel. Der darf ja noch nicht fliegen. Pfff. Bitte sag mir, dass wir das schnell herstellen können. Sonst muss ich doch wieder zurück auf Nightwake. Aber ich will nicht. Der Bildschirmrand ist immer noch rot. Ja. Ich heile jetzt mit der Zeit gerade. Dauert. Wir brauchen noch ein paar Metallbahnen, Leder und Paldiumbrotstück. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Ey, die scheiß Nägel. Weg mit dem Scheiß. Komm. Gibt wichtigeres. Jetzt können wir hier auch Pistolenmunition herstellen. Ach, warte. Leder kann ich gar nicht herstellen. Oh, Bruder. Nein. Was muss ich dafür killen, um Leder zu bekommen? Verdammt. Aber die Metallbahnen, glaube ich, reichen schon. Ja, nur noch Leder und Paldiumbrotstück. Gibt's keinen Perl mit Heel. Doch, der Elefant. Aber der ist halt auch wirklich nur da für gut. Mehr kann der nicht. Komm, ich guck kurz in den Decks. Da müsste das ja auch stehen. Von wem gibt's Leder? Von denen. Okay. Okay, dann rennen wir die jetzt mal tot mit Axt, Asox. Kann der Elefant das eigentlich von Anfang an mit dem heilen? Oder musst du dafür auch diesen Sattel herstellen? Die Kühe auch? Oh ja, stimmt. Aber die sind höher gelevelt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Rentiere killen. Die kommen ja auch hier schon vor normalerweise. Nur jetzt gerade nicht, oder was? Ja, gut. Okay. Dann die Kühe. Nur das Leder in der Kiste. Das wird da alles schon mit eingerechnet. Sprich, ich hab nicht genug. Aber die Sachen in der Kiste werden da, soweit ich weiß und gemerkt habe, immer eingerechnet. Wir sind easy. Ja, okay. Ich glaube, da vorne waren sie, oder? Nee, Moment. Ey, ja, lol. Als ob jetzt hier einer von denen auftaucht. Und überlebt. Down. Drei Leder. Schön. Moment, war das der falsche Spawnpunkt? Waren hier doch nicht die Kühe? Oder gehen doch hier irgendwo runter. Ich glaube, ich nehme mir auch gleich mal Wolle mit. Was war das denn? Greff an. Ach, die droppen auch ein bisschen Leder. Na dann, wunderbar. So, und ich glaube, hier kommen sie vor. Aber wir können uns auch mit dem hier begnügen. Ist, ist okay. Ja, komm, flüchte jetzt nicht. Bro. Hä? Was? Was? Was zur Hölle ist passiert? Was habe ich mit dem gemacht? Ach, du Scheiße. Ab Level 40 sind die Überfälle richtig heftig. Oh, nee. Dann, also ich stelle das eh aus. Fürs nächste Mal. Jetzt kommen die scheiß Viecher, die ich brauche, einfach nicht vor. Was ist denn der Wald? Hier ist ein Wald. Aber ich glaube, du meinst den roten, oder? Wie viel Leder habe ich denn jetzt? Erst fünf? Ja gut, wenn der eine nicht weggeglitscht wäre, dann wären es acht. Da ist eine Höhle. Oh, ich habe mich ein bisschen zu weit von meinem Spawn vertreiben lassen, befürchte ich. Das war ein Bug. Ja, das habe ich mir gedacht. Der ist halt runtergeklippt. Nach dem Angriff. Leider dabei nicht gestorben. Ey, das sind Menschen. Vielleicht kriegen wir davon was nützliches. Die jagen gerade in Zickzacks. Tick, auf jeden Fall Schickknopf. Komm schon. Sehr gut. Alle auf einmal. Ein Leder war dabei. Noch mehr Zickzacks. Wir brauchen auch Knochen, also von daher. Überfälle sind echt nervig. Ja, sehe ich auch so. Ich gehe wieder hoch zum Spawn. Gehe woanders hin. Aber wir haben hier trotzdem einige nützliche Sachen bekommen, also alles gut. Veganen Modus ausschalten, dann gibt es auch wieder Leder. Es gibt einen Veganen Modus? Ne. Aber selbst wenn, ich habe ihn doch gar nicht aktiv. Bei mir kommt auch Fleisch und alles. Wo war die Statue? Hä? Alter. Warum schellen sie sich nicht einfach neben die Kirche hin? So, äh, war das hier? Ist zumindest mehr im Wald drin, ne? Alpaka können wir jagen. Stehenbleiben. Worauf wartest du? Greif an. Boah, der hält ja eine Menge aus. Komm schon. Was zum Teufel? Ah ja. Ja, der hat jetzt aber gar keinen, gar keinen Leder gedroppt. Nur Milch und Fleisch. Äh, die, die weichen so unnötig aus. Die sind hier viel zu hoch gelevelt. Also, wenn die nicht mehr droppen, dann lohnt sich das nicht. Tun sie nicht. War ja klar. Weiß noch jemand, wie viel Leder ich brauche? Mindestens 10 waren es, ne? Was ist denn? Da, 8. Ja, also in ein stärkeres Gebiet gehen lohnt sich leider nicht. Vielleicht, vielleicht, dass ich gerade bei denen Pech. Mit dem Leder. Ich habe aber auch nicht nachgeschaut, ob die stoppen. Das habt ihr gesagt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht stimmt. Das ist echt ärgerlich, Mann. Mir bleibt nichts anderes übrig, als im Anfangsgebiet zu suchen. Mit den Rentieren. Alles andere ist irgendwie Schmutz. Gucken wir nochmal im Peildex nach. Aber, ja, hier. Warum wird behauptet, dass der Leder droppt, wenn es nicht stimmt? Hier ist so ein komisches Lager von diesen Freaks. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man hier mal aufräumt. Oder ist da sogar ein Perl gefangen? Welches ich gerade fast getötet habe. Will dem eigentlich helfen, nur um das mal klarzustellen. Absteigen, Alter. Kann man die Lager überhaupt dauerhaft erobern? Wie befreie ich ihn? Ah. Den haben wir noch gar nicht, oder? Ah, das ist dieser Eis-Evoli. Oh, okay. Man muss ihn gar nicht... Also, mit einem Ball fangen, man bekommt ihn einfach so. Chillig. Ich glaube, das war ein Eis-Evoli. Nee, der ist Typ Unlicht. Hat nur Sammeln Level 1 drauf, aber ist immerhin was Neues jetzt. Fang doch einen Wilderer. Naja, ich habe das schon so oft probiert, mit den Menschen fangen, da ist die Wahrscheinlichkeit leider wirklich ultra gering. Aber wir haben Leder jetzt, 10 Stück. Ich hoffe, es waren keine 15. Nein, die despawnen und spawnen immer wieder bei dem Lager. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber dann ist auch jedes Mal ein neues Pell gefangen, oder? Alter, ich komme mit der Medizin gar nicht hinterher. Guckt mal nach oben rechts, was die schon wieder alle für Probleme haben. Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen kontraproduktiv. Ach, ich habe ja sogar schon auf Schuften runtergestellt. Was? Die sollen mal nicht so heulen. Bei Menschen lohnen sich eigentlich auch nur die Händler. Ja, das von dem Hören würde ich das auch so sehen, ja. Ja, es geht. Sehr gut. Schnell auf den Tag wechseln und dann können wir endlich weitermachen. weitermachen, yay. Genau, Grisbold habe ich aus der Naturzone. Die ist hier. Aus der ersten Naturzone. Wo war sie? Da. Aber vorhin hat auch einer im Chat geschrieben, dass er da nur selten auftaucht. Es kann also sein, dass er bei dir nicht kommt. Ich hatte da wohl Glück. Oh, Leute, bitte. Irgendjemand muss hier jetzt, äh, den Sattel herstellen. Ich kann den gerade nicht grabben. Oh, fuck. Ja, dann scheiß auf die Milch, Alter. Du sollst da drüben. Mann! Komm. Hallo? Ja, ich kann ihn, ich kann ihn leider nicht hochheben. Ich weiß nicht, wieso. Oh, no. Aber es sind wenigstens wieder Menschen. Was haben die, Armbrüste? Cool, was du da, was du da machst. Alter, maaaannn. Ja, greif doch endlich an! Das ist so verbuggt. Aber es ist so heftig für den Loot, Lul. Ist halt einfach so. Sogar eine Medizin war dabei. Geil. Lehren wir unser Inventar ein bisschen, bevor wir weitergehen. Viel Medizin, nice. Geh an Spellboard, zieh ihn aus dem Team, setz ihn neu ein, dreh dich und heb ihn auf. Er ist beschäftigt. Das ist so kompliziert. Aber jetzt ist er gerade unterwegs. Ich glaube, jetzt sollte es gehen. Ja. Ja gut, er hat auch nur Fertigung, Level 1, ne? Alles muss man selber machen. Katze ist tot. Ja. Wieder tot gearbeitet. Warum kommt er nicht her, um das jetzt zu machen? Verstehe ich es nicht. Komm, weißt du was? Ich werde mal ganz kurz hier Burnout aktivieren. Schnauze voll jetzt. Wie ändere ich den Schwierigkeitsgrad? Diese ganzen Einstellungen, auch die individuellen Einstellungen, gehen glaube ich nicht ingame. Du musst in den Titlescreen gehen. Zeig es ganz am Ende vom Stream auch nochmal. Titlescreen, dann deinen Spielstand auswählen und dann erscheint dieses Menü, von wegen Yo, Customization. Immer, wo du das Safe Game lädst, dann ist das unten so eine Schaltfläche, glaube ich. Ja, im Lager baggen die Pals noch am meisten rum. Ich hoffe, man muss nicht so lange warten auf Updates. Aber die haben ja tatsächlich auch schon ihre Roadmap veröffentlicht. Sieht man auf X. Also was alles in nächster Zeit noch reinkommen soll. Auch PvP zum Beispiel soll noch reinkommen. Der Pals schläft vor Stress ein. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn, dann vor Erschöpfung. Aber gestresst kann man nicht schlafen. So, es ist endlich soweit. Wenn ich diesmal nichts vergessen habe. Wir gehen weiter. Übers Meer. Hier runter. Ach, da ist auch das Ende der Map. Wo ist dieser Vulkan, Alter? Ich spiele auf Normal, ja. Genau. Beim Farmen habe ich zwischendurch auch benutzerdefiniert gemacht. Ein paar Sachen runtergestellt, dass nicht so viel Lebenszeit verschwendet wird. Aber grundsätzlich spiele ich auf Normal. Ich hätte ja schon Bock, auch dieses... Wie heißt der? Das Pokémon. Na, dieses Elektrozebra herauszufordern. Aber 31 ist schon... Nee, komm, mach mal erst mit der Pistole. Jetzt sollte schon diese Richtung sein. Kann der eigentlich schneller fliegen? Nee, ich glaube nicht. Warte lieber, die können sofort One-hitten. Das Zebra? Ach, komm. Das ist aber dann schon, äh... Unnötig übertrieben, oder? Zebritz. Genau, nach dem Namen habe ich gesucht. Aber haben wir... Haben wir doch... Ruby haben wir gefangen, ne? Doch, ja. Falsch, hier lang. Oder? Na komm, Map, bitte. Ja, ich hoffe... Ich hoffe, die Richtung ist richtig. Gab's in dem Game schon Lava-Review? Nee, weil wir versuchen seit drei Stunden den Vulkan zu erreichen, aber das ist nicht so leicht. Jetzt bin ich auch wieder on the way. Hoffe ich. Und ich wollte mir den Turm da oben anschauen, aber ich erwarte, dass da Level 40... ...auf mich wartet. Und war hier unten nicht auch noch ein Boss? Doch, ne? Also, so ein... Dungeon-Boss. War doch da. Ziemlich sicher, irgendwo. Vielleicht auch noch das eine oder andere neue Perl. Wäre ganz cool. Ah, ja, hier. Level 11? Hä? Was? Sag mal, sind diese Bosse so gewürfelt oder was? Wie kann der denn auf Level 11 sein? Aber wir haben den noch nicht. Dann, äh, schnapp ich mir den. Das ist er. Sweeper. Typ Eis. Äh, ja, dann wirst du mal kämpfen hier, würde ich sagen. Oder wir bleiben auf dem Vogel. Und setzen die Luftkanone mal ein. Oh, das ist ja übelst chillig. Geister-Lol. Oh, ich muss die Kleinen loswerden. Wie immer. Die sind am schlimmsten. Es geht. Mann, greif an! Warum machst du nichts? Level 11? Joa, ähm, Hilfe. Komm zurück. Das Ding ist, der kann halt spammen. Das macht ihn so stark. Und die Kleinen auch. Der setzt so Eis-Splitter ein. Der kann die spammen. Boah. Die sind schon echt alle sehr, sehr strong, diese Bosse. Eigentlich kann man das Level ignorieren. Beziehungsweise, man muss nochmal locker 10, 15 Level auf das Level von dem Boss draufrechnen. Und damit es realistisch wird. Sieht irgendwie gruselig aus. Und ja, ihr habt recht, Absteigen war auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Also zumindest gegen so viele kleinere Gegner. Weil die konnten das übelst ausnutzen, dass ich da oben war. Ich dachte, es wäre ein Vorteil, aber nein, war es nicht. Jetzt bin ich dann aber schon gespannt, was den Turm angeht. Vielleicht ist er ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, mein Vogel ist nicht gestorben. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Das ist, glaube ich, nur ein essbares Ei, ne? Oder? Sweeper ist sowieso OP. Also, wenn der wirklich dann in... Ich glaube, da ist ein Shiny. Oh mein Gott! Let's go! Aber nur die scheiß Katze. Sieht auch noch fast gleich aus. Aber leuchtet und ist größer. Außergewöhnlich. Steht auf jeden Fall dabei. Aber ist das... Ist das nicht sogar exakt dieselbe Farbe? Oder ist das... Oh mein Gott! Ist das wie bei Pokémon, dass das so... ... ein ganz klein bisschen heller ist? Oder so ein Scheiß? Mann, hätte ich nicht irgendein cooles Shiny bekommen können, wenn man das auch sofort sieht? Ich finde, über sowas kann man sich dann auch nicht richtig freuen. Das ist auch bei Pokémon immer ein absoluter Abfuck. Oh hey, Rebunny. Kenn ich noch nicht. Ach, das bist du. Moment, haben wir den schon gefangen? Nein, den haben wir gesehen, aber wir haben ihn noch nicht gefangen. Naja, der wird schon nicht so selten sein. Die Shinies sind nur größer, die Farben sind gleich. Hm? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich in anderen Streams und Videos auch schon Shinies mit anderen Farben gesehen habe. Etwa nicht? Ich bin einfach nur stärker als normal und größer. Hä? Hey? Na gut, dann habe ich das wahrscheinlich wirklich geträumt. Ja, moin. Ich war mir jetzt wirklich 100% sicher eigentlich. Na, dann freue ich mich. Shiny! Ja! Lass das Shiny-Viech mal campen. Ja, ich kann es halt jetzt nicht ins Team holen. Aber ich kletter mal rauf zum Turm. Da ist dann auch wieder ein Spawn-Punkt. Und ich glaube, von da haben wir dann auch eine sehr gute Aussicht, was den Vulkan anlangt. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn da jetzt ein Lobob drin ist. Volverock haben wir gefangen, glaube ich. Ja. Das waren andere Formen von den Pelz. Was meinst du jetzt gerade? Es gibt ja auch Brutformen, wo du die Pelz mit anderen Typen züchten kannst. Als ob was? Ach, das war Chimpep. Vielleicht hast du die Nacht-Versionen gesehen. Achso, das... Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ja, stimmt. Vielleicht habe ich so eine Typ-Variation gesehen. Und deswegen gedacht, das wäre ein Shiny. So wie bei dem Ike-Tür-Dier vorhin. Ja, kann sein. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, welches Pelz das war. Aber dann war es wahrscheinlich wirklich eine Terraform. Das hier ist ein ungewöhnlicher Weg rauf, aber es sollte gehen. Ja komm, hier sind doch bestimmt noch neue Pelz, oder? Gebirge. Schlamm. Und da ist auch ein Schnellspeicher. Sowie Schnellreise-Punkt. Gut. Das ist Quatsch, was gerade vorgelesen wurde. Es gibt nur drei Formen. Normal, Nacht und B-Version. Was ist dann B-Version? Achso, nee, das sind die... Ja, ja, verstehe schon, die Typen. Also, wie bei Ike-Tür? Ja, ja, okay. Und dann anders gefragt, was sind die Nacht-Versionen? Andere Farbe einfach nur. Anderer Typ. Wobei, das sind doch die B-Versionen dann. Hä? Alter, ist das verwirrend. Warum ist hier nichts? Kannst du shiny Fertigkeit mit normalen Pelz zusammenbreeden? Ja, ich merke schon, das Breeding ist hier doch ganz wichtig. Und broken. Bin sehr gespannt, was mich oben erwartet. Aber dieses Mystische, das hat schon was. Umso trauriger eigentlich, dass es keine richtige Story gibt. Hätte schon was hergegeben. Die B-Versionen sind die Brutformen. Achso. Ich hoffe, sie ändern das mit den Farben noch. Würde sich zehnmal geiler anfühlen. Stimmt. Ist der Turm echt noch so weit weg? Beim Breeden geht's nur um die Passiven. Ziel viermal Gold drei. Ey, die Lava sieht ja voll gut aus. Das muss ich mir kurz reinziehen. Oh, scheiße. Ich konnte gerade nicht mehr fliegen. Fuck. Ja, wir brauchen auch dringend einen besseren Gleiter. Der normale ist für einen Arsch. Da sind irgendwelche Pelz und sterben gerade. Hä? Aber die sind doch literally in der Lava gespawnt. Pyrien. Level 30. Scheiße. Wie sollen wir den denn fangen? Aber der sieht übelst geil aus. Ich brauch den. Oh, ich brauch den, Mann. Bitte. Greif doch an, Junge. Ist das so ein Feuerlöwe oder was ist das? Aber auf jeden Fall sieht er geil aus. Mein Pelz ist verbrannt. Nein. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Weil der geht ja auch nicht raus aus der Lava. Nein, ist der jetzt weggeglitscht? Oder wo ist der hin? Der ist einfach weg gerade. Ah, da vorne. Könntest du bitte angreifen? Du hast doch Fernangriffe. Ich habe das Gefühl, das ist hier auch wieder ziemlich buggy. Oh, die Armbrust macht ja sogar mehr Schaden als gedacht. 2% mit dem goldenen Ball. Willst du mich völlig verarschen oder was? Ach, ist das lächerlich. Gut, dass wir schon den besseren Schild haben. Ich glaube, ich sollte mich zurückziehen. Wir kriegen den eh nicht. Ich will den aber. Komm, wir schicken ja auch mal einen Feuerperl darunter. Vielleicht klappt es ja damit. Joa. Macht natürlich nicht viel Schaden, aber der kann da zumindest auch draufstehen. 4%. Nein. Was willst du? Hau ab, Mann. Lava-Ranking. Ich würde sagen 8,5. Ach, das geht nicht? Wieso? Ja, dann ist vorbei. Den kriegt man dann wahrscheinlich nur mit den roten Wellen. Und wir sind tot. Ah, rip. Ich finde dieses System aber auch nicht so gut. Das ist der, das ist die dritte Pals-Sphäre. Wir sind auf dem gleichen Level und der war so gut wie tot. Warum dann 4%? Das ist doch, ist doch Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Du hast einen roten Ball. Habe ich den gefunden oder was? Aber selbst mit dem hätte es wahrscheinlich nicht gerecht. Ja gut, jetzt ist er eh weg. Und das Fließband kann ich nicht herstellen, weil man dafür unglaubliche 100 Metall braucht. Sollen wir ihn vielleicht mitnehmen? Wobei, nee. Ich glaube, ich probiere es gar nicht mehr. Es hat keinen Sinn. Ich hole die Sachen und dann gehe ich rauf zum Turm. Es hat halt wirklich keinen Sinn, weil dir keine Chance gegeben wird. Entweder du hast die roten Sachen oder nicht. Da ist auch noch eine Boss-Version auf 49. Stabil. Durch eine Chest hattest du einen roten Ball. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja. Wasserpalast besiegt. Es wäre halt jetzt interessant zu wissen, wie viel Prozent der gegeben hätte. Haben wir noch andere gute Wasserpalast? Ich könnte den, ich könnte den Penguin von, von dem Arbeitslager holen. Ich glaube, was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Das ist halt nur auf 21. Ja. Ich hole den vom Arbeitslager. Er wird wahrscheinlich auch nicht viel regeln können, aber immerhin. Der eine Vogel ist ein Gleiter als Fähigkeit. Der ist so blau-weiß. Was soll ich mit dem Gleiter? Ich verstehe, ich verstehe gar nicht. Das ist ja falsch. Halt. So. Ich habe mir außerdem da runtergetan. Kann man besiegte Perlen nicht wiederbeleben. Also in die Box tun, heilt sie. Ob es eine schnellere Möglichkeit gibt? Ja, bestimmt. Aber ich weiß es nicht. Auf welchem Level war das shiny? Das war auch nur low-level, ne? Wird uns also nichts bringen. Ne, komm, wir holen schnell die Sachen und dann drauf zum Turm. Aber das heißt, das war schon der Vulkan, oder? Seltsam, dass ich keine Eier gesehen habe. Ich dachte, da sind viele. Ja, das denke ich, ist eindeutig der Vulkan. Dann musst du keinen besseren Gleiter herstellen. Achso, ja, okay. Aber dann brauche ich diesen Vogel halt auch permanent im Team. Will ich eigentlich nicht. Oh nein. Nein, scheiße. Wir haben ein Giga-Problem. Oh mein Gott. Ich muss so schnell wie möglich da hin, weil ich kriege ja jetzt wegen der Hitze dauerhaft Schaden. Schnell, verdammte Scheiße. Komm zurück, Mann. Nein. Verpiss dich. Komm. Oh no, das habe ich ja gar nicht bedacht. Was ist das denn für ein Abfuck? Schaffe ich das überhaupt da hin? Junge. Ich schaffe das doch nicht hin. Ich kann meine Sachen nicht holen. Ja, und was mache ich dann jetzt in der Situation? Könnt ihr auch jetzt nicht erwarten, dass ich mir eine neue beschissene Rüstung mache? Nur, um die andere Scheiße zu holen. Oh, ich kotze. Wir müssen von außen so nah wie möglich ran. Hier so. Und dann mit Full-Life rein speeden. Was ein Dreck. Musst du in der Nacht machen? Naja, aber das ist ein Vulkan. Also der wird ja nicht in der Nacht aufhören, heiß zu sein. In der Nacht ist es kälter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Lava-Gegend gilt. Das wäre auch wieder krank unlogisch. Aber, ja, wer weiß. Ich probiere es jetzt erstmal so. Wenn das nicht klappt, dann bei Nacht. Du darfst bis zu fünfmal sterben. Beim sechsten Mal sterben ist die... Ist der Loot weg, oder was? Ach, geil. Cool. Oh, was ist das für eine geile Statue da hinten? Generell, was ist das für eine geile Gegend? Oha. Sieht übelst nice aus. Da ist das Zeugs. Oh mein Gott. Wir müssen da so schnell es geht hin. Mit allen Leben. Ich habe halt nicht mal was zum Essen. Ich habe nichts. Das ist wie bei Elden Ring. Ja, stimmt. Scheiße. Daran habe ich halt wirklich nicht gedacht. Oh, hier beginnt die Hitze wieder. Nein. Wir müssen erstmal chillen. Ah, ich habe doch keinen Gleiter. Völlig lost. Ja, das wird jetzt unangenehm. Das wird jetzt wirklich sehr unangenehm. Aber warte mal eine Sekunde. Habe ich nicht noch eine schlechtere Feuerrüstung produziert? Wait. Die war nicht metallisch, aber die war normal, oder? Oh, oder war das die arktische? Nein, bitte nicht. Ernsthaft? Was würde denn so eine normale kosten? Ja, komm. Dann scheiß drauf. Gib mir die her. Das kann ich mir jetzt nicht antun. Und vor allem nicht riskieren, dass die Sachen wirklich dauerhaft weg sind. Aber imagine, jetzt heißt es, das läuft nur gegen Wüstenhitze, wie Red Zelda BOTV, aber nicht gegen Vulkanhitze. Hoffen wir mal. Also die paar Feuerdrüsen, die da jetzt draufgegangen sind, ist egal. Das ist nicht so schlimm. Sieht eigentlich gut aus, oder? Hier war es doch vorhin schon heiß. Ja, ich glaube, der Move war klug. Zum Glück despawnt der Loot nicht so schnell wie in Minecraft. Jetzt schaffst du es aber. Äh, ich hoffe. Was war das gerade für ein Geräusch? War das mein Perl? Hatten wir da irgendwas Wichtiges? Nee, oder? Oh, jetzt ist der hungrig. Nein. 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 Nein, 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 nein. Das ist doch alles nicht wahr. Ach, komm, hör auf. Ja, gut, den hätten wir wahrscheinlich eh nicht gekriegt. Aber ich dachte, dass dieser Löwe, also den wir fangen wollten, dass der halt wirklich nur auf der Lava spawnt, aber nö. Der chillt hier einfach. Hier auch. So, moin, moin, mir geht's gut. Alles, alles gechillt. Wo man ihn ganz einfach hätte fangen können. Muss los. Jo, was sind denn das für Süßes hier? Ich kann nichts fangen. Meine Fresse. Und er kann auch nicht mehr fliegen. Er ist im Arsch. Jetzt geht's. Die ganze Kacke hier war einfach unnötig. Hä? Was ist das denn hier? Haha. Jo, ich glaube, da müssen die Designer nochmal ran. Ey, hau ab da. Hau ab da. Hau ab da. Gib her. Yes. Full Muck. Wollen wir uns mit dem anlegen? Ah, Level 15 ist der nur. Scheißdrück. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal weiter rauf zum Turm. Dann ist das nämlich schon mal abgehakt. Nein, du sollst nicht angreifen! Warum machst du das? Friss was. Und jetzt rauf zum Turm. Kapiert? Wer seid ihr denn? Bruderschaft Level 32? Was? Assassin's Creed Gone Wild. Flieg! Komm schon! Ja komm, der Vulkan ist doch Endgame, oder? Wir haben hier halt überhaupt nichts verloren eigentlich. Aber Lava sieht schon echt geil aus. Vor allem von oben. Von oben ist es sogar wirklich eine 9,5. Das Feuer ist effektiv gegen deinen Eis, Pal. Ja. Ja, ich weiß. Aber der andere ist leider tot. Ich habe halt sonst nichts. Er hier ist nur 15. Der trocknet sofort aus. Und hat außerdem auch noch zwei Typ Eis. Bin gespannt, welches Level der Turm hat. Ja, aber ich denke, ich denke 40. Mindestens. Mindestens 40. Wenn nicht sogar 50. Das ist besi... Oh. Ich glaube, das ist ein besonderes Ei. Sogar ein Drachen-Ei. Turm Level 40? Ja. Bestimmt. Aber was für ein Trainer und was für ein Pokémon ist... Ey, Pal ist da. Entweder Feuer oder Drache. Eins von beiden. 100%. Das sah echt deutlich näher aus. Aber das ist übelst weit oben. Das Schneegebiet oben und die Wüste rechts sind Endgame. Okay. Komm, zieh durch. Cooles Ei. Sofort brüten. Ja, ich glaube, ich werde dafür dann auch nochmal... Also, vor allem, wenn wir mehrere finden... Ähm... In den Einstellungen das runterdrehen. Dass die schnell ausgeprütet sind. Weil es ist ja arfig, dafür dann 30 Minuten oder so zu warten. Wir sind da! Einfach Feuer, Drache. Stimmt! Wahrscheinlich sowas. Das sieht aber schon echt sehr, sehr nice aus. Oh, da ist Schwefel! Yes! Da ist Schwefel! Deswegen sind wir ja eigentlich auch ursprünglich hergekommen vor... Also, wir haben es geplant zumindest vor vier Stunden. Yay! Kann man sogar richtig geil looten hier. Keine Gefahren. Großer Felsen. Turm der Bruderschaft der ewigen Lohe. Ja, das klingt... Klingt... Sehr heiß. Ach, man sieht den Boss nicht. Erst wenn man reingeht? Ich dachte, das wäre auf der Karte markiert. Was das für ein Gegner ist. War das nicht sogar so? Bei dem ersten? Wer weiß es denn zu 100%? Ist es wirklich Level 40? Das sind die Eier, die normal 36 Stunden brauchen. Auch mit der niedrigsten Einstellung brauchen die dann noch 30 Minuten. Okay, das sieht komisch aus. Ohne diesen seltsamen Film, der da drüber ist, würde es viel besser aussehen. Oh, ich glaube, da ist... Hier, die Feuerechse. Am Vierer. Ja, ist Level 40 oder 30. Stand da gerade. No data. Ne, das ist nicht am Vierer. Das sind irgendwelche Idioten. Beim ersten Mal ist der Level 30. Also so als Abschluss wäre das ja schon eigentlich ganz geil, den zu machen. Muss ich sagen. Aber mit Knarre auf jeden Fall. Ohne Knarre kriegen mich da keine 10 Pferde rein. Gegner hat 130.000 Leben. Axel ist Level 40. Warte, heißt das Perl, Axel oder der Trainer? Mann, dass man das nicht von außen sieht, ist aber auch so scheiße. Ich bringe jetzt erstmal die Sachen weg. Das ist der Knackrack-Boss. Was ist denn gegen Drache in dem Game effektiv überhaupt? Wir können uns erstmal an dem probieren. Achso, für die Pistole haben wir aber auch 100 Eisen gebraucht, ne? Bei wie viel sind wir denn jetzt? Seltsam. Bei einigen war er Level 30, bei anderen Level 40. Vielleicht liegt es daran, ob man auf einfach oder normal spielt. Das sieht nicht gut aus. Eine Stunde 19 braucht das normalerweise. Komm, dann gehen wir mal in die Settings. Und gönnen uns das. Also, man drückt da drauf. Dann auf Welteneinstellungen. Ja, Benutzer definiert. Und hier kannst du dann alles vornehmen. Zeit entstanden, die benötigt wird, um das riesige Ei auszubrüten. Also das hier auf 0, glaube ich, sollte stimmen. Ja, versuchen wir es mal so. Ein anderer hat fast 200.000 Rass. Hä? Wieso ist das jetzt trotzdem noch bei einer Stunde 20? Weil du es schon reingemacht hast, wird nicht funktionieren. Aber ich habe doch wieder auf normal gestellt, bevor ich hier gestartet habe. Oder bleibt das trotzdem gespeichert? Ach, scheiße. Ist es geändert auf entspannt? Hä? Ich war doch gerade bei Benutzer definiert. Wie kann er dann entspannt übernehmen? Nein, hier, guck. Benutzer definiert. Aber aus irgendeinem Grund war die Einstellung offensichtlich schon drin. Sehr, sehr seltsam. Um es zu testen, können wir ja mal auf 0,1 oder so gehen. Oder 1 meinetwegen. Ich dachte, wenn man auf normal schaltet, dann wird sich alles wieder normal einstellen. Ne. Ja gut, schade. Dann werden wir das Vieh leider nicht mehr sehen. Elasto. Ei rausnehmen und wieder rein. Na gut, das könnte auch sein, dass es ein bisschen rumbackt. Frage mich, wie ich das Herz zusammenbekommen soll für die Pistole. Ach, tatsächlich. Ah ja. Dann muss ich jetzt aber nochmal in die Settings gehen, weil wir es ja gerade auf 1 haben. Lel. Aber dann hat sich das wenigstens geklärt. Weil es wäre seltsam, wenn das die einzige Einstellung gewesen wäre, die einfach gleich bleibt. Brauchst dringend einen Whirlpool, damit die nicht mehr so deprimiert sind. Ja, aber ich glaube, den schalte ich erst auf einem höheren Level frei. Ich habe die halt auch ultra auf Ausbeutung angesetzt gerade. Was ist einfach direkt fertig? Ist das Evil Tal? Was zum Teufel? Das ist jetzt aber schon ein bisschen krass. What? Das ist eine Variation von irgendeinem, den wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich das Wasser Garados Viech. Aber es gibt den auch noch in Drache Feuer. Ja moin, Alter. Feuer. Feuererzeugung Level 4. Kann als Reittier benutzt werden. Oha. Der ist schon sehr, sehr geil. Kann ich nicht anders sagen. Aber er ist halt jetzt auch nur auf Level 1. Boah, ist der krass. Der ist selten. Nice. So muss das sein. Kann ich mein Fanggeschick eigentlich wieder hochpushen? Nee. Noch lange nicht. Wir müssen aber einen Abschluss für den Stream finden. Und ich glaube, wir werden in den Turm gehen. Ich muss jetzt nur irgendwie auf Krampf noch genug Eisenerz zusammenkriegen. Um die Pistole herstellen zu können. Ähm. Vielleicht helfe ich einfach beim Abbauen mit drüben. Oder wir warten da ein bisschen. Aber ich glaube, wenn wir dort sind, dann geht es sogar noch schneller. Ach, warte, erstmal schlafen. Es ist wieder Nacht. Dann haben wir hoffentlich eine Chance, den Boss zu killen. Wie reitet man den jetzt? Naja, du musst den Sattel freischalten. Aber ich befürchte, dass der auf einem höheren Level erst kommt. Ja. 43. Den geht es allen echt ziemlich scheiße. 4. 4. 4. 5. Aber hatte ich nicht viel Medizin? Wo waren denn die nochmal? Hier gibt es auch noch welche. Die können wir mal versuchen zu verfüttern. Vielleicht bringt es ja was. Das ist echt mau hier. 4. 5. 7. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 12. 15. Die haben alle kein Bett? Doch, doch. Hier sind sie doch. Die sind depressiv, weil sie überarbeitet sind. Das kriegst du halt nur mit der Spritze geprixt. Wir müssen jetzt einfach selber ein bisschen mitknechten, dann geht das schon. Die Armen, ja. Oh nein, die Waffe ist kaputt. Scheiße, Mann. Tropenrüstung ins Lager. Ja, das Ding ist, dass das alles voll ist. Aber ich kann jetzt auch keine neue Kiste bauen, weil die würde ja auch wieder Eisen fressen. Ja, hier ist noch ein bisschen Platz. Aber jetzt haben wir wenigstens diese Feuerrüstung, damit das, was vorhin passiert ist, nicht nochmal passieren kann. Welches Level hast du? Äh, ich glaube 31. Wie schnell geht das jetzt mit dem eigentlich? Weil der hat ja Level 4. Äh? Oder? Hat der ja nicht Feuer Level 4? Doch. Was machst du? Komm her. Komm her. Alles klar. Guck nochmal, was braucht man für das Gigaschild? Aber ich habe keine Hoffnung, dass wir uns das herstellen können. Ah, es liegt an den antiken Bauteilen. Fehlen 4. Wer hütet? Warum brennt der denn nicht? Ach doch, er hat es gerade anscheinend gemacht. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Einfach innerhalb von 2 Sekunden oder so. Ja, also wenn wir mithelfen, dann geht es eigentlich. 2 Pelz haben einen Knochenbruch. Ja, die sind alle am Arsch. Aber ich kann mich jetzt nicht drum kümmern. Das würde jetzt so lange dauern. Das Stream geht schon 5 Stunden. Ich will den Turm noch irgendwie packen. Hoffentlich. Und dann glaube ich, kann man sehr zufrieden sein mit dem Wasserreichtboden. Was soll ich eigentlich erhöhen? LP, oder? Oder Ausdopp? Ne. Ne, ich mache LP. Du brauchst ein Fließband. Ich weiß, aber das würde ebenfalls nochmal 100 Metallbarren kosten. Und ich muss die jetzt in die Knarre investieren. Zwei Spritzen sind fertig. Die kann ich noch weitergeben. Warum nimmt der immer so einen seltsamen Weg? Warum machst du dir keine Metallspitzhacke? Selber Grund wie Fließband. Metallspitzhacke. Spitzhacke. Braucht Metall. Ey, der ist ja wirklich unglaublich schnell. Das ist krass. Also er nimmt diesen unnötigen Umweg, aber dann ist es echt in einer Sekunde fertig. Moment, wie viel? Wie viel Metall haben wir jetzt? Es fehlen drei, Bro. Really? Metall ist ein Arc auch so anstrengend. Ja, das ist gefühlt das allerwichtigste, glaube ich. Zumindest im Mid-Game. Und, äh... Selbst mit der Farm hier ist es echt schwer. Also er ist depressiv. Tun wir was dagegen. Ja, wobei, kannst du immer nur dann machen, wenn dann, wenn dann gerade nichts tut, ne? Scheiße, man. Komm her. Brauchst eine Spritze. Alter, ist das nervig. Spritze gegen Depressionen. Also, ja, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Aber im Spiel funktioniert's. Nichts im Lager. Schwach. Der Ofen ist falsch rum. Das hat bei den anderen beiden Pals aber auch nicht gestört. Die Position da hinten ist halt jetzt für den Riesen ungünstig, denke ich. Oh, ich bin zu voll. Ernsthaft? Ja, ich muss nochmal kommen. Hilft nix. Ich will mir eh nur drei für die Pistole. So. Aber wen nehmen wir denn jetzt überhaupt im Kampf mit? Welcher Typ ist es denn jetzt überhaupt? Ich hab Elektro gelesen, ich hab Drache gelesen, ich hab Feuer gelesen. Aber ich denke, wir nehmen alle unsere Bosse mit. Und hoffen auf das Beste. Aber muss ich dann nicht eh noch ein bisschen Munition herstellen eigentlich? Sonst kommen wir ja nicht weit. Ah, die braucht auch nochmal Metall. Damn. Was? War aber klar. So, jetzt. Pistole. Produzieren. Es ist Elektro-Drache. Warte mal. Was ist dann überhaupt effektiv? Was nimmt man denn da? Was nimmt man denn da? Knack-Krack-Boss. Ich hätte den halt auch gern gefangen, aber das wird dann auch nicht klappen. Mit einer, mit einer roten Sphäre, glaube ich. Wird das nicht. Naja. Boden. Eis. Ja, okay. Eis habe ich was zu bieten. Boden. Naja. Ich hab diesen Maulwurf, aber der wird da nicht viel regeln. Ja, tschau, ne? Gibt's auch Fee hier? Ne, ich glaube, Fee ist der einzige Typ, den es nicht gibt. Wer hat bei uns eigentlich Bauen Stufe 2? Mindestens. Du, ne? Ausgerechnet du musst jetzt rumbacken. Okay, Problem gelöst. Na, stopp, 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 stopp. Ich hab was ganz Besonderes mit dir vor, Alter. Frage ist, wie kann ich den überhaupt hochheben? Du machst das jetzt, ja? Ich hab ja gesagt, dass das nicht immer funktioniert. Ich sagte, du machst das jetzt. Ach, warte mal. Ich glaube, er will... Ah, Moment. Er will fressen. Er ist am Arsch. Er hat nur Gai 7. Danach kommt er aber, glaube ich. Was ist das hier überhaupt? Bringe einem Pel da mit Power-Schuss bei. Was? Wie? Oh, ich hab kaum Pfeile. Sollte man schon auch noch herstellen. Weil wir werden alles verballern müssen, was nur geht. Und wenn der Boss auf 40 ist, dann haben wir auch, real talk, glaube ich, keine Chance. Nur damit das klar ist. Kannst du Feuergerados hochheben? Ja, alle. Alle. Auch wenn es unrealistisch aussieht. Wie viel muss denn der fressen, bitte? Der hat ja kaum was gearbeitet. Na gut, der hat auch Knochenbruch. Scheiße. Wir haben das Problem, dass wir die Sachen jetzt einfach nicht gefertigt kriegen. Die Früchte sind die TMs. Check aber nicht, wie ich die benutzen kann. Achso, du musst die dann verfüttern, oder was? Aber dann geht das, geht das bei allen Pals, oder nur Typ normal? Weil es ist Typ normal. Okay. Okay. Ja, keine Ahnung. Der kommt einfach nicht. Und er überfrisst sich sogar. Sag mal, bist du blöd? Oh, haben wir irgendeine andere Option? Hat er nicht auch irgendwie Stufe? Ja, nee, 1 nur. Das kotzt echt an. Leider kann man das, glaube ich, in den Einstellungen nicht erhöhen, dass das Bauen schneller geht. Oder? Geht das? Das wäre jetzt schon nice. Ja, es geht bei allen, aber wenn der Pell die Attacke schon hat, dann nicht. Hm. Okay. Ich würde es jetzt aber erstmal abladen. Warum habe ich das hier eigentlich noch? Ich dachte, ich habe das jetzt verbraucht. Oder erst, wenn die Pistole fertig ist. Wieso hackt der jetzt Holz? Es ist so zu kotzen, Mann. Wenn ein Pelz sich überfressen, ja. Und der geht einfach, obwohl er nicht fertig ist. Kannst nur das Arbeitstempo erhöhen durch Skillen. Oh, ist das viel? Moment. Ich dachte, es ging hier. Achso. Ja. Na. Nur bei denen im Team. Ich erhöhe bei dem jetzt das Bauen und hoffe, dass ich das nicht beraunen werde. Ach, das geht ja sogar mit der anderen Währung dann nur. Komm. Das muss sich jetzt aber gelohnt haben. Hau ab. Oder soll er halt hier erstmal zeigen, dass er es kann? Naja. Aber er hat halt auch nur 3%. Also was soll ich tun? Das ist der negative Aspekt des Spiels, leider. Ich meinte deinen Skill. Nee. Also ich würde jedem davon abraten, Arbeitstempo zu leveln. Das ist totaler Quatsch. Das ist eine Sache, die sollen die Pals machen und nicht man selber. Das ist echt ein verschwendeter Level-Up-Skill. Haut das lieber in LP, Gewicht oder Aussauer. Aber der eigene Ausbauskill, ich finde den kompletten Unsinn. Wie bekommt man das Guy wieder voller? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube tatsächlich nur, wenn sie sich ausruhen. Also durch diese Pools. Kann sein, dass man das auch mit Medizin so ein bisschen machen kann, aber es ist dann halt auch nicht natürlich. Was ist das? Manches Essen gibt auch geil. Bären geben null. Okay. Ja, super. Was anderes kann ich aber gerade nicht herstellen. In dem Kühlschrank ist auch nichts. Ja, wir sind halt jetzt leider leer. Kann man nichts machen. Kann dem aber auch nicht sagen, dass dann die heiße Quelle gehen soll, oder? Ja, selbst wenn, das würde ja dann auch wieder dauern. Mann, ich will die Kacke jetzt sofort haben. Ich will mithelfen. Zucker von den Kuchenschafen geben zum Beispiel 5 Wunder und 5 Gei. Okay, die vergammeln auch nicht. Hatte ich das nicht im Inventar, aber jetzt weiß der Teufel, wo das ist, ne? Ja, jetzt hat er immerhin 13%. Es gibt einen Perl, das Essen auf der Farm produzieren kann, was auch Gei gibt. Ja, müsste man wissen, welches. Kevin Mott, danke für eine Münze. Und wie lange Streams gehen, weiß ich nie. Dr. Shell, ich kann ja auch nicht in die Zukunft sehen. Wäre er denn nach 5 Stunden gern fertig gewesen, aber... Ja, jetzt... Kann ich's halt leider auch nicht beschleunigen gerade. Können nicht mehr Perls in der Pistole arbeiten. Ich hab das noch nie gesehen, dass das geht, leider. Immer nur eins, ja. Die arbeiten nur gemeinsam, wenn man ein neues Bauwerk errichtet oder so. Genau. Beim Perls geht's gar nicht gut. Absolut korrekt. Ja, komm, wir tauschen mal die aus, die wir austauschen können. Dann geht's vor... Vielen Dank. Ja, schon ein bisschen besser jetzt, denke ich. Das ist Elevoltec, ja. Oder ElecTec. Guck oben rechts, das ist mir bewusst, ich kann es nicht ändern. Das ist alles halt so unnötig lang dauert, wusste ich halt auch nicht. Wo ist der und warum stellt er nicht die Medizin her? Weil er frisst. So eine Möglichkeit, denen wirklich feste Aufgaben zu geben, wäre schon gut. Weil das ist echt nervig. Den Flatterer habe ich halt nur, wirklich nur wegen der Medizin reingetan und er macht es halt einfach gar nicht. Braucht man mehr als eine Spritze. Ja, mit einer Spritze kannst du schon mal die Depression heilen, das ist schon mal was. Na komm schon, das ist so unnötig. Das ist halt wirklich eine Sache, die nicht sein muss. Das Spiel wäre so viel besser, wenn es nicht so unnötig wäre. Macht er überhaupt noch was oder nur ich? Also, er soll ja angeblich Fertigung Level 2 sein und hat nochmal viermal ein Upgrade bekommen und du siehst da gar nichts davon. Das ist echt lächerlich. Am Ende machen wir die Pistole komplett für unnötig, weil wir eh kaum Munition haben. 10 Schuss, wow. Krass. Komm, haben wir Pals, die nur fertigen können? Die gar keine andere Option haben? Das ist scharf tatsächlich, ne? Ich glaube, das können wir ein bisschen dazu zwingen sogar. Ich meiste die anderen jetzt alle raus. Außer den Kleriker vielleicht. So. Schnauze voll. Kannst glaube ich im Menü auch die Herstellungsgeschwindigkeit anpassen. Also, ich habe es nicht gesehen. Auch vorhin schon gefragt, aber ich habe es nicht gesehen. Erst im Technikbaum aktivieren. Hä? Schnauze. Wo soll das denn sein? Spätergranate. Hä? Die könnten wir halt sogar herstellen. Als ob, oder? Danke für die Pistole. Schießpulver hatten wir doch, oder wo ist das? Das hatten wir doch, hä? Wieso ist das jetzt nicht da? Oder das für irgendwas anderes verbraucht? Och, nö. Ich dachte, wir können jetzt noch eine Grenade mitnehmen. Dann hätte ich mich gut gefühlt. Aber so bleibt die Siegeswahrscheinlichkeit sehr gering. Das wurde anscheinend echt verbraucht. Aber ich denke nicht, dass es im anderen Lager ist. Ach, scheiße, Mann. Toolbox oder so heißt das. Naja, weiß man halt auch nicht, auf welchem Level das kommt. Außer so spiele ich auf Deutsch. Ne, werde ich nicht finden. Für die Ammo brauchst du das Schießpulver auch. Ja, aber das jetzt abzubrechen, wäre auch dumm, oder? Dann doch lieber die Pistole-Monin mitnehmen. Oh Mann, das ist alles so belastend. Ah, warte. Eine Idee habe ich sogar. Wir könnten in dieses Opferlager gehen. Und die nochmal kurz abschlachten. Das war doch hier gleich. Die droppen doch ab und zu mal Schießpulver. War das hier? Mir ist leider nicht sicher, welche Richtung. Nee, das war nicht hier. Oh doch. Ist es das? Nee. Werkzeugkiste auf Level 19. Was bringt die dann? Ah ja. Die ist fürs Arbeitstempo. Okay. Hier sind keine NPCs. Mit Ultralack finden wir was in der Truhe. Denk aber nicht. Nö. Scheiße. Ich kann diese Werkzeugkiste aber ähnlich erstellen, ne? Nochmal 40 bezahlbaren. Also kannst du knicken. Ach, wir haben eh keine Chance bei dem Turm, oder? Wenn wir ehrlich sind. Komm, dann breche ich das jetzt hier doch mal ab. Nehme eine Granate mit. Aber ich habe keine Hoffnung. Das Loopmon hat Fertigung Level 2. Schreib eine. Ja, das geht jetzt tatsächlich bei der Splittergranate auch spürbar schneller. So. Dann werfen wir einmal alles rein. Vielleicht ist die ja OP. Mal schauen. Fünf Schuss noch. Und dann entscheiden wir uns, was wir mitnehmen. Für den Kampf. Also hauptsächlich Bosse, würde ich sagen. Er... Ja, der ist halt auch nur auf 19. Ey, scheiße. Ach, die sind halt alle zu schwach. Ja, er sollte noch mitkommen. Stimmt. Der kann ja passiv noch mitschießen. Chillet ist keine gute Idee, ne? Den hau mal weg. Er halt noch, weil er Wasser ist. Ja, dann tatsächlich auch für Grisbold. Ach, keine Ahnung. Wie sollen wir das denn schaffen? Holy shit. Lol. Keine Chance. Wer kann noch heilen? Also der kleine Elefant, kann das noch irgendjemand anderes? Oder dann würde ich vielleicht einen Heiler mitnehmen. Aber was muss der Elefant machen? Doch brauchst Eispelz. Habe ich aber eigentlich auch nur den. Äh... Wenn wir von Relevanz sprechen. Die anderen sind nutzlos. Ja, nutzlos. Du sagst, danke für fünf Münzen. Verfolge ich schon seit zehn Jahren. Habe ich über Pokémon XD gefunden. Danke dir fürs Lob und ich hoffe, ich kann dir bald ein neues XD-LP spendieren. Wird aber wahrscheinlich auch eher live. Ja, komm. Let's try it. Pistole ist ungefähr doppelt so stark wie die Armbrust. Naja. Wird nicht reichen. Ah, ja gut. Eine Sache, die wir noch schnell machen können. Das dauert auch nicht so lang, glaube ich. Sind Pfeile. Wenn wir keine Moni mehr haben, dann brauchen wir wenigstens Pfeile. Feuerpfeile würden uns, glaube ich, nichts weiterhelfen. Brauchen normale. Fünftbester Healer ist der Elefant. Ach, krass. Ja, okay. Aber dann noch einmal kurz. Was muss der tun? Wie... Wie lasse ich ihn heilen? Muss der einfach auf dem Kampffeld sein? Oder braucht der auch so einen Sattel? Wie funktioniert das? Wo ist er überhaupt? Aber fünf bester Healer? Das klingt schon so, als sollte ich ihn mitnehmen und dann halt Bushi rausschmeißen. Level 4. Also wenn der auf dem Kampffeld sein muss, dann... Naja. Schwierig, ne? Er muss auf dem Kampffeld sein. Ja, das war irgendwie klar. Arbeite wenigstens noch ein bisschen was. Komm. Ich habe auch kein Essen mehr. Ich bin so am Arsch. Was denkt ihr? Schaffen wir es ja oder nein? Ne, ne? Ist das Spiel deiner Meinung nach gut? Ja, schon. Für den Preis, für Early Access schon. Oh, ich hoffe, der ist Level 30, Mann. Das ist falsch, Herr Perl, aus dem Team geschmissen. Wen habe ich rausgehauen? Ihn, oder? Schaffst du niemals? Schaffst du niemals? Kann ich nicht irgendwie auf Krampf schnell hochleveln? Er kriegt halt Level ab durch das Bewässern, aber das wird jetzt halt auch nicht so viel ausmachen. Heilt der nur mich oder heilt der auch mal eine Pelz mit der Wellnessdusche? Beim Turm 183, 28 ist ein Level 20. Wo ist denn das? Das könnte man dann als, als Trostlösung nehmen. 183, 28. Ich bin aber leider zu blöd, um so Koordinaten zu finden. Also hier ungefähr. Ne, nicht ganz. Egal. Hier so, anscheinend. Ne, doch nicht hier, weil du hast nichts von Minus gesagt. Mann, ich wollte eh verfickt. Da. Wenn die Koordinaten stimmen. Aber das kommt hin, ja. Das könnte durchaus Level 20 sein. Oder wollen wir gleich Schwanz einziehen und direkt hingehen? Und Vulkan sein lassen? Wobei eigentlich auch nichts dagegen spricht, einfach mal kurz reinzuschauen. Bei Aktivierung spritzt geheimnisvolles Wasser, das Wundenlind und die HP des Spielers wiederherstellt. Okay, also der Elefant heilt mich, nicht die Perls. Vulkan ist der dritte Boss. Ja, dann kommen, dann ziehen wir, ziehen wir den Schwanz ein. Weil den anderen schaffen wir wenigstens. Also, äh, ist zumindest zu erwarten. Ich gebe hier keine Garantie für irgendwas. Nach dem zweiten Boss. Ja, ich glaube auch. Weil kommt, wenn wir es nicht schaffen, und wir werden es nicht schaffen, wieder direkt enttäuscht und abgefuckt, freuen wir jetzt am Ende doch nicht. Vielleicht kommt ja noch ein dritter Stream, ich weiß es noch nicht. Dann können wir den Vulkan angehen. Ich werde dann auch nochmal Schießpulver und Metall farmen, damit wir genug Munition haben. Ich glaube, das ist wirklich das Klügere, als jetzt hier wieder irgendwas auf Krampf erzwingen zu wollen. Eine Granate noch mitnehmen. Ein scharfes Tod. Ein paar gute Feuerpelz. Achso, stimmt, halt. Bei dem zweiten Boss braucht man dann natürlich auch wieder ein neues Team. Welcher Typ ist denn der? Oder wir können ja auch erstmal hinlaufen. Da gibt es dann auch einen neuen Spawnpunkt. So weit ist es nicht. Ist das Pokémon oder Zelda? Ist das Spidus plus Ark? Ein bisschen Elden Ring und... Hey. Was geht hier denn ab? Den brauchen wir. Stopp, stopp, stopp. Nicht so geil, dass er gerade runtergefallen ist. Er ist auch fast gestorben dadurch. Und natürlich noch ein weiteres Perl, was wir noch nicht haben. Oh, was ist passiert? Oh, was passiert? Hä? Was war das? Das hat mich mit drei Hits getötet. Ich dachte, ich bin hier im Anfangsbereich. Ich bin hier im Anfangsbereich. Gefühlt Endgame gerade. Hä? Wie kann das sein? Wo war das jetzt? Das waren Minen. What? Warum? Wo kommen die denn her? Außerdem, ich war doch an der Klippe, am Berg, am Klettern. Samenminen. What the fucking hell? Wo war das denn jetzt? Das ist einer der stärksten Gegner am Anfang. Ja, aber komm, ich bin Level 30. Gut, ich habe vielleicht noch die Feuerrüstung an, aber die ist doch auch nicht schlecht. Ist ja die metallische. Das hat jetzt wieder auch wirklich niemand gebraucht. Und ich finde die Sachen nicht. Ich finde die Sachen nicht. Bin ich hier völlig falsch? Ach ja, Entschuldigung. Ich bin behindert. Von dem Pearl. Also das war eine Attacke von dem Silvaro. Also Junge, was hat der im Anfangsgeglied verloren? Wenn dieser Spacko nicht runtergefallen wäre, dann hätten wir den sofort gefangen. Also Balancing ist ein Problem in dem Spiel. Arbeitstempo ist ein Problem in dem Spiel. Farming nur, wenn du es nicht anpasst. Da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, die hätte ich anders gemacht. Ja genau. Wie viele neue Impels sind jetzt hier bitte noch gespawnt? Ist ja richtig unnormal. Ich sehe die Sachen einfach immer noch nicht. Aber es muss doch hier gewesen sein. Normal sieht man doch auch so einen Strahl, der nach oben geht. Jetzt sag mir doch bitte nicht, dass die Sachen irgendwie weggeglitscht sind. Du hast sie schon. Wie kann ich sie denn schon haben? Wenn ich gestorben... Ey, für heute habe ich keine Lust mehr. Ist zwar ein schöner Bug, aber... What the fuck? Normal verliert man ja alles. Muss es nochmal neu holen. Komm, vielleicht kriegen wir den noch gefangen. Komm, bitte. Ja, schon besser. Den Angriff hättest du dir auch sparen können. Mann, was machst du? Oh, wie... Ist das wegen Benutzer definiert? Aber ich habe eigentlich nur eine Einstellung geändert. Okay, dann muss ich... Äh... Wenn wir beim Turm sind, nochmal auf Normal stellen, um sicher zu gehen, dass da nicht irgendwas auf super easy gestellt ist. Wobei alles noch beschissener läuft, als vorher eigentlich. Ist das der Turm? Alter, ist die Attacke nutzlos. Ja, das ist genau das Negative an ihm. Du kannst ihn halt nicht zurückrufen. Er supportet dich ständig, was an sich cool ist. Aber wenn du Pels fangen willst, ist es halt... Äh... Sehr, sehr... Kacke. Kann man ihm das irgendwie sagen, dass er das jetzt nicht machen soll? Weil ich kann ihn ja jetzt nicht aus dem Team rausnehmen. Daydream meine ich. Der... Der macht das halt leider immer. Ich habe ihn halt nur wegen dem Bosskampf mitgenommen und dann mussten wir auf einmal umplanen. Oh, übrigens ist hier... ...wieder unser Freund. Komm, Revanche. Bitte. Der ist ja wirklich völlig OP. Aber er hat einen KP. Oder ist er tot? Er ist tot. Scheiße. Ich habe Daydream nie genutzt, eben wegen dem Kontrollverlust. Ja. Er ist eigentlich auch Müll, aber für den Bosskampf finde ich es gut. Bitte lass mich wenigstens hier diesen Checkpoint erreichen. Komm, beweg den Arsch. Okay, gut. Äh, könntet ihr die mal bitte alle umbringen? Wobei die auch auf Level 22 sind sogar. Äh, was ein Chaos hier. Ich dachte, wir gehen ganz gechillt zum nächsten Turm. Aber nö. Das ist übelst weit weg noch. Pistolen-Munition, 8 Schuss? Ja, da sag ich nicht nein. Sehr gerne. Also, ich befürchte, das ist der. Aber habt ihr nicht gesagt, Eisgebiet ist Endgame? Ist das, ist das gerade wirklich der richtige Turm? Also der... Nein. Ne, es muss der sein. Der ist auch im Eis, aber näher. Dann ist das der Endgame-Turm. Daydream-Schlachten. Ne, für Bosskämpfe brauche ich ihn halt. Was ist denn das schon wieder hier? Wir können halt gerade einfach keine Pals fangen. Auf der Map sah das so aus, als wenn das gar nicht so weit weg wäre. Ist es aber. 12%. Ja, die müssen halt auch wirklich alle dann niedrig gelevelt sein. Äh, wenig, wenig HP haben. Sonst kriegen wir sie nicht. Es sind aber gerade aber auch irgendwie zu viele Pals und zu viele Gegner insgesamt. Es ist viel zu chaotisch. Warte, vielleicht kriegen wir den. 18% deine Mutter. Ja, das ist der richtige Turm. Okay. Schnell, 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 schnell. Gön. Weil du hast nur eine Chance. Yes. Guri-Rat. Das war, glaube ich, so ein Steinaffe. Der war auch ziemlich cool. Rücktaste 4 und Angriff einstellen. Und dann? Achso, bei, bei... Bei ihm hier? Okay. Ich weiß nicht, ob das... nicht für Nightwick gilt. Weil, wie gesagt... Daydream ist... ist ja zusätzlich draußen, wegen seinem Sattel. Das ist eine Spezialfähigkeit, die nur er hat. Grünbach. Ja, schon nice. Wohl Früchte vom Baum. Ich sehe keine einzige Frucht hier. Sind auch alles... keine Fruchtbäume. Oh, aber ein riesiges Pflanzen-Ei. Gute ist, dass der Elefant durch die ganze Schoße hier noch gelevelt wird. Komm. Honn-Weisel. Honn-Weisel fangen. Greif an. Nein, die kann auch explodieren! Ich glaube, ich fress Scheiße gleich. Was? Geht. Ab. Wir haben sie jetzt beide umgebracht. Digga, das ist dein zweites Legi-Ei. Ich habe noch kein einziges. Also, noch haben wir Ausbrüten ja auf Cheaten eingestellt. Ich werde mich beim nächsten Checkpoint ins Lager porten, um zu gucken, was drin ist. Einfach Pflanzendrache dann wahrscheinlich. Ja komm, dann scheiß auf die ganzen Pässe, die wir hier verloren haben. Wir nehmen heute die ganzen Banger mit. Oh, nice mit dem Wasserfall. Von hier aus sollten wir aber lieber wieder fliegen. Jo. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Ich muss das wieder aktivieren, damit die Pals angreifen. Also, das gilt für alle, wenn ich sage, nichts machen. Okay. Ja. Ist dann auch nicht die perfekte Lösung, aber immerhin. Kaum noch ein riesen Eis-Ei. Oh, stimmt. Haben wir ja gar nicht dran gedacht. Weil es auch von weitem nicht zu sehen war. Dass wir hier die Eisrüstung brauchen, die ich abgelegt habe. Aber warte, keine Panik. Da vorne muss eigentlich irgendwo der Checkpoint sein. Uh, da ist Eis dir. Ah, hier, 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 hier vorne. Schnell. Schnell. Let's go, komm. Yes, weg hier, schnell. Porten. Ja, moin. Also, Eisrüstung packen wir ein. Und wir schauen, ob das wirklich ein Legi ist oder Schmutz. Warte mal, wieso habe ich zwei von denen? What? No way. Was? Was? Ist das Hornweißel? Ich glaube, es ist Hornweißel. Und Cotini. Best Case! Dann fehlt eigentlich nur noch Robin Hood, der uns verarscht hat vorhin. Ah, jetzt ist das Salz weg. Jetzt fühlt man sich wieder wie ein Macher. Sehr geil. Okay, Eisrüstung. Ohne die wird da nix gehen. Ah, die ist aber auch nicht metallisch. Habe ich keine metallische? Nicht? Doch, im Besitz 1. Wo ist denn die? Ah, nee, halt. Fellrüstung. Dann doch nicht. Aber die ist trotzdem besser als die andere. Ja, die ist eigentlich Schmutz. Warum brüten die Eier direkt? Habe ich so eingestellt. Moment. Was braucht man denn für die? Lass mal kurz schauen. Okay, RIP. Pumptisch. Dann muss es die Fellrüstung tun. Bitte. Oder vielleicht können wir ja im Kampf auch wieder auf eine Metallrüstung wechseln. Auf 200 IQ Basis. Müsste ich aber erst mal rausfinden, wo meine Metallrüstung ist. Die normale. Ja, das sind Ingame-Einstellungen. Ich zeige es auch gleich nochmal, weil ich das auch nochmal umstellen werde. Stoffkleidung. Was ist das für ein Schrott? Jetzt haben wir auch wirklich alles gefunden, außer das, was ich suche. Aber ich habe doch jetzt eigentlich in allen Drohen geschaut. Habe ich es übersehen? Hat es jemand von euch gesehen? Ja, hier. Lost. Okay. Dann nochmal umstellen. Soll ich jetzt eigentlich passen? Da kannst du alles einstellen, dass du mehr Experience bekommst, dass du mehr... Oder dass sich Eier schneller ausbrüten, weniger Schaden, mehr Schaden, was auch immer. Nur Arbeitstempo leider nicht. Das wäre nämlich genial. Aber auch der Schnee sah richtig strong aus. Ich fange jetzt vielleicht noch ein, zwei Pals, die hier rumchillen. Und dann geht's rein. Trohe ist auch noch da. Mit einer Gigasphäre. Schmeckt. Ah, ist das... Ist das die kleine Version von dem anderen Dödel? Ne, ist es nicht. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Stopp. Stopp. Wo willst du hin? Bleib stehen! Eins, Komma, noch was? Ja, okay, mit dem Blauen. Der Blaue ist natürlich auch wirklich für den Arsch mittlerweile. Dreizehn? Also die sind ja schon irgendwie hartnäckig. Probier's trotzdem mal. Ich hab eigentlich keinen Bock, einen gelben Ball für den zu verwenden. Und muss es auch nicht tun. Sehr gut. Oh, no! Hör auf! Oh! Rüstung ist fast kaputt. Oh! Okay, aber danke für den Hinweis. Dann geh ich... Gleich nochmal zurück ins Lager und repariere die Scheiße. Aber wir brauchen noch Frost. Ne, warte. Das ist eine eigene Perlart. Ist das gar nicht der... Der Eik-Dürr, wie auch immer der heißt. Oh, und auf Level 28. Die sollten wir jetzt nicht so auf die gleiche Schulter nehmen. Oh, mein Gott. Komm, einer von denen bitte sterben. Oh, wobei, warte. Der ist so schön low. Ich spie... Zu spät. Der kriegt einen gelben. Gleich. Du machst jetzt nichts mehr. Hast du verstanden? Das wird nix. Oder? Komm! Oh, yeah! Mega nice. Danny Stela. Danke für zwei Münzen und freut mich, dass es dich gefällt. Klar, ein bisschen Salz war heute auch dabei, aber in sechs Stunden ist das doch wohl bitte erlaubt. Ähm. Glaube, wir haben die Viecher, die es hier gibt. Geil. Dann einmal final heilen. Und dann gibt's den Boss. Schade ist halt auch, dass das Spiel kein Ziel hat, ne? Es ist ja an sich ein Endlos-Game. Ich glaub nicht, dass irgendwas passiert, wenn man alle Bosse besiegt hat. Na, eigentlich ist die Rüstung noch in Ordnung, aber der Helm nicht. Rest geht eigentlich klar. Wobei, wär schon gut, wenn man noch, ähm, Schild und so hochpushen könnte, ne? Auch, Jesse, danke für drei Münzen. Habe heute meine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Burnout durch schlechte Arbeitsbedingungen fertiggestellt. Da solltest du dir ein Beispiel dran nehmen. Schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende für alle. Ne, äh, in die Woche. Wochenende schon vorbei. Danke dir auch. Ich gebe mein Bestes hier. Guck mal, die können sich hier auch entspannen, aber... Klar, wir müssen viel arbeiten, weil wir auch große Ziele haben. Das wussten die aber auch alle, als sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Ich meine, als ich sie gezwungen habe. Hahaha. Die Metallrüstung im Inventar. Steam Arsch. Ja gut, könnte man auch nochmal pushen, stimmt. Braucht man noch Stoff, Alter. Wirklich? Wofür denn? Das ist doch eine Metallrüstung. Nein! Wieso werde ich jetzt angegriffen? Das sind diese Riffax. Ich weiß gerade nicht, ob ich sie schon gefangen habe. Steht auch nicht da. Ach, weil ich keine Preilsphäre ausgewählt habe. Mach's jetzt einfach mal. Einen neuen Perl. Also ich glaube, wir hatten den doch noch nicht. Lease Punk. Level 16. Einer lebt noch da oben, aber der flüchtet. Dann egal. Die Riffax geben Schlüssel. Als ob. Okay. Das ist schon krass. So, jetzt ist aber mal alles fertig hier. Auf in den Kampf. Imagine, ihr habt mich verarschen. Das ist der vierte Boss auf Level 40, 50. Ne, aber an sich war es schon ein bisschen noch einfacher, hier hochzukommen, als zum Vulkan. Also es wird schon stimmen wahrscheinlich. Weiß jetzt aber immer noch nicht, welcher Typ mich hier erwartet. Ich hoffe natürlich Eis. Aber es wäre ein bisschen zu offensichtlich. Rein da. Pflanze? Ja stimmt, sie sieht auch so aus, ne? Es ist Mega-Guard-War. Ja, aber dann haben wir doch leichtes Spiel, oder? Das sieht ja so eindeutig nach Mega-Guard-War aus. Wo ist die Knarre? Boah. 400. Allerdings hat Mega-Guard-War auch 69.000 KP. Shit. Ich... Was? Hä? Was ist das? Nein. Das hat mir jetzt schon viel zu viel Schaden gemacht. Wie werde ich denn kackt denn los? Wir haben jetzt die Granate. Asox ist auch schon fast tot. Ich auch. Ich glaube die Granate ging daneben. Toll. Ich glaube es ist Zeit für Kupfanti. Lul. Hilfe. Kommst du bitte und... Ja. Lass mich duschen. Na, aber ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft gerade. Aber ich weiß nicht, ob das meiste vielleicht sogar daneben ging. Der Boss ist auf jeden Fall sehr stark. Ist der wirklich nur auf Level 20? Kann ich nicht ganz glauben. Ich habe halt auch kein weiteres Feuer, Pal. Ich glaube, das wird kein First Try. Überhine ist das Schild wieder ready. Oh, das explodiert, oder? Ja. Komm, eine Granate haben wir noch. Auch für den Arsch. Also, die waren eine komplette Verschwendung. Das ist ja lächerlich. Der ist Level 25 oder 30. Ja, das erscheint mir schon wahrscheinlicher. Und dafür haben wir jetzt halt auch nicht die passenden Perls. Eigentlich haben wir genug Feuerviecher, aber ich habe jetzt nicht Pflanze erwartet. Na gut, die gute Nachricht ist, meine Carp ist im Fass wiederhergestellt. Puh, da. Aber der hat jetzt auch noch nicht mal die Hälfte. Und, äh, es gibt ein Zeit-Limit wie immer. Lad doch nach, Mann. Was ist mit dir? Ja, wir sind mit zu schwachen Pelz unterwegs. Das wird nichts. Vielleicht kann er mich noch überraschen, aber... Ich glaube es nicht. Ja, jetzt auch noch Hunger. Perfekt. Habe ich überhaupt irgendwas? Die Sachen, wenn ich... Also, bleiben ja weg, wenn ich sterbe, ne? Ich glaube, dann wäre es sogar besser, wenn wir aufgeben. Weil, wie soll das denn... Wie soll das denn noch hinhauen? Ich habe auch nur noch 8 Schuss. Ja, komm, kannst du aufgeben. Wie viel Schaden macht einem Pfeil? 200? Ja, aber es ist zu langsam. Wie viel zu langsam. Komm schon, Mann. Was? Die aber auch immer die falschen Bosse erwischen. Aber es ist halt auch dumm, dass es nicht draußen steht. Dass du erst mal einmal reingehen musst. Ja, komm. Das hat so keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Die ganzen Scheißschüsse waren jetzt umsonst, oder? Die Munition ist weg. Korrekt? Die Munition ist weg. Kurz Sachen holen. Das ist so dumm gemacht. Eispelz mitnehmen? Wieso denn? Feuer brauchen wir. Ach, ich habe die Sachen jetzt schon wieder... Ich habe doch aber auf normal gestellt. Wieso wird das denn nicht übernommen? Warum schreibt jeder Eispelz mitnehmen? Und als hätte es das geschafft. Ja, kann sein. Aber ich hatte keine Munition mehr. Ohne Pistolenmunitionen. No chance. Viel zu viel KP. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wiederherstellen. Alle sind tot. Oh. Oh. Bosse, das ist so unbalanced. Klügste ist halt echt einmal reingehen, töten lassen, ohne irgendwas zu machen und dann sich auf den Boss einstellen. Pff. Loll. Nur Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanzen in dem Spiel. Ja. Es gibt immer nur eine Effektivität. Es ist nicht wie bei Pokémon, dass mehrere Typen effektiv oder nicht effektiv sind. Und holy shit, war die... Egal, brauchen wir eh nicht. Äh, war die andere Rüstung enttäuschend? Aber ich bin auch dumm, dass ich nicht auf die Metall, äh, Metallische gewechselt bin. Wie viel hätten das ausgemacht? 70? Ähm, ja. Daran lag es auch nicht. Wir hatten, wir hatten einfach nicht genug, äh, Munition und natürlich auch keine passenden Perls. Dann kann man auch nicht gewinnen. Ja, okay. Feuer ist die einzige Ausnahme mit zwei Effektivitäten. Das stimmt. Feuer ist effektiv gegen Eis und Pflanze. Ja, als einziger Typ. Ach, ist das bitter. Brauchen wir nicht, ne? Gehen wir mal Metall holen. Dass hier noch keiner gestorben ist, wundert mich. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, das dauert wieder am längsten hier, ne? Können wir leider nichts machen. Ich werde diesen ganzen Scheiß nicht los. Kannst die Hauptbosse fangen, sind okay. Ja, werde ich aber nicht drauf ankommen lassen, ich will das einfach gewinnen. Die Chance wird eh wieder bei 3% sein wahrscheinlich und bis dahin bin ich tot, wenn ich da rumeiere. Wie kriege ich das jetzt hier schnell gefertigt? Wenn er da hinten halt wenigstens hoffen würde, Holz zu sammeln, was keinen jetzt interessiert, würde der schon helfen. Muss ich trotzdem machen, Ice Leaf, aber sowas ist eigentlich nur im Vorfeld. Sobald man losgelegt hat, hat man dann schon Bock, finde ich. Im Vorfeld ist manchmal Abfuck und nachher beim Schneiden, aber während Aufnahmen ist alles eigentlich fein. Bosse kann man nur mit Glitch fangen. Ja, dann versuche ich sie erst gar nicht. Wäre ja dumm. Jetzt schläft der Riese. Oh ne ey. Hatten wir nicht noch einen anderen Fertiger? Das killt das Spiel, finde ich. Der hat Stufe 2. Aber auch ohne weiteres Upgrade. Ja komm, geh du mal weg da. Alter, verpisst euch ihr Loser. Aber wir könnten... Nicht mehr. Kann das alles nicht mehr. Ja, raus und durch. Alle weg. 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 Ich glaube, das ist jetzt die einzige Möglichkeit. Weg. 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 Ja, merkst aber auch kaum einen Unterschied. Weg. 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 gerade eh nicht weg. Keine Muni und Gornix haben. Bin seit 2019 dabei. Vielen Dank Dr. Shell. Züchtet hier einen Anubis? Der hat Handwerk Stufe 4. Ja, der ist nur aber nicht verfügbar im Early- und Mid-Game. Den kriegst du erst am Ende. Ich glaube wir schaffen den Boss nicht. Du brauchst da ja 50 oder mehr Munition. Kannst einen Anubis ab Level 20 breed. Dann werde ich das vielleicht mal probieren. Dann werde ich das mal probieren. Dann werde ich das mal probieren. Das ist trotzdem kompliziert und aufwendig. Ja, so ganz habe ich es auch noch nicht gecheckt. Aber ich habe das auch noch gar nicht freigeschaltet. Ich schaue es mir mal an. Anubis kann man züchten mit Bushi, den du eben im Team hast und einem Pflanzenperl. Okay, danke Daniel. Das reicht alles niemals, Mann. Wir haben auch nur zwei gute Feuerpelz, oder? Das ist halt zu wenig für den Boss. Er hier und er hier. Wir können noch Fox mitnehmen, ja? Kann ja auch dann zumindest einen Flammenwerfer. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Boah, ich habe trotzdem so ein schlechtes Gefühl. Okay, da ist nur zwei kleine Feuerpelz. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Oh, jetzt bitte. Es sollte bereits einen Kalkulator online geben beim Züchten neuer Pels. Wie viele Seelen hast du? Oh, guter Punkt. Lass mal den Angriff noch ein bisschen pushen von den Viechern. Aber ich habe vorhin für das... Für Handwerk habe ich noch unnötig welche rausgeschmissen. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viele. Aber... Ja, alles was ich habe, werde ich jetzt noch rein investieren. Elefant raus. Habe ich auch schon überlegt, ne? Weil so geil war das jetzt nicht. Und er ist halt auch nicht hochgelevelt. Aber win dann noch rein. Bei Chillit bleiben? Er hat es eigentlich ganz okay gemacht. Und vom Level her kann er noch ein bisschen was machen. Besser als 9-Trick. Ich habe noch 6 von den Dingern. Ach, bei dem wurde sogar schon einmal der Angriff erhöht, Lul. So. Also mehr können wir nicht machen. Weiß nicht, wie stark das die Stats erhöht, aber... Gut, dass das noch aufgefallen ist. Buschi ist da nicht der Stärkste. Ja. Dabei sieht der so krass aus, ne? So, wir müssen jetzt hier noch irgendwie die letzte Munition zusammenbekommen. Ich glaube, dann gehe ich los. Was haben wir denn für Moves? Also Purpur-Blitz soll Schmutz sein. Dann haben wir noch... Ah, weite. Ja, gut. Ich kann es mir jetzt nicht anzeigen lassen. Aber der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist geil. vom Foxy. Dr. Shell, danke für die Mitgliedschaft. Das Stand, um wie viel Prozent das erhöht wird. Ja, nur ein paar, ne? So 3 oder so. Ja, 6. Keine Ahnung. Ob das unseren Arsch retten wird, weiß ich nicht. Powerworld, der Farming-Simulator. Ja, wenn man das halt noch verbessern würde, wäre schon nice. Das Zeitlimit ist aber auch so ein Abfuck bei den Bosskämpfen. Ich wünsche, das gäbe es nicht. Steven Schmidt, auch dir. Dankeschön und willkommen bei den Mitgliedern. Mein Feuerdrache. Ja, der ist so niedrig gelevelt. Den brauche ich gar nicht mitnehmen. Der ist auf Level 9 oder so. Das ist halt... Ja, Trash. Und es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, die quasi mit Sonderbonbons hoch zu pushen. Ich weiß gar nicht. Der ist auf Level... Hier, Level 9. Also kannst du komplett knicken. Aber völlig. Das wäre natürlich mega nice, wenn der auf Level 30 wäre. Aber die Tatsache ist... Ist nicht ansatzweise kampffähig. Mit einem Waffenfließband würde das herstellen von Munition im Weiten schneller gehen. Ja, aber da brauchst du bestimmt auch wieder 100 Metallbarren für und die habe ich nicht. Und die Munition halt auch erst heute freigeschaltet. Ja, also den kriegen wir nicht hoch. Also können wir beim besten Willen nicht mitnehmen. Also können wir beim nächsten Mal wiederholen. Aber ja, stimmt, wir haben aber echt einen guten Progress gemacht, bin ich auch. Klar, es waren jetzt noch sieben Stunden, aber dennoch. Nee, ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen werde. Weil das halt auch so unfair ist, dem viel zu viel KP. Ich glaube, ehrlich gesagt, ohne 100 plus Munition wird das gar nichts. Scheiße. Ich kann noch mal gucken, aber das hat sie völlig vergessen, mit diesem Waffenfließband. Weiß nicht, ob es das ist, aber das braucht auf jeden Fall 100. Ah, da ist es. Ja, braucht 100 und außerdem erst auf dem nächsten Level. Das ist schon ehrenlos. Eine Sache vielleicht noch ausprobieren. Moment. Wir nehmen den Drachen mal ins Team. Und ich werde in dem Eisgebiet ganz kurz mit meinem Feuerperl hin und her brennen und alles killen. Das müsste ihn doch zumindest mal auf Level 20 oder so bringen. Und dadurch, dass der quasi legendär ist, kann er vielleicht trotzdem mit den anderen mithalten? Oder ist sogar besser als der ein oder andere? So zumindest die Hoffnung. Kannst du bitte auch mal was machen? Ja, aber jetzt ist er schon um drei Level hochgepusht worden. Düster Ei. Mach'n wir die mal weg. Aua. Komm bitte kill ihn schnell. Schneller, sonst verreck ich noch, Alter. Level 15. Also ja, es funktioniert einigermaßen. Aber ich sollte mal ein bisschen mehr auf Verteidigung achten. Im Lager leveln geht auch schnell. Warte mal, was? Im Lager? Wie meinst du das? 16. 16. Ich fliege zum Vulkan und fange die ganzen Feuerperls. Habe ich auch schon überlegt, aber wenn ich da jetzt nochmal krepiere, guck mal wie viel Zeit wir dann verlieren. Und die waren auch teilweise höher gelevelt als ich. Wenn er arbeitet und Sachen erledigt. Ja, aber dem kann ich nur Feuersachen auftragen und da gibt es dann nicht so viel Spielraum. Shit. Geh weg. Kannst du den mal bitte umbringen, Daydream? Ey, du bist so ein nutzloser Keg. Also ich glaube, den würde ich wirklich gerne austauschen. Ich hasse den so. Ich kann mich ja vielleicht einmal kurz hin porten und schauen, ob wir irgendwas Einfaches kriegen. Das wäre dann schon besser als der Realtalk. Komm, das machen wir jetzt auch. Feuerrüstung jetzt aber nicht dabei, oder? Leider nein. Ja, wenigstens ein Feuerpell fange ich noch und hau Daydream raus. Ich will den nicht dabei haben. Blutmann. Warte, was mir gerade einfällt, unser Vogel ist doch auch noch Typ Feuer. Dieser neue. Aber der ist noch nicht so hoch gelevelt, oder? Wo ist er überhaupt? 20. Hm. Naja. Aber besser als der Schwanz ist er auf jeden Fall. Ja, bisschen, bisschen bin ich gerade am Ragen. Kann man glaube ich verstehen. Wo ist meine Feuerrüstung? Die tut's auch. Also so ein paar sind ja auch da unten rumgelaufen, wo wir aber keinen Spawnpunkt haben. Aber wenn ich von oben da runter fliege, das müsste doch eigentlich easy funktionieren. sagen wir mal, wie oft habe ich eigentlich Hunger? Diesen einen Löwen, der uns so getriggert hat. Das wäre doch echt schön, wenn wir den noch fangen könnten und der uns hilft. Der wäre natürlich auch sehr geil, aber dass wir das nicht schaffen, ist glaube ich offensichtlich. Oder? Ich meine, er ist overleveled. Hm. Ja, nee, komm, Digga, lass. Lass. Der hat gerade mit meinem Schild den Boden aufgewischt und meine Rüstung zerstört. Das ist es nicht. Naja, komm, bitte flieg. Naja, komm, bitte flieg. dadurch. Ich meine, ich habe das ja auch schon irgendwie sechsmal geupgradet oder so. Wirf von hinten einen Ball. Ne, das würde trotzdem nicht funktionieren. Sogar der rote hat nur ein Prozent oder so angezeigt. Ich empfehle Fang-Glupe im Team. Haben wir nicht gesehen. Kenne ich nicht. Brauchen da vorne jetzt irgendwas Chilliges. Aber ich habe das Gefühl, dass die nur am Tag da sind. Und jetzt ist es natürlich Nacht. Hm. Na, was ist das hier? Als ob. Das ist dieses Fang-Glupe, aber overleveled. Aus dem ist der Typ normal. Ich will ihn zumindest mal killen oder Low HP bringen und mal gucken, was da steht. Aber ich glaube, dass wir den nicht fangen können. Da brauchst du rote Sphären für. Am Ende sterbe ich. So wie meine Pals. Ne, das ist keine gute Idee. Das sage ich euch jetzt schon. Da ist eine Terrasphäre drin gewesen. Okay, wir kriegen ihn einigermaßen runter. Aber Chillit ist tot. Ja, moin. Schneller gestorben als im Bosskampf, by the way. 6%. Ja, moin. Geil. Der nächste ist tot, oder? Ja. Ich habe gleich niemanden mehr. Boah. Boah. Nein! Daneben! Das gibt es doch nicht. Und er kommt raus. Damit war es das. Weiß nicht, habe ich noch eine rote? Ne, ne? Nö. 3% mit dem anderen. Ach, das ist so lächerlich. Nehmen wir Flambelle. Sieht aber alles andere als stark aus. Das Fank-Loop-Ding ist safe richtig gut, aber du kannst es knicken, wenn du nicht mindestens vom Level her gleich auf bist. Äh, ja. Was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht weg und mein Flugpalast tot. Flambelle kann ein Gehege und droppt dann Feuerdrüsen. Joa, nett. Irgendwas, was mich hier wegbringt, brauche ich jetzt aber. Joa, die Fackel dabei. Ich sehe nichts. Alter. Kannst du mir Licht machen? Bisschen, ne? Danke. War hier nicht auch noch irgendwo ein Teleporter? Wir haben den noch nicht aktivieren können, wegen dem Drama. Oder nicht? Ich finde, es gibt zu wenig Teleporter. Hier wäre auch schon ein Schwefel gewesen. Der ist auch krass, aber Level 37. Was ist mit dem? Der scheint aber nicht viel zu tanken. Und flüchtet sogar. Sein Ernst? 3% ey. 7. Der ist fast tot. Ach, das ist so ein Schwachsinn mit dieser Fangwahrscheinlichkeit. Das regt mich so auf. Komm, deine Mutter. Aber ich bin wahrscheinlich eh tot. Das ist der Bruch. Also das, ich liebe dich. Wie nochmal, wenn ich mit den Pals schlafe, dann heilen die mit? Oder was? Weil ich brauch auf jeden Fall meinen Flugperl. Also irgendwie sind die jetzt null geheilt. Oder war das eine Anzeige-Bug? Weil... Hä? So. Jo, erstmal wieder 10 Minuten verschwenden. Sehr geil. Machen wir's mit Nightwig. Sieben Prozent stimmen nur, wenn du keinen Damage gemacht hast. Die richtige Zahl steht erst da, wenn du in dem Ball bist. Habe ich bislang nicht das Gefühl, hätte ich gesagt. Achso, warte mal, ich vergesse andauernd, dass wir ja zum Glück aufgrund der Einstellung die Sachen noch haben. Ne, dann muss ich nur, nur Zeit verschwenden, um meine Pals zu heilen und Munition herzustellen. Ja, ich glaube, wir belassen's dabei. Nehmen dieses Lichtl mit, oder was das war. Ist zumindest noch Typ Feuer. Ich glaube nicht, dass der groß was ausrichten kann. Mir aber trotzdem lieber als Daydream. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es irgendwie hinhaut. Aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich wüsste gerne, warum er sich so sehr weigert, das hier herzustellen. Wir haben einfach das Wichtigste vergessen, bei Benutzer definiert auszustellen. Da beleben sie sich sofort wieder und heilen. Ja, äh, wie denn? Was denn? Was ist denn das für ein Angriff von dir? Oh mein Gott, das ist ein Opfer. Wenigstens gratis fern. Ja, aber auch nur die normalen. Also die sind halt auch wirklich nur noch zum Arsch abwischen da. Also ich weiß nicht. Ja, wobei doch, okay. Zwei Gigasphären waren auch dabei. Und er juckt. Aber das Schlimmste ist, jetzt arbeitet er wieder nicht. So belastend. Besiegte Perls nicht in die Box, sondern ins Lager. Dann, was? Dann sind sie sofort geheilt? Was ist das denn? Als ob? Ja, ne. Die liegen da jetzt aber auch tot. Oder soll ich die ins Bett bringen? Ne, geht nicht. So, Moment mal. Bei zwei hat's funktioniert, bei ihm nicht. Hä? Aber was ist denn das auch für ein Scheiß? Wieso geht das überhaupt? Äh, macht ja gar keinen Sinn. Aber soll mir recht sein. Ach ja, nehmen wir jetzt ihn mit oder? Doch den, na komm, lass den Bruder mitnehmen. Ähm, ja. Aber Chillit ist so krass. Ne, ich muss den Drachen rausholen. Es tut mir leid. Der hat einfach zu wenige Werte. Wir scheißen eh rein. Komm, wenn wir ehrlich sind, das weiß jeder von uns. Scheißen eh rein. Wenn du noch einmal nicht das machst, was ich dir sage! Gut zu wissen. Ja? Ja, also dieser Bug ist geil. Die Leichen werden von anderen Pärs in ein Bett gebracht. Da werden sie geheilt. Okay. Deswegen empfiehlt es sich, die Betten immer bei der Box beim Spawn hinzustellen. Scheint so. Wie viel Schuss habe ich? Acht. Du schaffst das. Du brauchst nur mehr Money. Wenn du ein Erfolgserlebnis willst, mach den Turm im Norden deiner Base. Den habe ich schon im ersten Stream gemacht. Deswegen suchen wir uns ja schon den zweiten. So geht der jetzt. Ah, der hat auch Knochenbruch. Aber warte, habe ich nicht eine Medizin? Yes. Multiplayer wäre einfacher. Ja, logisch. Okay. Ich weiß es nicht. Reichen 50 Schuss? Das meiste müssen ja eh die Pärs machen. Eigentlich. Ich. Oder? Auf welchem Level ist der Greasy eigentlich? Wäre der nicht noch eine Option vielleicht so? Als Random? Fürs Team? Okay. Okay. Ne, 19. Schmutz. Aber dem Ding hier vertraue ich halt auch null. Kommt ihr entscheidet. Sollen wir das Vieh rausschmeißen und Nightwick stattdessen rein? Oder ihn vielleicht sogar? Wäre er nicht sogar besser? Er wäre halt Realtalk sogar besser. Ja, komm, dann nehmen wir noch ihn mit. 400 mal 50, 20.000 Damage bei 70k leben, weiß nicht. Ja, das meiste kommt eh von den... von den Pärs. Ich selber, ich komme ja gar nicht dazu. In der Wüste, ganz oben rechts, Nähe des Turms, gibt es eine Stadt, wo du Munition kaufen kannst. Auf einfach. Na ja, da muss man auch erstmal hinkommen. Ganz oben rechts, da war ich nicht. Muss er jetzt baden. Können wir uns aber auch keine bessere Waffe holen, ne? Das ist schon das Maximum. Was ist denn mit diesem Panzerwerfer und so'n Zeug? So, nee. Wie viel Damage macht die Pistole? 400 bei Headshot. Die Rüstung wechsle ich sowieso auf Metall, wenn ich dann drin bin. Ich hab's vorhin vergessen, aber diesmal nicht. Also, ich hab's vorhin, dass ich fertig bin. Ich hab halt Angst, Digga. Wenn ich jetzt verknacke, ist es halt richtig scheiße. Dein, theoretisch kannst du Feuer-Gift-Pfeile verwenden. Ja, das ist eigentlich wahr. Aber da braucht man auch wieder eine Feuerarmbrust dafür. Aber das ist tatsächlich vielleicht gar nicht so blöd, weil die normale Armbrust war vom Damage her okay. Das ist ein guter Punkt, wenn ich ehrlich bin. Wo ist die Feuerarmbrust? Oder das Teil hier? Ja, dann nicht. Hm, Giftpfeilearmbrust, Feuerarmbrust. Können wir auch sofort herstellen. Also es wird wieder dauern, aber wir können es herstellen. Wir verballern einfach die ganze Pistol-Money und gehen dann auf Feuerpfeile. Geht aber auch nur, wenn unsere Pels bis dahin nicht alle dead sind. Das war schon ein spannender Vorschlag. Ja, Max, den du in diesem Dick-Toos findest du nur in dieser weißen Wüste. Glaub ich. In der Mitte ungefähr. Habe ich ganz am Anfang vom Stream gezeigt, kannst du ja zurückspulen. So, Feuerpfeilarmbrust ist da. Musste er ausgerechnet jetzt gehen? Wir droppen die NPCs nicht auch, Muni. Naja, nur random. Und wir hatten ja gerade einen Überfall und ich glaube, da war gar nichts dabei. Wir brauchen mehr Feuerdrüsen. Wir brauchen mehr Feuerdrüsen. Warum war das klar? Äh, aber geht schnell. Im Normalfall. Hier beim Turm kommen immer die Füchse. Die Ballon war weg. Oder willst du mir sagen, dass ausgerechnet jetzt keine Füchse spawnen? Hier ist aber das Lager, was ich vorhin gesucht habe. Da ist tatsächlich immer ein anderes Perl drin. Jetzt ist es der Nollwurt. Wieso greift er mich an, wenn er doch eigentlich seinen Move noch hat? Minderwertige Munition. Ich glaube, die kannst du gar nicht verwenden für die Pistole, oder? Es geht nur für diese Schrottpistole. Ist also eigentlich für einen Arsch. Flambelle im Stall generiert auch Feuerdrüsen. Jetzt brauche ich aber eine schnelle Lösung. Da vorne sind welche. Sehr gut. Acht. Das sollte reichen. Und dann müssen wir es halt wieder versuchen. Für die Muskete ist sie auch. Die Minderwertige? Ich stelle die jetzt her. Auf verzweifelt. Auf ganz verzweifelt stelle ich die jetzt her. Was ist denn jetzt bei dir als Fernwerfer? Das Ding habe ich jetzt nicht gekauft. Brauche ich auch nicht. Also, was soll ich mir das bringen? Ist geil zum Fangen, nehme ich mal an. Aber wir brauchen jetzt was zum Fighten. Dann muss ich die ganze Schrottmunition auch noch aus dem Lager holen. Wenigstens die müssen wir nicht produzieren. Yay. Drache. Komm her. Und mach das. Wo ist denn der Scheiß? Das Einzige, was halt richtig unnötig war, war diese Granate. Die hat irgendwie gar nichts gebracht. Und die Munition nicht. Habe ich die doch schon im Inventar? Aber warum sollte ich die wieder mitgenommen haben? Ja, scheint aber so. Well. Joa, okay. Geht's schon? Oh nein. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass das Perleöl fehlt. Was zum Teufel? Das ist auch bei der Wüste, bei diesen Viechern. Aber kriege ich das auch irgendwie einfacher? Platz gleich. Kann ich vielleicht irgendwen schlachten, um das zu bekommen? Ja, komm, aber der hat das nicht verdient. Du schon, du Enttäuschung. Aber ich fürchte, der wird nur einen droppen. Wenn überhaupt. Bitte gönn zwei. Marmorest besiegen? Sagt mir jetzt nichts. Er hat zwei gegönnt. Du Ehrenbruder. Bitte. Lass ihn für das Richtige gestorben sein. So geil. Genau, bei Dic Toys wusste ich das. Aber ich wollte da jetzt nicht mehr hintergehen. Weil leider gibt's bei dieser Eiswüste auch kein Spawn. Da muss man schon nochmal ein bisschen fliegen oder reiten. Das Mammut. Wenn er weggeht, dann... ...wenn ich hier mal Sachen droppen. Oh, ich hab hier so viel Scheiße. Ich werd hier nicht los. Ne. Wir haben aber einiges an minderwertiger Munition. Lul. Am Ende ist es besser, von Anfang an mit der Muskete zu schießen. Das ist halt die Frage, wie viel Damage das macht. Ist übrigens auch nice zum Leveln. Was? Schlachten? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bekommt man da EP? Ich glaube, wir können gehen, oder? Das Zuckerwappen-Ding droppt es auch. Es ist doch gar nicht so selten, wie ich dachte. Aber, ja. Der Schlachter tut es auch. Die Muskete ist so langsam, die kann man in der Dauer des Kampfes gar nicht ganz verbrauchen. Bullshit. Ja, okay. Dann wird es vielleicht doch der Notfall. Und mehr nicht. Komm her. Die letzten Munition noch. Und dann müssen wir los. Schaffst du easy. Ach, easy nicht. Nee, nee. M-m. Halt, eine Sache noch. Äh, nee. Gigaschild können wir nicht machen, ne? Fehlt ja ein antikes Ding dafür. Weil das wäre halt schon geil. Aber, m-m. Das Öl braucht man später auch so gottlos viel. Es ist so Wahnsinn, wie viel der fressen muss. Obwohl er nix leistet. Jetzt will ich aber noch mal wissen, ob das Schlachten EP bringt. Vor allem, das müsste sich doch dann auch an das Level richten, oder? Komm, ihn können wir doch auch weghauen. Wenn wir den brauchen, dann können wir ihn neu fangen. So besonders ist der nicht. Nee, es bringt keine EP. Scheiße. Uff. Naja. Was wird, das wird. Würde sehr wehtun, wenn das jetzt ins Auge geht. Aber dann kann ich es leider auch nicht ändern. Ich hab alles versucht. Oh, ich scheiß mir so in die Hosen, wenn ich nur dran denke, da jetzt hinzugehen. Uff. Wo ist die Pistole? Da. Schöne T-Pose, Lul. Was soll das denn? Butter noch. Ja, das wird nix. Aber ich werde alles reinwerfen. Die Zensur sieht da lustig aus. Ja, true. Müssen sie aber, glaube ich, auch machen. Komm, jetzt gehe ich da von Anfang an mit wenig, wenig Kapi rein. Auch sehr unklug, ne? Scheiß drauf. Wieso? Warte mal. Wieso ist denn jetzt mein Helm kaputt? Komm, direkt aufgeben. Durch was ist der Helm kaputt gegangen? Das ist der Helm kaputt. Ich bin in der Höhe. Ich bin in der Höhe. Ich bin in der Höhe. Warte mal. Das ist alles. Bester Start. Ja, so stellt man sich das doch vor. Genau, das ist es. Aber wir haben jetzt sonst nichts verloren, ne? Ne. Also, juckt. Aber ich glaube, es wäre noch ganz klug, wenn wir die normale Eisrüstung einpacken. Damit wir nicht Kapi verlieren. Ich bin schon so lustig, weiß gar nicht, was wollte ich jetzt herstellen. Um was ging es denn jetzt gerade? Ah ja, Helm. Okay. Also. Wir hoffen auf das Beste. Steht ja auch seit 20 Minuten Rüstung beschädigt am Screen. Ja, habe ich aber mit Absicht nicht repariert, weil die Ressourcen nicht da sind. Was ich vergessen habe, ist, ich habe noch eine schlechtere, die es auch tut. So. Fehler korrigiert. Und jetzt zählt's. Okay. Wo ist ich dich? Schild, solange es geht. Nicht zerstören, bitte. Gut, dass Asox noch nicht viel gefressen hat. Also der Start ist ganz okay. Ja, jetzt ist das Schild aber kaputt. Und er wird aggressiver. Mach weiter, Asox, aber du bist jetzt auch schon fast tot. Scheiße. Also es geht echt schnell, du. Er ist down. Komm, wir müssen wechseln. Aber er hat echt gut gemacht. Jetzt der Drache. Zeitlich sind wir gut im Rennen diesmal. Näher ran, näher ran, näher ran. Was ist da jetzt los? Ich glaube, ich wechsle auch mal die Waffe. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar einen Fehler gemacht, oder? Ich habe die Feuer... Ach doch, da. Da ist sie. Mach 270 ein so'n Feuerpfeil. Ist ganz okay. Sogar 300 ist möglich. Scheiße. Das Schild ist vollkommen zerstört worden. Wie sieht's mit der Büske aus? 600! Oh, aber ja, wir wissen, sie ist sehr langsam. Oh ja, und wie. Äh, habe ich gerade getroffen? Also, meinen hat Schaden gemacht. Getroffen habe ich nämlich schon. Aber ich weiß nicht, ob es gezählt hat. Mach, Bruder. Was ist das eigentlich für ein Spezial-Move? Niemand weiß es zurecht. Alter, ich brauche Schutz. Scheiße. Ich habe Giftschaden. Ich muss mich zurückhalten, leider. Ja, genau. Warum geht das durch die Mauer durch? Fuck jetzt, Alter. Fuck it. Jetzt erst die Hälfte. Ich dachte, der Beginn war gut, aber ich glaube, es haben wir ein bisschen zu hoch gehängt. Und der nächste ist tot. Nur noch Chillit und dann muss ich muss ich ins Eins-gegen-eins gehen mit dem Flammenwerfer. Und dass wir dann nicht lang durchhalten, das sollte klar sein. Hau ab, Mann! Chillit, Fri, nein! Oh, Gott! Nein! Nein! Oh! Ja, na toll! Ich brauche das Schild! Chilit ist tot. Wir haben verloren. Es kann, es kann eigentlich nichts mehr werden. Die Pelz sind zu schwach. Ja, Ende. Ich kann nicht in den Flammenwerfer gehen, sonst bin ich tot. Kann mich nicht mehr bewegen. Fuchs ist tot, wir haben keine Pelz mehr. Und auch keine Pistol-Munition mehr. 18.800 Kp noch. Ja, moin. Ach, ich bin doch weggesprungen. Ach, bitte Schutzschild, komm wieder. Schutzschild. Zeitlich ist es vielleicht noch drin, aber ich brauche Heilung und Schild. Und er braucht dringend Feuerstatus, damit er passiv Schaden nimmt. Alter. Ja, lad doch nach, Mann! What the fucking hell? Bruder. Schnell! Schieß! Warum brennt diese Bitch nicht? Brenn nieder! Drei Minuten, also zeitlich ist es drin. 12.000 Kp, Schild ist weg. Fuck you. Wieso lädt die nicht nach? Brennstatus, bitte! 10.000. Oh, ich mache aber auch keinen Schaden mehr die letzten Minuten. Es ist halt nicht genug, so. Frage ist, ob wir vielleicht auf den Feuerbogen gehen. Äh, ich kann ja, der hat ja nicht ausgerüstet, ne? Der wäre halt schneller, das ist das Ding. Ich kriege sie nicht mehr zum Brennen. Oh, gut, dass das mich nicht getroffen hat, das ist das Schlimmste. Oh, wir haben, wir haben keine Munition mehr. Wir haben keine Munition mehr. Tausend? Okay. Kann ich das bitte noch ein paar Mal schaffen? Ja, ich komme aber nicht zum Nachladen. Und das ging daneben, warum auch immer. Ja, das ist doch lächerlich. Wo ist der Feuerbogen, Gottverdammt? Keine Ahnung. Ja, das reicht nicht. Schade. Ich habe alles gegeben. Es wird nichts. Geht nicht. War nicht möglich. Und das ist das Problem an dem Spiel. Grinden, grinden, farben, farben, farben. Craften, craften, craften. Es ist zu krass. Aber macht trotzdem Spaß. Ich hoffe, dass das für den Stream auch galt. Auch wenn es heute kein Erfolgserlebnis am Ende gibt. Wir sind ja trotzdem weit gekommen. Viele Pals gefangen. Neue Biome gesehen. Das war auf jeden Fall nice. Die Bosse sind aber einfach nur übertrieben. Lyoko, danke für den Zehner. 24 Stunden Stream, oder was? Nee, aber knapp 8. Wobei die letzten zwei jetzt auch irgendwo umsonst waren, leider. Ist halt so. Aber es war das Zeitlimit am Ende. Mit der normalen Armbrust hätte ich es dann schon noch geschafft, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Aber ich muss ja irgendwie drauf gehen. Schade. Aber hey, trotzdem geiler Stream fand ich. Danke fürs Reinschauen und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.